leute 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 bumm ich habe mich verwandelt in eine katze wie cool ist das bitte leute was geht ab willkommen zu einem neuen stream hier auf youtube ich hoffe euch geht es gut freunde heute ist ein großes fortnite update was wir uns angucken wollen coral castle wird zerstört das wird einiges sich ändern ich hoffe ihr seid ready leute mal wieder in gute alte frische fortnite stream am vormittag zum update ich bin gespannt heute wird wirklich einiges passieren heute gibt es ein dickes update ich bin gespannt was für änderungen reinkommen werden muss auch mal wieder sein freund ich freue mich drauf ich hoffe heute gibt es hier so ein bisschen frischen wind rein ich würde mal sagen lasst uns mal reingucken und zwar gestern gab es glaube ich schon eine kleine news fortnite hat schon ein bisschen angeteast was heute passieren wird also da ist einiges im busch warte mal wo können wir das denn sehen hier leute immer auf twitter und dann gucken wir mal ich schaue wie hat alle ausgeschlafen leute nämlich heute ihr wisst leute das update ist da es raubt mir den schlaf ohne fortnite komme ich gar nicht mehr klar so warte mal wussten wir das hier und zwar was gab es hier fortnite seite ever get feeling you being watched okay also klar ich fühle mich beobachtet jeden tag von den aliens wenn ich fortnite spiele wonder woman kommt rein da ist natürlich auch klar oder so klasse ist auch nicht warte mal es wurde und hier anscheinend die leute haben vermutung dass ein among us modus reinkommen wird auch sehr interessant also among us modus sind so die aktuellen leaks glaube ich die wir haben wir gucken mal kurz bei fortnite status da sehen wir nämlich dass die update ankündigung für heute und zwar grab your coral body 47 rise up on august 17 also es hat auf jeden fall irgendetwas mit coral castle zu tun und ich glaube coral castle wird heute hochgezogen coral castle wird heute optimal von fortnite hochgenommen stand ihr habt dich gestern in thailand gesehen ja ich war gestern nicht da muss ich dir ehrlicherweise sagen wenn du mich gesehen hast dann wirst du mich verwechselt haben mit jemanden mit kürbets kopf larry vielleicht ich hab bock drauf leute ich würde auch gerade sagen hat stanni wenigstens nach dem handtuch gefragt was für ein handtuch kurzes feedback ich habe gestern den neuen eistee von shereen david probiert zumindest einmal diese eine traubensorte was ist das traube beere diese beeren sorte vom jetzt macht ja jeder eistee grad eistee ist ja gerade so der neue hit also die beeren sorte hat mir nicht geschmeckt für sich habe ich noch nicht getrostet habe ich noch dieses candy shop getestet habe auch hier gewesen weiß ich so süß gewesen also wenn ihr so nicht so süßen eistee mögt das ist ja auch immer geschmackssache kann ich euch in echt empfehlen aber mir war es ein bisschen zu wenig süß ist aber auch nicht mal geschmackssache weil ich bin halt ein süßer leute und ich brauche es halt süß schade nottrax dass du das als screenshot gemacht hast aber erlaubnis hast du von mir kannst du nicht mal abends die update stream muss gleich arbeiten sehe ich so aus als würde ich irgendwas abends wir bewegen uns mit dem stream leider auf einen absteigenden ast leute es wird heute nicht besser alarm alarm ich sag euch ehrlich diese bilder die sind einfach der hammer ach so was wollte ich machen ich wollte reingehen ich habe gestern wann haben wir das letzte mal fordner gezockt vor zwei wochen man muss sagen die intervalle in dem ich fordner spiele werden immer bigger bigger and bigger ich hoffe dass wir heute mal ich könnte mir vorstellen dass heute mal wieder echt ein geiles update reinkommt wo man auch wieder ein bisschen grinden kann ein bisschen zocken kann was spaß macht super schild passt ja auch super jener ach kein bock jetzt hierzu wer geht denn arbeiten kapi das ist doch dienstag ein ganz normaler fortnight update tag also wer da arbeiten geht ist auch irgendwie selber schuld ne spaß leute hast du die settings eingestellt agam natürlich der schlaue fuchs hat natürlich gestern noch die settings eingestellt obwohl ich wette ich habe noch ein zwei runden gezockt gehabt ähm dass wahrscheinlich die settings noch ein bisschen rumbacken werden dass ich noch ein bisschen was einstellen muss fein justieren muss aber oh oha kein quatsch sondern reines kuschelvergnügen oha guck mal der ist einmal glücklich und einmal traurig das ist geil das ist echt nice das feiere ich das ist ja kuschelkumpel schade dass hier diesen fluff fluff nicht in der farbe gibt aber gut okay kann man auch nichts machen oh galaxy package ist wieder drinne oh mein gott jetzt wieder für ein müll drinne ist oha seit sechs wochen krank geschrieben bro das ist natürlich scheiße ich hoffe dass nichts schlimmes achso übrigens äh vielen vielen dank an alle leute die mir was geschenkt haben mega korrekt bro der typ ist ja auch krass oder einfach ich leute boah warum sieht das so krass aus das ist dann ist das hä schließe den auftrag ab um goldglanz ich hab doch den hä ich hab doch den auftrag gar nicht freigeschaltet warum hab ich goldglanz keine ahnung weiß ich nicht aber ich finde alter der char der sieht einfach eins zu eins also er sieht halt vom gesicht her sich so aus wie ich aber er sieht halt einfach so aus vom körper her würde ich sagen ne da kann man ja auch wieder sagen was man will also vom körper könnte man sich da natürlich an direkt verwechseln also falls ihr dachtet das ist mein char mein skin in fordneid nein leute es ist nicht mein skin in fordneid um das einfach nochmal ein bisschen klar zu stellen ne nicht dass ihr enttäuscht seid nicht dass ihr jetzt enttäuscht seid weil ihr dachtet das wäre mein skin gewesen soll ich mal gucken leute essi kommt auch gleich wir gucken nachher vielleicht ein paar reactions noch leute ihr wisst ja ähm ihr wisst ja leute die server sind ja gleich offline deswegen wir zocken noch ein zwei runden bevor die server offline gehen und dann au ich muss noch ah stimmt dir gell wartet mal leute ich muss heute noch dureen adden das muss man noch machen sonst kommt dureen gleich wieder ein chat dran und ist sauer das machen wir noch Achtung Granate ich muss mal gerade überlegen solange kein fortner gezockt hat keine ahnung was abgeht kapi wir zocken leute ihr wisst doch alle was wir zocken der standard mäßige arsenal modus der arsenal modus ja ich kann ja ich kann ja nicht jeden enden so viel ich hab das schon gesehen ich hab's ja auch nicht jeden versprochen ich muss mal gleich gucken oha was geht hier ab bro easy oh er war nie weg gewesen oh mein gott er war nie weg oh mein gott er ist der beste wow das ist ja lustig alter das hat ja geil gemacht direkt durchgedreht Leute erster platz hier leute ich kann nicht so viele leute bei fort mit edden sonst packt das alles rum bro sonst kann ich bald gar nicht mehr zocken ach so das ist team ich spiel solo leute ich spiel solo solo und ich mache alles solo ich spiele im team mache alles solo lol das ist ja zu krank ich bin erster das ist ja müll das ist müll laufen aber wir werden es trotzdem gewinnen leute passt auf wir werden es trotzdem wir werden es trotzdem carrying passt auf was hier passiert guck mal boom easy boom easy zack der nächste komm wo ist der nächste da oben ja super toll ganz stark kommt her hier wo seid ihr denn oh jetzt eiern die alle da unten rum oh was sind das für schlechte Leute oh mein gott oh hab ich gestealt ich hab gestealt ich hab gestealt als wär ich stil oh ich hab nochmal gestealt als wäre ich stil oh ja was sagt die Leute zwei wochen kein fort mit trotzdem die Nummer eins ha pro ohne Probleme ohne Probleme rein hier ok jetzt haben wir eine scheißwaffe das wird ein bisschen scheiße werden ja das wird scheiße mit der Waffe jetzt ich müsste mal drei Kills damit machen weil es ein Team ist wisst ihr oh Ulf auch schon wach das ist ja hier das ist ja eine Überraschung easy 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 Leute easy 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 da muss man mal einmal zeigen wer hier easy Leute oh alter warum bin ich auf einmal so krass in Fortnite hä was ist das jetzt hä stark sehr sehr stark auf einmal Fortnite will mich direkt rauskicken zu gut jetzt ist natürlich auch eklig ich bin das geil also der Arsenal Modus ist ja eh so für mich ein Favorite Mode nein 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 oh mein Gott will ich pickecksen ich pickecksen oh oh das hat er gut gemacht ich finde das geil dass die Waffen so ein bisschen angepasst haben dass die oh Sarahs Geburtstag oder was alles alles gute Sarah zum Geburtstag freut mich dass du Geburtstag hast oh schade oh ey man ey Bro das kann doch nicht sein Digga überlebt doch am besten noch mehr immer wanted überleben die Dinger und er killt ihn jetzt pass auf ey Bro bitte kill ihn doch nicht jetzt so dass einer oh das das hält jetzt ein bisschen auf mit der Railgun finde ich schuld mir jetzt hier oh oh ich hab Hex Dinger offiziell oh mein Gott oh Digga der Arsenal Modus das ist einfach mein Mode Leute ich sag euch ja auf hart auf hart oh ey Bro das gibt's doch gar nicht das ist doch Unreal was ich hier mache hat mich schon jemand reportet nein oh der Typ trifft aber auch gar nichts mit seiner ja das ist scheiße Regen ist Müll Leute oh ey 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 der ist Teams ich zock Solo gegen Teams und gewinne trotzdem checkt ihr was ich meine ne ich glaube ihr checkt es nicht aber okay ist auch egal komm her oh nein Bro Bro mit dieser Waffe tritt du auch nichts man ey ja das ist schwierig jetzt das ist auch eine sehr sehr schwierige Waffe das jetzt zu handeln mit einer Sniper allein ich muss drei Sniper Kills machen richtig wichtig wenigstens einen schon mal geholt Leute die Sniper müssen wir schnell durch haben ja das war glaube ich aber nicht zu gewinnen Alter Teams halt die machen halt dreimal so viel Kills wie ich ne ach man spitz hat doch die Leute ja die haben aber Dings Leben wir haben 100 Leben Bro sich hier im Pickäxen oh ey was Bro ich hab ihn noch gegeben ich hab ihn gegeben gehabt oi dreh durch ich mach aimbot wieder an ja hast recht Bro ich mach aimbot wieder an ja was soll's scheiß drauf ich wollte eigentlich ohne spielen aber ich muss wieder an machen naja machen wir an scheiß drauf komm boom sag ich ja zack erster Kill ja ich wollte auch fair für die anderen sein weißt du ist nicht so dass ich halt direkt den Leuten auch was wegnehmen will hinter mir ist noch einer boom down easy easy hinter mir wird gleich einer kommen roh es nervt mich dass man den keine Metz hat warum kriegt man nicht für Respawn Metz alter oh ich hab den so den Kill gesteilt auf 100 Meter ne ey war der Modus macht real talk bock halt ne also klar bezockt jetzt gerade solo team aber ja das gibt nicht für uns auch der Modus macht real talk bock jetzt gibt mir unsere sagt oh mein gott ich treffe doch nicht oh Geht mir doch nicht auf den Keks, Junge Labyrinth Stani, probier mal Labyrinth mit SEO auf Steam Was ist das für ein Game? Hört sich geil an, Labyrinth Also ist halt so ein Labyrinth, aber hört sich nice an Easy YouTube Trash-Digger Genau wie sein Content Boom Ehre Genommen Oh, das gibt's nicht, Digga Die gehen alle auf mich Ja, es kommt der gleich, Leute Dann zocken wir den in ein Team Aber ein Team macht der echt Lust, ich find auch Oh, wichtig Ich find auch mit der Waffenwahl Extrem geil, sag ich ehrlich Die Waffen machen extrem Bock Nein, 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 nein Hab den Lauf gehabt grad Ey, wenn ich das Solo hier gewinne, dann dreh ich durch, aber Das wird schwer Richtig 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 Ey, der macht mit Raketenwerfer so eine Dinger hier Ja, ich weiß, dass so drei Waffen auf einmal sind Echt lustig Oh my goodness, Digga Er ist trash Was macht der da? Er macht den Frosch Bro, wo haben die denn die Mets her? Ja, Bro, was haben die für Waffen, Alter Haben 20.000 Mets Und 30 Waffen, Alter Laserwaffen Komm mit Laserwaffen an Was ist das? Wie viel haben wir das? 48 Okay, passt noch Oh, easy Was? Ey Oh my God Oh my God Oh my God, wenn ich die hochnehme Er ist seine Ehre Oh, ich hab seine Ehre Ich hab seine Ehre grad beerdigt Bro Checkt die überhaupt, was hier abgeht gerade Ich glaub nicht Okay, Digga Das war Hey, mit was hat er mich gekillt, Wondert? Ihn holen wir uns Oh, er hat eine Sniper Oh, wie ärgerlich Oh Okay, er wollte sich die Ehre zurückholen Hat's aber nicht geschafft Richtig Was? Oh Okay, das war ein lucky Shot von ihm Schade, mit dem Team hätten wir hier halt extrem dominiert Bro, da ist wirklich noch ein Team Kann man sich nicht ausdenken, Digga Da gibt's noch ein Team, was hinter mir ist, Leute Da gibt's noch ein Team, was hinter mir ist Was schlechtere Waffen hat Ja, ich würde eher sagen Das war ein lucky Shot gewesen Ob das jetzt wieder reicht, um die Ehre wiederherzustellen Bro, ich weiß nicht Wie sie Naja, jetzt bin ich natürlich ganz am Arsch Bro Mit dem Teil hier drei Kills machen Ich check nicht, wo Ey, die Leute, die Metze haben Ich hab die ganze Zeit keine Metze Ja, macht alleine keinen Sinn Aber es ist gut zum Aufwärmen der Modus Ein bisschen Aim wieder reinzukriegen Aber allein ist halt just das, Leute Aber ich schau auch geil, dass die Runde jetzt mal ein bisschen Ey, Bro, guck doch mal, wie die hier spielen Alter, ich gebe mir aber trotzdem den Headshot Juckt halt nicht Ich gebe ihn trotzdem den On-Turn hier Ja, komm, Digga Easy Komm Oh mein Gott, bin ich gut Komm her Busser Oh, schade Gleich noch wieder Zeit für eine Runde Solo, Leute Jetzt haben wir danach Das ist okay Hey, gib mir doch Dings, Junge Leben Pro Kill Ja, ich weiß, guck mal Die sind ja viel schneller mit den Waffen durch Besonders mit den Lame-Waffen halt Ja, Bro, er hat auf einmal Dings hier, Digga Guck mal, wie die auch spielen, ne Schaffst du es nicht mehr? Ne, ne, ich habe es safe nicht mehr Also jetzt können wir natürlich noch ein paar geilere Waffen, wo ich durch Dings und kann, durchdringen kann, aber Guck mal, die bauen auch richtig und so, ne Bro, Clown noch mal Kill, Bro Oh mein Gott, Digga Oh mein Gott, Digga Die Clown hat auch Retalk 10 Kills Ja, es ist immer Discord, komm der Idiot Aber da kommt der nicht Discord Bro Komm Ich bin wanted, ein Kill noch, komm Oh, die gehen auch gefühlt alle auf mich, ne Wichtig Einer muss noch Ist er hier oder was? Oben Ja, Leistung ist trotzdem barbamäßig, aber Was will man machen? Die gehen auch gefühlt alle auf mich Weil ich nichts dominieren kann Oh, das ist ja das Ja, wo bleibst du denn, Alter? Stück Scheiße, Alter Schlafen, Bro, was geht? Ich habe gehört, du bist wieder am verlieren Oh, ich bin hier am Gewinn ohne Ende Ohne mich kannst du doch gar nicht gewinnen Dumm, Digga, ich zöcke hier gerade solo gegen Team Und ziehe die Leute gerade unnormal ab Ja, 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 ja Das Absicht ist gleich da Ist auf Mitteln, klar Komm rein Bro, da sagte einer, der kann mich hochnehmen Die spielen hier Arsenal-Modus Als wäre das hier World Cup, Bro Richtig mit einbauen, dies, das, anderen hast Aber ich nehme mich trotzdem auf Ich habe trotzdem kein Respekt vor dem Naja, das Das geht da Der Modus ist schon lecker, muss man sagen Ja, ich finde den Solo geiler finden Nein, 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 nein Ich will sag dir ehrlich, im Team ist ja geiler Ehrlich? Solo gegen Team oder was? Oh mein Gott, ich habe gerade drei Kicks gemacht Oha, Maschallah Nee, ich finde den Dings besser eigentlich Ich finde ihn im Schade Viertes Team gewonnen Ja, Conor's zocken zusammen Oder hast du keinen Bock auf Arsenal? Doch, klar, Bro Aber ich brauche noch circa fünf Minuten, ja Wie, du brauchst fünf Minuten? Mach du am besten noch eine Runde und danach Oder erwarte jetzt Geht's euch gut, Leute? Doch, wie schon Ah, jetzt wo ich da bin, wahrscheinlich eher weniger Ah, okay So, wie spät haben wir es? 8 Uhr 48 Hmm Hmm Vielen Dank. Esju einfach verschlafen, Leute. Was sagt ihr dazu, dass Esju verschlafen hat? Das ist auch frech. Einfach nur Scheiße von mir wieder. Das ist doch echt frech. Einem Shop ist voll. Ich will irgendwie einen anderen Char nehmen, Leute. Wer ist denn eigentlich dieser Gamora-Skin? Ist das irgendwie Dardians of Galaxy? Das ist die Tochter von Dingens, Thanos. Oha! Lol! Einfach, das ist mein altes Ich auch in Fortnite endlich. Du weißt schon, dass du auf seinem Kopf Sachen braten kannst, ne? Wirklich, hättest du? Nein. Das sieht so aus wie eine Pfanne halt. Schade, dass du ihn runtermachst. Sag wirklich jetzt. Schade, dass du meinen Kumpel runtermachst. Schade, dass du meinen Kumpel von der Streetfighter runtermachst. Aber okay. Naja. Ich sag mal so, ne? Er hat sich anders verlehnt. Endlich mal wieder um 10 Uhr Downtime. Was war das denn? Ja, das, Leute. Ey, das um 8 Uhr Downtime und so. Das war auch echt auf Rentnerbasis. Wer macht denn um Dings Downtime, Leute? Mach du dann noch eine Runde. Ich bin dann in ca. 5 bis 10 Minuten da, okay? Ja. Du bist weich. Ich weiß aber noch nicht, ob ich mit Es wie eine Runde machen will. Warte mal, ich wollte eigentlich... Was ist der Chat jetzt hier gerade? Ich dachte immer, Stani bekommt einen weiblichen Skin. Ey, aber ich sag euch, der Eskin sieht auch Baba-mäßig aus. Was spielen wir denn heute? Gibt's hier auch... Ah, oha. Sogar anderen Style gibt's den Skin. Das ist ja geil, Alter. Das ist ja echt nice. Was ist das für eine Musik hier überhaupt? Habt ihr Cup gezockt, oder was? Ja, ich wollte eigentlich auch, Leute, die Skin Cup zocken, aber... Arena Zone Wars Duo gibt's jetzt auch, Alter. Okay, das ist krass. Das ist krass, Leute. Neh mal Renegade Raider und zeig den Gegnern, wer der Boss ist. Ja, Leute. Ich kann auch nicht übertreiben. Morgen kann man Superwoman gewinnen. Superwoman. ich weiß nicht ob ich super warum spielen will so ich hab mal grad die dings hinzugefügt müsste eigentlich jetzt gehen ja bumblebee das wird ja wohl zeit für neues äh für neuen dingsbums für einfach für neuen pc bro ja der wonder wumsskin ja ja das geht jetzt übertreibt man nicht jetzt auch nicht der krasseste skin aber ja okay ja 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 ich werde so rein scheißen leute ich werde so rein scheißen hier hot drop nein oh mein nein so dumm von mir oh mein gott oh mein gott digga wie ich treffe bro wie kann man so schlecht sein damit wir holen ja einfach eine ps5 brau was kommt neue kore kasse leute wird heute zerstört also also es würde ein dinges update geben safe call heute wird es ein nices update geben ich freue mich schon drauf naja das aquarium ist nicht aus das ist dings das ist dings leute das geht jetzt um zehn an oder neun glaube ich jetzt erst an so leute nächste runde ihr habt nur eine farbe beim live event gesehen äh ich bin echt gespannt leute heute wurde auch ein großer modus angekündigt großer neuer modus ich bin gespannt wie der wird äh stanni wie heißt der bequemer rentnerstuhl nochmal das ist von dingsbums wie heißt der nochmal welcher markt war von herrmann miller war die markt gewesen ich glaube der aeros oder so heißt aber da gibt es nicht viele gaming chairs von herrmann miller also solltest du eigentlich relativ easy finden und sarah wo feierst du heute geburtstag der ganze chat heute bei sarah zum geburtstag eingeladen ja den teo filter mache ich nachher wie kann ich euch jetzt nicht zeigen der ist top secret update kommt um zehn endlich mal wieder alte update zeiten so wie es sein soll ich muss mal musik draus machen hier komm gib mir nicht auf den sack da ey was macht ihr da warum hat er ab bleibt mein kollege guck mal denkt er kann abhauen er denkt real talk er kann den abhauer machen ok er macht er nicht mit stanni alter nicht mit stanni warum schnell das auto auch ist er haut real talk ab ok er hat wirklich den abhauer gemacht mann ich würde ihn unbedingt holen das wäre ein freak gewesen na gut was soll es gibt schlimmeres looten wir hier oben waren ja eh ein paar ja weil land ist hier auch was macht er denn hier ihre mann digger waschallah so soll es sein leute oha ich schalte jetzt hier die ganze scheiße von lebron jones frei nachher geburtstag feier lief außer ruder oha regern in der normalen runde hatte ich auch schon lange nicht mehr ne über uns ist noch einer das ist bestimmt kein stream sniper kappi wo ist der ich hasse es dieser typ hat wirklich eine halbe stunde wieder metz gefahren ja was soll ich machen leute ich habe keine metz alter und der typ hat eine halbe stunde durchgefahren ey bro er ist so schlecht auch ne ey bro er ist wirklich real talk er war auch so bad gewesen hat er mich gekillt Junge mit halbe stunde durchfahren also dann wäre es auch komplett lost gewesen ne ne das war noch mal das war kein pc spieler also habe ich mir sicher ich glaube das war echt konsolenspieler sie ist halt so ein bisschen wie die sich auch bewegen und so ist hier unten noch einer oha patrick legt direkt auf alter was fällt patrick denn eigentlich da ein patrick sarah geburtstag und will jetzt eine party veranstalten oha somit geburtstagssong und alles ja das ist mashallah die wir jetzt hier richtig den ganzen chat einladen aber ich habe schon gesagt das ist zu krass irgendwie kannst du ja nicht alle zuschauer einladen nein ja ich möchte auch nicht denn ich bin ein das sag ich jetzt mal nicht da ist es ihr leute haa es ihr abgeknallt musst du jetzt wieder meine witze klauen ha 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 ey ich sag euch update wird geil leute das update wird heute das update ist da es raubt bildschlaf ohne fort nein komm ich gar nicht mehr klar und es ist mir egal was sie darüber sagt na wie läuft die runde gut oder die runde läuft ohne dich babamäßig ja kann ich auch nachvollziehen kann ich absolut nachvollziehen kann man wohl in der tat so erwähnen oh ich bin aber auch man ich habe heute gemerkt ich habe ja lange kein fort mehr gespielt aber ich bin immer noch naturtalent leute fortnite ist einfach wie fahrradfahren man kann es nicht verlernen das ist zu krank das ist schön das ist doch wunderbar was machen wir so lange death run naja lass dich arsenal modus zocken hä geldautomat ich komm gleich ich meine das ist schon tragisch aber weißt du was alle finden es toll also also raus da und versuch allen den weg zu arbeiten du bist noch nicht fertig aber ich freue mich immer dich zu sehen siehst toll aus übrigens liebe dein stil bist du scheißen oder was musst du auf klo ich muss nicht auf klo du also nein ich muss jetzt nicht auf toilette wir sind im stream oh er schenkt mir blumen was ein ehrenmann wo ist einfach einer der blumen schenkt wie cool ist das denn das ist cool digger da sehen wir uns doch das ist ja auch neues gerät was reinkommen ist erst halt auch alles verpasst ne guck mal da ist noch einer boah da schießt einer auf dich wir uns sehen der auf sich schießt komm ich komm wie sie sie oha ey rumpeljochen vorsichtig mit deiner karre da ist doch noch einer jetzt gehen wir auf jeden fall die runde leute mit so viel striebe snipe an kommt rein in die karre reinkommen reinkommen weiter geht's ja okay der eine macht es ist nach schade er macht einfach es hier nach ab geht's sport leute gerade haben wir solo gegen sport gespielt jetzt spielen war sport gegen solo muss auch mal sein meiner meint nach aber wie das skin contest vor der wochen lange kein skin contest gemacht doch leute oh mein gott der typ hat gar keinen bock weil der typ hat gar keinen bock mehr so Da ist auch schon wieder unfair, ne? Du sollst auch gar keiner erzählen, was wir hier machen. Oh, Irgendwann. Das soll schon wieder gar keiner erzählen. Gleich kommt der Bann, Leute. Wer hat gewonnen? Boah, wir müssen ihm helfen. Schafft der das gegen den oder verliert der? Gucken, wer gewinnt. Ach, das ist Seidex. Oh mein Gott, Seidex hat verloren. Oha. Oha, Seidex, ich hab dich gerecht, Bro. Alter, dass er dich ja so hochgenommen hat, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Also, dass du dir auch so die Ehre nehmen lässt. Boah, das tut natürlich weh. Das ist natürlich... Warte mal, wir müssen mal kurz hier einmal petten. Komm, flieg. Schnell weg hier, Leute. Schnell weg. Ich war low. Ja, dass low bist, Bro, das wissen wir. Aber das musst du ja jetzt auch nicht jedem im Chat sagen, ne? Oh, Ehre genommen. Ja, du hast alles gegeben, aber ich hab dich gecarried. Alles gut. Kann ja nicht jeder Pro-Player sein. Wäre jeder Pro-Player, wäre jeder so wie ich. Was? Bro, das war... Also, das war cringe. Das dürfst du... Also, das, äh... Bro. Das, äh... Dass er daneben ging. Guten Morgen. Ey! Pfff, wer ist er denn? Ich komme rein. Bro, der macht richtig Welle mit seiner Kuh da. Er fühlt es auf einmal richtig. Er war low. Die Server haben geleckt und die Tasten haben nicht reagiert. Das sind doch meine Ausreden hier. Also, meine Ausreden im Chat will ich aber nicht hören. Die könnt ihr leider nicht verwenden. Er update das um 10 Uhr. Wie in alten Zeiten. Bro, ich brauch Mad Kid. Mad Kid. Oder gibt's hier nicht... Ah, hier gibt's Lagerfeuer, Leute. Noch besser. Wir werden sogar unsere... Seit langem mal wieder eine Solo-Runde gewinnen. Ich hab Wart... Hä? Hallo! Warum kann ich hier kein extra Holz reinpacken? Geht nicht. Hä? Hä? Ja, ey, weißt du, was geht ab? Was war denn da bei dir los gewesen? Bei dir war ja richtig Action-Maction gewesen. Irgendwas mit... Web.de, Anmeldung hab ich gesehen. Alles weg. Was sich abziehen lassen, weiß. Studium mal wieder. Papi. Er wird eh nicht gewinnen. Oha. Schade, dass man sowas sagt. Ja, okay, übertreibt mich, Digga. Nein, ey, ey! Oh, guckt euch erstmal das 5iQ-Movement an. Ah, das hat auch nicht jeder drauf. Das muss man auch erstmal drauf haben. Baba mäßig, Leute. Vor uns sind Wölfe. Oh, Baba mäßig. Oh! Mann, was? Oh, ich sag dir ehrlich, Regan ist aber auch... Oh mein Gott! Der eine hat ihn grad rasiert. Ich muss nach oben. High Ground. Ich brauch den High Ground. Ich hab den High Ground. High Ground! Oh, die haben den High Ground. Aber die hole ich, die hole ich. Pass auf, pass auf. Nein, ey, Bro, das kann nicht sein! Easy, Anna down. Ufo? Ufo? Ufo 368? Ne, 361. Hier unten war noch einer. Boah, ich hab hier Baba mäßiges. Boah, das ist scheiße, was du machst. Ah, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Easy! Ufo 1 sagt sie, wie Glück der da hatte. Hä? Bro, einfach... Ich bin immer noch Pro-Player. Was ist hier? Ey! Bro. Boah! Was? Wie bin ich da gestorben? Hä? Wo hab ich denn da bitte den Fallschaden bekommen? Wie schlecht, Digga. Bro, der Typ schippt mit Ufo, Junge. Ich... Keine Ahnung, ob ich da gestorben bin. Einfach so, random gestorben. Einfach tot. Aus dem Nichts. Fall-Damage, ich bin ja nicht mal weit runtergefallen. Ja, aber ich bin ja nicht weit runtergefallen. Das war ja nur so... Ich bin so um die Ecke gefallen, weißt du? Guten Morgen. Schlecht... Oh, Munke, du hast verloren. Schlechten Morgen wünsche ich dir. Boah, dass du das wieder sagst, ey. Das ist unter aller Sau. Ey, du musst jetzt reinkommen, ansonsten sind hier gleich die Runden vorbei, Alter. Ja, ich komm ja schon, ey. Agam-Sam-Sam. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ah ja. Wen haben wir denn da? Guckt euch mal die zwei an. Bro, wie kann man eigentlich Superman freischalten? Ach so, da gibt's super Aufträge wieder. Bro, ich sag mal so, nicht du bist Superskill, sondern ich bin Supersju. Bro, du bist Supermö vielleicht, aber mehr auch nicht, Digga. Boah, krass, ey, was er sagt. Bro, jetzt kommen ja alle Leute bei dir rein, hä? Du hast die Gruppe auf öffentlich. Nicht ich. Ja, sag das doch. So. Du bist der Gruppenleader, nicht ich. Der letzte, der reinkommt, muss draußen, das war leider Ruka. Sorry. Ruka war der letzte und... Ich sag mal so, da hinten versteckt sich noch ein Alien. Vor dem solltest du dich in Acht nehmen. Bro, du bist das grüste Alien, Alter. Ich möchte nicht, dass du so über mich redest. So, macht jetzt Reddy hier. Reddy. Reddy hier. Ja. Naja. Aber ich hoffe, es kommen noch mehr Streetfighter-Skins rein, Leute. Sagt dir ehrlich, feiere ich unnormal. Leute, wählt alle Teams aus, ganz normale Teams, danke. Was gibt's denn eigentlich jetzt wieder für ein... Dings hier, es gibt da irgendein Ding hier, was gibt's hier? A Wonder Woman Cup. Was ist das für ein Cup, Leute? Ist das wieder so ein... Ich glaube, das könnte wieder so ein Skin Cup sein, wo man den freistellt. Ja, ist doch ein Cup, aber was muss man noch machen? Also, was wird da passieren, weißt du? Bestimmt auf Placement und so. Ist wieder auf Placement, ne, Leute? Warte mal, epischer Sieg. Ja, das könnte... Sieht man hier auch, wie was Kills gibt? Ja, ja, ist wieder auf Placement. Ja. Ist doch geil. Bro, ja, ist okay, aber ich sag auch ehrlich, Leute... Lass uns wieder unsere Pokémon rausführen und dann Abfahrt. Ach, das ist sogar morgen. Geil. Ja, Bro, das Ding ist aber, ich sag dir auch ehrlich, warum können die nicht mal so ein Fun Cup wieder draus machen, so, weißt du? Weil Epic Games denkt, ja, wir müssen auf Competitive... Bro, die machen jetzt laufend diese Platzierungskaps und so und ich weiß nicht, die sind auch trotzdem hart, ne? War auch echt hart. Ich hab das letzte Mal gemacht, ne, mit Tridern zusammen und, Bro, wir haben uns so aufgeregt. Also, das ist echt eklig. Nee, nee, obwohl wir echt eine gute Punktzahl hatten. Ja, das meine ich ja, Bro, da musst du wieder diese... Egal, ob du krass bist, du musst halt noch krasser sein, um da den Skin zu bekommen. Das nervt halt. Ich bin Renegade Raider. Mit SU schaffe ich das. Also, wo er recht hat, hat er recht. Aber ich glaube, du wirst mir dann einfach einen Sandstag aufhören mitnehmen. Das erzähl mal bitte keine Scheiße hier, Alter. Das wird ja immer schlechter hier im Chat. Wusstest du, dass Superman eine Fluganimation hat? Wusstest du, dass du einfach mal deine Klappe halten kannst? Boah, Leute, das ist der Dunk, ey. Boah, Bro, das gibt's nicht, Leute. Das gibt's Realtalk nicht. Meine Items sind wieder richtig dumm sortiert? Ja, seine Items sind dumm sortiert. Er hat ein Item. Bro, mein Item, mein Item ist auf dem fünften Slot. Bro, Digga, er hat, äh, er hat ein... Aber ich sag mal so, ich hab hier schon zwei Kills. Wie viele Kills hast du? Ich hab drei schon. Boah, wie denn? Bro, er sagt... Lüge, Lüge. Das gibt ne Rübe. Freunde, wir machen ein Kill-Duell, wer mehr Kills macht. Und ich sag mal, Stani wird Berlin. Ach, Mann, der war One-Shot. Ey, Bro, ich ging nicht durch, Alter. Wie viel Pech kann man denn jetzt haben? Tja, dazu sag ich mal nix. Oh, absolut schweb. Man darfst mich auch früher den Retail-Row-Bürgermeister. Ja, geht doch. Und dann habe ich mein wahres Ich enthieltet gefunden. Bro, du bist Müllhaufen. Ey, Bro, es ist einfach auch unbelievable grad. Die killen mich so von hinten, ich krieg so ne Müllwaffen grad. Wir haben alle die gleiche Müllwaffen, damit du Bescheid weißt. Ach nee, oah, Bro, du bist ja... Ich möchte nicht, dass du solche Klugscheißersprüche raushaust, ja? Danke. Du bist ja unnormalschlau, Digga. Free Kill. Ey! Bam. Achtung, Achtung. Da klauen wir, der eine klaut die ganze Zeit die Kills, Digga. Alter, ist das wild. Ganz kritischer Hase. Ja, Raygun ist geil, Digga. Wer war nochmal Raygun-König? Ich, Bro. Das ist gelogen. Oh, one is one. Boah, Leute, habt ihr das gesehen? Schön gespitzt habt. Hinter dir, Agam, there is one. Boah, treff doch! Hm. Oh, Heavy-Sniper, oder was? Oh, Zydex. Eieieieieiei. Boah, wie wäre der reingegangen? Zydex, hab ich kurz mal gezeigt, was abgeht. Oh, wo kommt der denn her? Ja, der Cup ist morgen Duo. Trio wäre sogar eigentlich schon besser, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher zu carryen, dass Leute sich carryen. Und no Scoop. Bam. Bro! Da gibt's nichts zu schreien, Stani. Ich möchte, dass du dich beruhigst. Irgendeiner staubt mich da wieder ab. Also, Solo war ich gerade echt besser gewesen. Aus der Hüfte, oder? Das ist krass. Bro. Der baut sich zu wie ein Neandertaler, der das erste Mal Feuer entdeckt hat. Das erfällt mir nicht. Oh, was geht denn da hinten ab? Zydex, hau rein. Komm her, komm. Richtig und richtig. Komm, der nächste. Komm, komm, komm. Zeig dich. Easy. Guck mal, guck mal, wer da kommt. Hey. And no sunshine, and she goes, she goes away. Oh, die Barrel. Das ist ein ganz normaler Schlitzer Cup, Leute. Komm runter. Komm runter. Und da ist der Arsenal-Modus, den wir gerade zocken. Nein, der Kill wurde KS von Monkey Skipper. Hm. Nein, er ist one. Oh mein Gott. Da wurde er wieder ges... Ey, Bro, ey. Mir wird es glücklich, jeder Kill gespielt gerade. Das ist ein Angelegen. Und chillen die einfach, die Ehrenlosen. Denkst du, dass Kevin heute zurückkommt? Könnte sein. Ich glaube, in den Leaks war es sogar drin gewesen, dass Kevin der Würfel wieder zurückkommt. Ah, jetzt habe ich eine andere Waffe, ne? Jetzt habe ich plötzlich eine andere Waffe. Komm, zeig dich. Komm, da ist so One-Shot. Ja, Mann. Mit Crossbow-Headie. Das ist cool. Ja. 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 Äh, er klaut mir den Kill. Äh, wie viele Kills kann man klauen? Ja. Spät haben wir es? 22. Wenn wir die Runde noch schnell zu Ende machen in 8 Minuten, dann können wir noch eine Runde. Boom. Dann muss das schnell gehen. Oh, ich habe ihn nicht gesehen, Leute. Ja, jetzt schreie ich schon immer lauter wie ich, Leute. Klar. Ich bin halt auch ein brüllender Affe. Jetzt wieder in Überland schreit, er hat recht, Leute. Ja, das sagt der Richtige. Das sagt der Richtige, Bro. Nee, warum schießt der nicht? Ja, gut. Die Story ist ein bisschen wild, ja? Boah. Also, ich glaube, Kevin soll wieder zurückkommen. Ich habe auch keine Ahnung, aber... Ja, ich habe den mitgenommen. Ich habe den mitgenommen. Ja, Kevin soll auch wiederkommen. Kevin ist halt ein guter Junge. Nicht so wie du. Was sagte er sich? Ich habe eine Tag, Leute. Ja, komm. Das ist mir zu viel Gemetzel auf einmal so. Du landest, fünf Leute sind neben dir. Ich finde es schade, dass man hier auch kein Schild bekommt, Alter. Ja, so dumm. Das würde den Modus so aufwerten, wenn man hier pro Kill Schild bekommt. Weil dann hättest du auch längere, spannendere Fights. Aber nein, Bro, gibt es natürlich nicht. Bro, immer irgendwie... Warte, warte. Und du auch noch. Wichtig. Irgendwie alle Modi, wo es so übertrieben Spaß machen würde, verkackt. Nee. Nein, der macht ja Spaß. Ist ja auch... Ist ja auch ein geiler Modus, aber... Kevin kommt Pleasant Park und wirklich Kevin wieder zurück, lol. Nee, macht dir auch Bock, der Modus, aber... Keine Ahnung. Oh mein Gott, Leute. Ey, gib mir einen No-Scope, Junge. No-Scope. Bro, weißt du, warum der einen den No-Scope gibt? Weil du schlechtest. Das ist nicht nett von dir. Wie viel hast du jetzt eigentlich? Ich hab 15, du. Ich hab 20. Ist das wieder gelogen? Nein. Trag doch deinen Check. Oh, 86. No-Scope. Jetzt reizt's mir. Du kriegst eine Spitzsacke ab. Ja, was soll ich machen, Leute? Mit Jagdgewehr gegen Pumpgun. Heute kommt ein krasses Update, Realtalk, Leute. Also ich glaube, heute wird echt ein großes Update kommen. Zumindest das Update wurde krass auch angekündigt, jetzt in den letzten Tagen. Was? 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 Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Bam. Ach, komm. Ach, komm. Bro, wir kommen grad nicht weiter bei dieser scheiß Waffe, ey. Tja, jetzt halt alle keinen Aim. Pew, pew. Was? Bro, die haben alle so Baberwassen, Digga. Dich nehme ich auch noch mit. Und ich fall runter. Mein Kind. Hört ihr das, Mann? Hört nur. Pew, pew, pew. Pew, pew, pew. Bro, was? Was? Der Typ trifft den Grandin mit der Raygun. Bleib mal ruhig, Junge. Bleib mal ruhig mit den jungen Pferden. Was ist das für ein Gemetze hier oben eigentlich? Ey. Du bist onehot. Onehot, ja, moin. Oh. Wie viele Mets ich auf einmal hab. Ach, man kriegt Mets, wenn man Kills macht. Nee, nee, wenn du einsam willst. Richtig? Falsch. Ich renne hier oben mit grauer Scheiße. Das tut weh. Oh mein Gott, grad hab ich nen Lauf, Leute. Oh, Grappler, Leute, Grappler. Wir müssen uns vereinen. Ja, ja, das ist für uns auch vor. Zwei Kills nur noch. Zwei Kills. Ja, den letzten Kill macht das cool. Nein, ich hab grad sogar jemand gepickt, extra. Das ist der letzte Kill. Ein Kill noch, ein Kill noch. Nein, 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 nein. Konzentration. All gewonnen. Oh mein Gott, Digga. Ey, Jungs, schnell raus. Wir können noch eine Runde machen. Eine Runde können wir noch machen, ja. Aber nicht Arsene, lass noch mal, oder? Zu viert. Ja, lass noch mal. Fühle ich jetzt mehr. Ich glaub nicht, dass ein neuer Ort kommt, aber, ähm, Dings wird kommen. Die Leute müssen jetzt schon ready machen, ne? Hallo, ihr müsst ready machen, Jungs. Ey, ich lass kurz noch raus. Ach, alles gut. Schauen wir noch. Ey, oha, ist du beleidigt, Alter, weil die das nicht sprügelnd raus schaffen. Tja. Ey. Aber du hast Stoffelgeräusche. Bro, ich muss da ja jeder alles ja ausmachen. Der hat gar keine Störgeräusche, Digga. Was laberst du? Ach, ich hör mich doppelt. Skipper, mach ready. Skipperino. Eine Runde schaffen wir noch. Komm, 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 komm. Seht ihr diese Moves, die er drauf hat? Bababam. Blub. Ich bin Fischkopf Larry. Sani, warum lügst du eigentlich immer? Ich möchte nicht, dass du hier rumlügst, wie immer. Leute, wer bin ich? Ich bin eine gewisse Person, die immer hier anfängt zu lügen. Da gibt's auch nichts zu lachen, Chat. Ihr wisst doch selber, wenn ich meine, oder? Ist in Ordnung. Warum dauert das lange, Digga? Was ist das? Ich kann doch auch nichts dafür, dass du wieder so ein scheiß Internet hast. Bro, wir sind Real Talk eine Minute vorher reingekommen noch. Wie krank ist das bitte? Wie krank ist das, Freunde? Ich hoffe, die Ufos sind da, sonst haben wir keinen Grund. Leute, ich will euch jetzt mal kurz was zeigen, ne? Und ihr müsst im Chat erraten, wer ich bin. Jetzt macht er mir nach, Leute. Ich sag das 10 Sekunden vorher. Er macht genau das Gleiche wieder. Hä? Was darfst du? Ich mach das gar nicht da, Digga. Woher soll ich wissen, dass du nicht da bist, Digga? Ich hab genau das Gleiche vor 10 Sekunden gesagt. Wer bin ich? Leute, ratet mal, wer bin ich? Wer bin ich? Und er macht das 10 Sekunden später. Leute, wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Hallo, ich hab mir einen Bart gemacht. Ich bin ein Waki. Ich bin ein Waki. Ich hab mir einen Wikinger-Bart gemacht. Ich bin ein Waki. Ich bin Waki. Wer bin ich jetzt? Ach, scheiße, ich hab mich ja selbst verraten. Wie dumm. Wie dumm. Ich hab mich selbst verraten. Ich bin Standardgrill. Guten Tag, meine Freunde. Heute schreie ich euch wieder alle an. Ihr habt es auch nicht anders verdient. Es gibt keine Ufos. Warum nicht? Wie schlecht. Ich bin ein S-U. Lass. Lass was? Lass uns. Russpringen. Ein alle Streamsniper. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Nee, wir machen... Lasst ihr jetzt nicht leben. Wir müssen... Kommt am Ende zu uns, Leute. Kommt am Ende zu uns, dann können wir zusammen zocken, aber... Dann können wir zusammen Hand in Hand durch die Welt gehen. Ja, wenn ihr jetzt kommt, Leute. Dann müssen wir euch killen, weil sonst... War down. Baby, are you down? Down, down, down. Down, down. Bro, verpiss dich hier. Ey! Ich bin doch der Erste, ey. Klein 31. Ich war der Erste. Einzelne von euch. Bro, habt ihr gesehen, Chat? Ich lande und die kommt zu mir einfach. Hammer Team wieder. Hammer Team. Ja, super. Nicht mal einen Schilddrang habe ich jetzt hier. Ihr wisst, die Runde dürfen wir eigentlich nicht verlieren, ne? Reezy, du Frechdachs. Na, junge Dame? Lass mich hier in Ruhr, Digga. Was ist noch? Da kommt jemand. Wir müssen Skippy holen. Ey, wow! Hinter dir. Ich bin noch bei dir, Bro. Ich bin noch da. What? Was gibt's auch noch? Bro. Das ist doch der krasseste Clan überhaupt. Sag mal so, der Monkey Clan ist aktuell der krasseste Clan. Ja, weil es keinen anderen Clan mehr gibt. Ja, da könnt ihr mal sehen. Alle Monkeys hier, ihr seid noch die einzigen OGs. Ey, da ist ein Esel. Ich hab halt gar nichts, Digga. Hinter mir, vor uns. Hab ihn. Wo ist Agam überhaupt? Bei Agam ist lustigerweise kein einziger Gegner. Nicht ein Gegner ist bei ihm. Die ganze Scheiß-Stream-Sniper, Digga. Seid so. Ich melde ihn auch. Report ihn direkt hier, Digga. Face Noah, Digga. Ja, du bist richtig Face-Spieler, Digga. Scheiße. Agam, es ist schon echt wichtig, dass du... Hol einfach Karten und taue ab. Wir dürfen die Runde nicht verkacken. Weil das war's sonst. Nimm Karten und taue einfach ab. Stannis-Karte noch. Digga, das Ding ist, die waren auch alle One-Hit, ne? Die waren alle One-Hit, Digga. Aber dann geht rein, macht 10 Kills, macht 10 Damage, alle weg. Rennen, Junge, rennen. Sehr gut. Nee, renn nicht dahin, renn nicht dahin. Rennen komplett weg. Nicht Lazy Lake hein. Da unten rechts ist jemand. Ist das ein Bot? Oder? Nee. Agam! Bro, Agam, Digga. Das war ja auf Stannis-Level. Halt dein Maul, Digga. Das war nicht mal auf mein Level. Das war auf Bro, grad Fortnite gestartet. Meld diesen Typen, meld diesen Typen, bitte. Digga, ich glaube, Aura war nicht mal Streamsniper. Nein, dieser Face Noah war Streamsniper. Wie komme ich auf ihn? Ach so, ich kann ihn trotzdem melden. Mal bereit machen, Mann, Agam, Digga. Mach einfach ready, Leute, bevor wir... Vielleicht haben wir noch Glück, 34 oder so. Nein, nein, nein. Könnte Matchmaking aus sein. Steine mal mal ready. Ja, ich habe ready gemacht, aber es ist... Komm, komm, eine Runde noch. Schade, Mann. Das war... Tokio-La-Bomba, Digga. Alle Streamsniper hier. Stace ist das. Ey, sieht gut aus. Vielleicht komme ich noch ins nächste Game. Na, das war echt enttäuschend, Agam. Das war... Hast du überhaupt schon mal Fortnite vor diesem Tag hier heute schon mal gespielt? Also, das ist seine erste Runde. Für immer. Ich glaube, Agam, Leute, macht Agam bitte jetzt nicht runter. Das war Agams erste Runde. Der hat heute erst mit Fortnite angefangen. Agam, für deine erste Runde war das echt gut. Für deine erste Runde war es okay, ja. Ja, safe. Also, ich fand das sehr hervorragend. Schöne Leistung. Ne, seine zweite Runde war es gewesen. Ah. Ja, für seine zweite Runde war es eigentlich ganz solide, Leute. Wie schlecht willst du sein? Agam, ja. Wir kommen noch rein, ja. Ich hoffe. Ich glaube nicht. Ja, Agam hat länger überlebt, weil er ja auch weggerannt ist, weil er Angst hatte. Von den Gegenden an. Deswegen hat er länger überlebt, wie wir alle. Bei Agam war auch kein einziger Gegner. Ja, die sind alle zu uns. Das waren alle Streamsniper, Leute. Ich habe ja gesehen. Bei uns waren direkt vier, fünf Leute. Und wie die auch alle hießen, das waren alle Deutsch, Leute. Kann ja nicht sein, oder? Der eine war Hort, der andere Face Noah. Das sind alles deutsche Namen. Digga, das ist doch... Nur Leute aus Deutschland nennen sich hier irgendwie Face vom Namen. Digga, du denkst dich auch nur, weil wir zwei Wochen Fortnite nicht gespielt haben, sind keine Streamsniper mehr drin, oder was? True, Digga. Ahm. Oh, stark. Die gucken jetzt Face einfach zu. Oha. Wenn er den noch trifft, dann wäre krass, aber. Er war schlecht. Wo hast du überhaupt so viele Mets? Hast du Bandigun gerade gehabt? Ja, ne? Bro, wann kommen wir denn in ein Game rein? Ich hoffe, ich komme nicht mehr ins Game rein. Gar nicht mehr, Bro. Ja. Weil Agam verschissen hat. Schade. Und der nächste Streamsniper von der Seite. Hat einfach Lamy gefunden. Agam sagt, wir kommen noch rein. Nach drei Minuten Wartezeit sagst du, wir kommen noch rein. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Du hattest deine Chance. Und diese Chance hast du leider vermasselt. Genau wie Stace. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss man sagen. Ich bin auch enttäuscht. Auch von Stace jetzt gerade, ne? Ich bin auch von dir enttäuscht. Ach, Leute. Auf wen kann man sich denn verlassen aus meinem Team? Nur auf Monkeyskaper. Warum? Weil er aus dem Monkeys. So. Nein, wir kommen nicht mehr rein. Das sucht dann... Wir können rausgehen, ja, aber... Dann kommen wir erst recht nicht rein. Wir könnten ja noch einen Devran machen oder so, Bro. Ein geschmeidigen Devran. Hast du Bock? Kannst du gleich Splitgate streamen? Weiß nicht, Bro. Irgendjemand hat reingeschrieben Labyrinth oder irgendwas. So ein Game, ne? Wartet mal, Leute. In Fortnite? Labyrinth? Nein, nein, nein. Chat, ist jemand von euch noch im Creative-Zentrum? Irgendjemand? Was machen die da für eine... Mädchen-Party? Ey, was soll das? Mensch. Spielt Mario Kart. Ruka ist noch in Creative. Ja, Ruka ist also noch in Creative drin, ne? Labyrinth. Ja, auf Steam, das kostet... Was kostet das? Ist das ein... Oha! Das ist so... Da muss man so ein Monster jagen oder so, ne? Ist das Co-op? Das sieht echt nice aus. Soll ich mir holen, oder was? Ja, das können wir mal abends zocken, richtig ehrlich. Das sieht echt geil aus. Ne, 8 Euro kostet das, oder? 8,99 Euro. Ja, super. Also, stark. Ja, Esti, du musst mal rauskommen. Ich frag die ganze Zeit, was wir machen sollen. Ö, ö. Bro, warum bist du denn im Game drinne? Wir warten alle auf dich. Weil ich den Typen zugucke vielleicht. Ja, es interessiert aber keinen, wenn alle auf dich warten. Ja, aber ich frag doch gerade, sollen wir vielleicht Creative reingehen? Mach doch erstmal ready. Bro, es geht nicht. Wer hat dir dann in deinem Hirn gekackt? Fehler bei der Spielsuche. Es geht nicht! Oh, Bro. Was ist los? Es zu nerven. Ja, das stimmt. Genauso wie du. Super, geht nicht. Stark, Agam, stark. Jetzt, er wollte nur, dass ich nicht mehr zugucke, Digga. Bro, was juckt mich das, ob du zuguckst? Ja, ich weiß, dass dir das nicht, dass dir das komplett egal ist. Werkzweck hat mich eingeladen. Ich werde jetzt aus dieser Gruppe gehen, weil die Gruppe stinkt nach Scheiße. Spaß. Ich lade euch mal gleich ein. Wir könnten eventuell... Werkzweck hat mich eingeladen. Komm rein, soll ich dich einladen? Kannst du bei Ruka reinkommen? Ich bin jetzt schon im Creative Zentrum drin. Ich bin auch schon im Creative Zentrum drin. Ja, warte, dann komm ich. Ich war zuerst drin. Ich komme ja schon, Monkey, ey. Früher war es Stani nett. Das stimmt. Bro, ich habe keine Ahnung, was er für die ganze Zeit labert. Der labert immer so wöres Zeug, ich sage euch ehrlich. Das sieht man bei ihm. Bro, du musst mich einladen. Okay, er ist hier, warte. Wöres Zeug. Derjenige, der das geschrieben hat, kann das nicht mal buchstabieren, ey. Wöres Zeug, ey. Ich glaube, es knallt. Trete dem Server bei. I created Modus. Stu, kannst du einladen? Aber selbstverständlich lade ich ein paar von euch ein. Boah, was ist das hier, Leute? Cast Away Royale. Use Fishing Road to push others. Okay. Rainbow Default. Oha, ein neuer. War das geil, Digga? Ein neuer Rainbow Default. Da ist man eigentlich auch Bock drauf. So, Leute. Rest müsst ihr einladen. Das dauert mir sonst zu lange. Bergzwerg. Weltmann hier, Alter. Bergzwerg. Anmelden hier. Wir könnten auch... Guck mal, was ist das? The Dead End Zombies Survival. Bee Tycoon. Bee Tycoon? Oha, wird man da zum Bienenkönig? Da würdest du einfach inklau. Become a beekeeper. Make and sell your own Honig. Own adorable pets. Okay, lass da rein. Vielleicht werden wir Imker. Leute, wir wären jetzt einfach unser eigener Bienenkönig. So ein Ding ist das. Starten in zwei Sekunden. Eins. Kann man das nur zu zweit zocken oder warum kommt keiner rein? Nee, eigentlich nicht. Wo ist Pets, Leute? Bee Tycoon. Boah, ich muss die Pickaxe ändern, Leute. Das blendet so. Was hast du denn für eine hässliche Spitzsacke? Ja, lass anfangen. Play with Otters. Otters? Wer ist Otter? Play with Otters. Ja, jetzt bin ich gespannt, Leute. Stand auf, das ist ausgelöst. Skip Tutorial. First thing to do when you get in. Hebe Blumen auf, verkaufe die an den Floristen und bekomme genug Gold, um dir dann deinen Hive-Plot zu kaufen. Oh, da ist ein Imker, Leute. Die ist das. Ja, wir brauchen keine Tutorials. Scheiß drauf. Tutorials sind überbewertet. Start Game. Abfahrt, Leute. Hallo? Okay, hallo, Jungs. Die Reise beginnt. So, Leute. Digga, jetzt kann ich nicht beitreten, weil ich nur... Da sind aber schöne Blumen. Ja, wir müssen jetzt hier Blumen einsammeln. Und dann machen wir jetzt quasi Imker-Skill, Leute. Okay, Leute. Da sind noch weitere Blumen. Pinkflowers. Ja, jetzt würde ich kein Englisch können. Schade. Oh, die Bienen machen richtig viel Damage, Leute. Ganz gefährlich. Oha, Alter, hier kann ich mir gleich mal ein eigenes Imker-Dings raussuchen. Ich sammle jetzt erstmal Blumen ein, Leute. Überall hier. Hier noch ein paar Blumen, Leute. Das muss man da machen, ne? Ja, die Blumen könnt ihr auch eurer Mutter schenken. Warte mal, Leute. Ich muss kurz muten, die Leute alle. Sonst, äh... Wer möchte ne Blume? So, Leute. Wer wird ein besserer Imker sein? Ich oder Esju? Das ist die Frage. So. Gucken wir uns das mal hier genüsslich an. Aber ich sag euch ehrlich, Leute. Das sind halt so Dinge, wo ich in Fortnite sehe, dass das Potenzial hat. Besonders auch so ne Games und so. Hä? Warum hast du schon Punkte, Bro? Weil ich halt einfach der Imker bin, Digga. Ich sag mal so, Leute. Seppi, turn up your Hive-Plot. You need to sell. Ah, Leute. Ich muss jetzt erstmal einen Honigtopf kaufen. Muss dafür meine, äh, Dingsverkauf... Äh, meine Blumen verkaufen. Bei dem Blumenladen. So, mal gucken was... Der Fisch kommt und klaut mir meinen Blumen. Böser Fisch. Äh, Marco, Digga. Äh, oah. Die Bienen rasten richtig aus. Under Construction. Äh, wo kann ich denn hier Flowers verkaufen? Ich muss wie so ein... Äh, Leute. Ich kann mir so ein eigenes Dings kaufen. Das wäre voll geil. Ja, Schadebergzwerg, dass du auf mich gehst. Äh, ich kann mir so ein eigenes Dings kaufen. Wie geil ist das, Leute? Pretty Petals kann man hier in Blumen verkaufen. Sell Flowers. Boah. Äh, Esju, du Schmutzfink, Alter. Jetzt reicht's mir, ey. Du wirst gleich sehen, was du davon hast. Bro, ich möchte nicht, dass du mich während meiner Imkerzeit stört. Geht also weg. Äh, das ist voll geil. Also, wir haben jetzt Blumen verkauft, Leute. Und dafür haben wir Geld bekommen. Und dafür kann ich jetzt quasi meine eigene Imkerfarm kaufen. Das ist geil, eigentlich. Das werden wir gleich mal machen. Ja, Esju killt wieder, Digga. Er denkt aber, Leute, ist egal. Wir werden eh ein besserer Imker sein als Esju. Bro, du hast noch nicht mal einmal eine Biene angefasst. Bro, deine Oma ist eine Biene, Alter. Lass mal eine Oma aus dem Spiel. Ja, okay, dann lass ich's aus dem Keller. Boah. Sag mal so. Wir dürfen nicht so dicht an die scheiß Bienen da rangehen. Oha, guckt euch den an. Guck mal da oben, Leute. Ja, die sollen sich fighten da, Leute. Ich mach mir erst mal hier schön Blumen sammeln. Esju schon 130 Punkte. Ja, weil er killt, Leute. Weil er killt. Bro, ich hab zwei Kills gemacht. Mit zwei Kills bekommst du nicht so viele Points. Ich hab halt ganz viele Blumen verkauft. Ey, und man kann hier einfach Haustiere kaufen. Das ist auch geil. Ich sag euch ehrlich, in so einem Game-Mode, wenn die richtig geil ausgebaut sind, hier sehe ich die Zukunft in Fortnite. Sag ich euch hundertprozentig. Wenn später Morden möglich ist, boah, das wär echt so GTA-Niveau dann. Ich muss mir erst mal... Fortnite RP. Imker. Die Imker-Story. Wurde der schon gekauft hier, Leute? Wie viel brauche ich denn überhaupt? Ah, das wurde schon gekauft, Digger. Scheiße, Leute. Oh, der wohnt da, Leute. Der wohnt da. Verpiss dich. Ich hab viele Blumen. Fett, möchtet ihr eine Blume? 50 Gold braucht man. Oha, ich hab gerade mal 30. Das ist ja voll heftig, Leute. Da müssen wir ja einige Blumen verkaufen. Ist denn auf dem Deckel hier, Digger? Reicht mir jetzt mit dir. Superman wurde zum Imker. Guckt euch mal den an. Oh mein Gott. Der macht die Politik. Michel, Junge. Danke für den Fimma hier. Du bist ein... Wie komm ich da rein? Du bist wirklich ein heftiger Ehrenmann. Dank dir. Hm, Plot-Owner, Not-Owned. Oh mein Gott, das können wir ja sogar für uns in Anspruch nehmen. Ja, du kannst ja... Ah, Leute, man kriegt sogar Coins, wenn man Leute killt. Der Arm ist hier eingeschwert und kommt nicht mehr raus. Warum das? Haha, der weint einfach. Selber schuld. Da kannst du bis morgen dann noch weinen. Schau, die Blumen hier mitnehmen. Boom. Oh, hier sind ganz viele Blumen, Leute. Nehmen wir die und dann rennen wir da rüber. Und starten unsere Imker-Farm. Schnell, Leute. Boom. Boom. Ja, man. Unser eigenes Dings hier, Leute. This area is ready yet. Come back later. Okay, die machen jetzt hier gerade alles fertig. Jetzt müssen wir hier, Leute. Oh mein Gott, wir haben unser... Leute, ich kann jetzt... Ich muss jetzt Bien-Dinge einsammeln hier, Leute. Ah, ich brauche Erz, Leute. Oder was ist das? Kartoffeln? Ne, ne. Sind das Kartoffeln? Leute, wir müssen jetzt hier die Bienen einsammeln. Hier, pass auf. Wir gehen ganz kurz mal in unser Dorf rein wieder. Oh, die haben mich gekillt. Ah, ey. Oh mein Gott, wir brauchen noch so ein Bienen-Werkzeug, Leute. Das müssen wir uns wahrscheinlich in der Stadt auch kaufen. Money for Honey. Hier, da ist es doch. You need Hive-Pieces. Wo kriegen wir diese Hive-Pieces? Turn your honey into money. Okay. Flowers können wir da verkaufen. The most powerful pets. 500 Gold and some tortoise. Was ist denn... Wie viel Gold brauchen wir hier? Zeugs. 500, aber das war was Special-mäßiges. Ich muss erst mal rausfinden, wo kriege ich diese Hive-Dinger. Ich weiß es, aber ich sag's dir nicht. Ja, du bist halt eh los. Nein, die sind alle rausgeflogen. Ich glaube, das ist gleich vorbei, oder? Guck mal, die haben zu früh verabschiedet, steht da. You need Hive-Pieces. Ich guck mal gleich noch, was für Tiere hier gibt. Stace, weißt du, wo man das bekommt? Diese Hive-Dinger? Bro, im Laden bestimmt, du Idiot. Ich war schon da, Bro. Man braucht was anderes. Nein, warum man nicht. Was gibt's hier für... Oha, Leute. Guck mal, man kann sich hier... Was kann man sich hier kaufen? Oha, das ist aber teuer, Leute. 500 Gold für eine Schildkröte. Boah, guck mal, wie viel Kälte ich hab. Da kann man sich eine Katze für 500 Gold tun. Und, oh mein Gott, einfach Estu kann man sich kaufen für 500 Gold. Hahaha. Lustig, lustig. Das ist geil, Leute. Lalalala. Plot-Owners-Standard-Skill hier. Kann ich seine Bude kaputt machen? Ich kann bei seine... Oh, Leute. Ich kann alles sabotieren. Leute, ich brauch hier halt... Das hier, das brauch ich, Leute. Zum Honig abernten. Money for Honey, ja. Hier kriegen wir... Okay, er hat das auch noch nicht, Leute. Das ist gut. Wenn wir jetzt Honig abgeben... Kriegen wir dann... Aber, oh, wir müssen so viel sammeln, ne? Wir müssen so viel scheiß Blumen sammeln. Nein, nein, ich hab ja schon... Ich bin längst nicht da, wo wir ange... Ey! Ich wurde angefurzt. Ja, Leute, Estu hat halt irgendwelche Streams halt einfach gekillt. Ist halt klar, dass er mehr Geld hat als ich. Ich hab zwei Kills gemacht, Digga. Ich hab gerade... Egal. Bro, gib's einfach zu. Du bist halt kein Imker, Digga. Du bist und bleibst kein Imker. Bro, bitte quatsch nicht. Hm. Vielleicht hier links, Leute. Ah. Honig, monig. Überlegt mal, da sitzt jemand. You are dream, you are swimming in the sea of golden honey. Ich schlaf einfach. Naja, gute Nacht. Schlaf mal schön. Ich sag mal so, Leute. Ich war mal Superman. Jetzt bin ich... Leute, guck mal. Leute. Oh mein Gott, wie viel Gold wir haben. Ich hätte ja viel mehr verkaufen können. Oh mein Gott, ich bin so rich jetzt, Leute. Ich bin einer der richesten hier. Richesten. Standard Richesten. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Alter, jetzt geht's ab, Leute. Ah, hier ist Safe Zone sogar in der Mitte, ne? Ist das Safe Zone? Stanley Richesten. Bro, ich kann die Waffen nicht wechseln. Warum das, Leute? Hier komm ich hier wieder raus. Ich glaub, warum kann ich die Waffen nicht wechseln, Freunde? Ey, ich bin hier verbuggt. Warum kann ich die Waffen nicht wechseln, Bro? Naja. Sag mal so. Ne, Bro, sei mal ehrlich jetzt. Weißt du das? Ne, Bro. Ja, bei mir ist verbuggt, Leute. Weißt du, wo man diese Hälfte-Dinger kriegt? Nein, weiß ich nicht. Ja, bei mir ist verbuggt, Leute. Ich kann jetzt die Waffen nicht wechseln. Weil ich lass mich mal killen. Weg von meinem Bienenort hier. Hmm, jetzt weiß ich, was ich machen muss, glaub ich. Ich stehe einen guten Tag. Ich stehe einen guten Tag. Einen Schuss hab ich nur. Jetzt geht's, Leute. Oh mein Gott, jetzt geht's, Leute. Jetzt geht's, wie geil ist das, bitte? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Bro. Wir sind Freunde. Hä? Lass mich nur mal in Mkarbeit ausführen. Oh mein Gott, Leute. Guck mal hier. Mein erstes Honig geerntet. Ey! Komm her! Gib mir meinen Honig. Ey, du kleiner ein Dreißiger. Bro, das war mein Honig. Nigga, ihr seid zu meiner Bienenbarbe da gekommen. Ey, ihr losen. Weg mit euch. Jetzt macht das alles einen Sinn. Ich glaube, ich spinne hier. Meine Güte, ey. Das ist meins, aber. Alles Honigdieber, Alter. Was soll das denn, Leute? Geht das eigentlich auch mit? Nee, geht nur hier mit, ne? Nee, ich glaube, da müssen wir einfach Schaden machen. Ey, voll geil gemacht, Leute. Das ist echt geil gemacht. Leute, das ist gut. Das ist gut. Wo waren wir? Warren wir dort? Das war, glaube ich, was anderes. Komm schon. Weg mit dir. Komm mal her, hier. Komm her. Ich muss eine zweite Waffe holen, Leute. Ganz wichtig. Wow. Eine zweite Waffe. Scheiße. Ach, das wäre schlauer gewesen. So, Leute, wir müssen jetzt mal gucken, was können wir jetzt hier mit dem Honig bauen. Wir haben jetzt Honig. Wow. Leute, guck mal. Wie geil ist das? Das ist ja voll geil. Ist das mein Gebäude gewesen? Weg mit dir. Weg von meinem Honigbeam. Und dann startet die Imkerreise. Noch schnell Honig einsammeln hier. Da nochmal Honig. Dann gehen wir jetzt kurz rüber. Rein damit. Rein damit. Bam, Agam. Das stecken wir jetzt hier rein. Weg von meinem Imker-Honig. Ich bin einfach Imker geworden. Leute, ich bin Erster. Nein, ich brauche noch. Schön für dich. Ich bin Erster, Leute. Ich bin Erster. Ey, lass mich hier raus. Zu krank, was abgeht. Jetzt geht richtig meine Imker-Karriere los. Richtig. Braucht ihr den Honig noch? Ich habe mir einen scheiß Bogen gekauft, Leute. Das ist doch dumm. Ey, Jungs, hört auf zu trollen. Macht euren eigenen Imker-Scheiß. Trollt ihn, trollt ihn. Sabotiert ihn. Er schummelt wieder. Sag mal so. Meine Harpune ist einfach weg. Scheiße. Bam! Jetzt brauche ich vier, oder was? Agam. Agam, Junge. Ich möchte nicht, dass du dich so benimmst. Schnell, Leute. Oh mein Gott. Ich habe schon zwei Beam-Dinger, Leute. Oh mein Gott. Ich mache richtig Cash. Und jetzt gehe ich erst mal das erste Mal Honig verkaufen. Ich gehe jetzt das erste Mal Honig verkaufen, Leute. Und jetzt richtig Cash-Mesh gemacht. Pretty Piddle. Jetzt machen wir Ultra-Para. Hallo, junge Floristin. Guck mal hier, Money for Honey, Leute. Money for Honey, Alter. Hier, was können wir verkaufen? Das hier. Oh mein Gott. So. Was haben wir jetzt gemacht? Haben wir jetzt Geld bekommen? Ich glaube, wir haben Geld bekommen. Was haben wir Geld bekommen? Na ja, ich sage mal so, Leute. Ich muss weiter Blumen holen. Noch zwei Stück. Und dann holen wir uns wieder eine Harpune. Richtig. Oh, cool, cool, cool. Ich habe zu viel gekauft. Scheiße, dumm. Noch eine Blume. Pfeile klauen, Digga. Und dann gehen wir wieder verkaufen. Hallo, kleiner Fisch. Das läuft Baba-mäßig. Und jetzt? Kommen wir wieder zur Floristin. Schönen guten Tag. Einmal bitte verkaufen. Dankeschön, Dankeschön. Alles mitnehmen hier, Leute. Jetzt gehen wir uns die Harpune holen. Ich muss mal kurz gucken, was wir als nächstes machen. Schnell die Honig mitnehmen. Es wäre auch cool, eigentlich Terry zu kaufen, Leute. So ein Haustier wäre auch schon geil. Terry, die Schilddritte. Boah, da kann man Minen und so holen. Boom, ich habe ihn weggehauen, Leute. Alles gut. Wir haben ihn weggehauen noch. Oha, danke für die Pfeile. Ja, bro, ich habe doch gesagt, guck mal, wie ich SEO aufgeholt habe, Leute. Und ich habe gerade mal... Bro, ich habe meinen Skin gewechselt und alles, Digger. Ach, bro, da haben wir doch keine Scheiße. Hab ich wirklich? Ich habe mich hingelegt und so. Und als du da noch getryhardet hast... Bro, ich habe nicht mal getryhardet, aber lass mal. Ja, 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 ja. Ich kann mir jetzt erstmal Bienen waben. Nicht so wie du, ey. Ich habe nicht mal getryhardet, Leute. Ich habe hier ganz entspannt... Ich sage sogar, ich lege mich jetzt noch hin. Ich wechsle noch ganz genüsslich meinen Skin. Aber okay, bro. Kein Problem. Du und deine Politik. Guck mal, was sie hier machen, Leute. Nein, das war schon kaputt. Die machen ja alle Ärger bei mir. Hört auf, haben wir zusammen zu machen. Der Biedenkönig ist weg, ja, Leute. So ist das true, true. Würdest du sagen, dass du Imker bist? Boom, weg mit dir. Ey, es leckt nicht. Es ist verpackt. So, Leute, können wir jetzt das nächste bauen? Wie viele habe ich von denen? Ich glaube, ich habe drei, ne? Das heißt, ich brauche noch einen. Ey, irgendjemand klaut hier bei mir! Das macht er gut. Irgendjemand hat den Honig geklaut! Honig, monig. Ich glaube, jetzt müssten wir vier haben. Die Ekligen! Ja, komm doch rein. Hier bin ich sicher, du Idiot. Hier bin ich sicher. Hier bin ich sicher. Komm her! One-Shot-Goal. Dankeschön. Ey! Die klauen wieder meinen Honig! Wie brauche ich hier? Sechs. Uh, ganz kritisch. Ganz kritische Hase. Jetzt haben die eine Bombe vor mir hingelegt. Super, Leute. Also, sag mal so. Die Leute laufen hier rum. Als würde es keinen Morgen mehr geben. So, guck. Nein! Jetzt, wo wir richtig back im Game waren, macht das so viel Bock. Boah, das ist ja eh, guck mal. Das muss man nachher nochmal zocken. Das hat echt Spaß gemacht. Das ist echt geil, Leute. Ich will da echt noch so ein Haus hier uns zu kaufen. Macht das Tor. Das war echt geil, Leute. Ja, die Leute müssen halt auch das Serial spielen. Dann macht es halt Bock, so heißt es. Was machen wir jetzt, Bro? Ich mache hier mal Cam groß. Herzlich willkommen bei YouTube. Servers und Daumen, Leute. Hallo, Leute. Ja, schade. Ich war gerade so gut als Bienenkönig unterwegs. Manfred, bist du das? Wir können ja mal auf Twitter gucken, ob es da einige Leaks schon gibt, aber... Hm, safe nicht. Kommt bei dir oder bei Stanley noch GTA? Bei mir nicht. Bei dir Stanley? Als Video, denke ich mal, meinte, ne? Was für ein Ding als Video? Komm, die Frage, ob bei dir oder bei mir noch ein Video kommt. Bei mir nicht, bei dir. Ja, bei mir auch nicht, Leute. Wir sind doch... Ey! Oh mein Gott. Du bist nicht angemeldet, ne? Oh, Leute. Wir könnten... Ich hätte Bock kurz auf RP. Wollen wir kurz reingehen, Leute? Bro, wir könnten echt RP machen. Wie kann ich da mitmachen? Warte mal. Eigentlich müsstest du da rauf können ohne Weitliste, ja. Warte mal. Auf GRP, Bro. Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, was ich da machen muss, eingehen muss. Ähm. Wo ist ein Hansen, wenn man den mal braucht? Johannsen. Scarlett Johannsen. Wartet mal, Leute. Ey, Leute, sollen wir nachher noch Dings zocken? Warte, ich ruf ihn mal an. Ich schreib ihn mal. Leute, wollen wir nachher noch Dings zocken? Äh, nochmal das Imker-Spiel. Das Imker-Spiel war schon echt geil, muss man sagen. Doch, Alter, das machen die echt gut, ne? Überleg mal, wenn das später mit Modding noch möglich ist. Äh, äh, Hansen, hast du kurz Zeit, Digga? Kannst du kurz noch mal in den Discord kommen? Johannsen. 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 Fallgeist? Nee, Fallgeist zocken wir heute nicht. Heute wird es keinen Fallgeist geben. Au, mein Auge juckt so hart. Ja, viele haben auch wieder reingeschrieben, ich soll mal Finding Bigfoot zocken, aber ey, Leute. Oha, wo... Warum ist... Oh, mein... Kommt, Gerhard. Gerhard, ja, ich glaub, ja. Leute, oh mein Gott, wir haben Noob-Schutz weg, geil, Digga. Und, warte mal. Ja, schade, dass du nicht auf mich wartest. Oh, okay. War das nicht so? Ich glaub, das muss er mir ingame geben. Äh, ja, warte, ich hab ihn grad geschrieben. Aber eigentlich müsstest du doch so raufkommen, bin ich der Meinung. Wenn du mir sagst, was ich eingeben soll, Digga? Ey, Leute, ihr seid doch mal so eine Schlauberger. Erklärt mal, wie er auf GRP kommt, bitte. Erklärt ihm das mal. Im Chat. Er muss doch irgendwie auch nur auf Discord gehen, auf Discord sich einmal registrieren und dann, das war's doch schon noch nicht. Das ist halt kein Whiteless-Server, ihr könnt halt, äh... Ja, wir nehmen erst mal Pistole, Leute, wir gucken erst mal, was passiert. Wenn einer Ärger macht, dann nehmen wir andere Sachen mit. Lol, du bist doch schon da, Esju. Hä? Du bist doch schon da, Bro. Ha, 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 ha. Hab da keine Ahnung, weiß nicht. Was geht's, yo? Weiß nicht. Hm. Ey, warte mal. Pokémon Unite. Bro, Pokémon Unite, das war's doch wieder komplett gewesen, Leute. Kannst du mir den Link schicken, Morbro? Boah, das ist eigentlich total einfach, aber er hat kann nicht geschrieben, vielleicht Pentel auch, weißt du? Splint Gate? Erstmal muss ich raus aus meinem Aquarium. Jetzt reicht's. Welches Auto nehmen wir, Leute? Wollen wir den GT 63 nehmen oder den Bentley? Der Bentley ist aber seltener. Ey, lass Bentley nehmen, oder? Ja, ich werd allein gelassen. Müsse nur. Mach mal Fisch weg, hab ich doch schon, ey. Ja, er schreibt grad halt nicht, Bro. Jetzt haben wir den Bentley, Leute. Geh wieder zur Polizei, sag ich. Oh, Cam ist aus. Nein, 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 nein. Oh, oh. Ganz kritisch. Oh, warte, Leute, müssen wir ja immer die Cam heute wechseln für den heutigen Stream, weil... Ey, Bro. Ja? Hallo? Ja? Das zu den anderen beiden da hinten am Pier? Nein. Bist du in der Frax? So, Leute, mal gucken, wie das klappt. Äh, ja. Welche? Darf ich's nicht sagen. Ja, okay. Alles gut. Dachte Golf oder Cousins was? Ja. SLB auch? Ja. Ja, gut. Wie geht's dir so? Gut. Bist du in einer dieser drei Frax? Nein. Nein. Gut. Geh Stress mit Q6 oder Golf? Nein. SLB? Ich hab mir gar keinen Stress, Digga. Ich bin hier einfach nur Zivilist. Ah. Ey, Leute, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt raufkommen. Das ist das Auto, übrigens. Danke. Bro, dann zock du alleine, Gitter, ja? Ich zock ein bisschen, Slitherjuhu. Hörst du? Ja. Ja, ich hab geschrieben, aber ich weiß halt selber nicht, wie ich das gemacht hab damals. Deswegen, wenn das... Oh, äh, äh, wenn das jemand weiß, Digga, dann, äh, wäre nice, wenn ihr das sagen könnt, aber er schreibt halt, ich denk mal, er pendt noch. Leute, ich muss Camp wechseln, Alter. Weil, äh, Dingsbums. Alle Camps sind leer. Ich hab aus Versehen, äh, ich hatte aus Versehen die Camps über Nacht angelassen. Ich Idiot, Leute. Ey, ich bin so dumm, Alter. Ja, ich bin so dumm, Leute. Ey, das ist so nervig. Warte mal kurz. Ich bin so dumm, Leute. Ich hab alle Camps über Nacht angelassen. So, wir spielen jetzt mit Webcam, Leute. Ich weiß, die Quali ist scheiße, aber... Da können wir jetzt alles nix machen. Ich denk mal, das geht erstmal so, Leute. Das ist jetzt nicht geil, aber... Ja, was willst du machen? Fest, fest, fest. Okay, ja, geht, Leute. Geht, wir lassen jetzt immer die Webcam an, bis die Kameras geladen sind. Das ist natürlich maximal dumm, Digga. Also, das war ja mal wieder maximal dumm von mir, ne? Also, Bro, ich lass die Kameras über Nacht an. Ja, doch, man kann die über, äh, Stromkabel, ähm, laden lassen. Warum ist da so ein Queer drauf jetzt? Ja, Jungs, ist jetzt jemand da, oder nicht? Ja, Jungs, ist jetzt jemand da, oder nicht? Man kann die über Nacht laden lassen, aber, äh, ähm, also man muss die kurz laden lassen, dass die, dass die gehen, sonst, äh, die verbrauchen sonst so viel Strom, weißt du? Ja, die dauert, die lädt ja, warte, die lädt ja auch dauerhaft, Leute, aber, äh, Problem ist... Hä, warum ist da kein Stromkabel drin? Warte, warte, was ist das so ein Scheiß? Ja, also, da ist der Stromkabel drin. Ja, dann muss man das so ein, kinderlebend werden. die kamera leute die kamera verbraucht ein bisschen mehr strom als dieses ladekabel quasi herstellen kann und deswegen links leute ist das halt dass teilweise der der strom einfach leer ist so ist ja ich meine das ist scheiße was willst du machen es tut mir jetzt häufig ist wie leid dass es nicht mit mitzocken kann weiß denn niemand wie das mit gap geht das ist doch nur einfach auf dem server gehen oder nicht oder muss er noch irgendwas machen leute was muss er machen um auf die hp zu kommen muss doch eigentlich gar nichts machen also ich denke mal eine halbe stunde leute gehen die camps wieder aber die webcam ist jetzt auch nicht so schlecht oder auch scheiße mann die webcam ist jetzt auch nicht so bad ja ich gehe jetzt die polizei ich bin auch so dumm der geile kommt ich fahre schon wieder der letzte dunkel das gap einziger also zwar müsste ein lucker finden 3,1 so ein großes update ist es ja update download nebenbei wartet mal zwei sekunden ich ab dem downloader update kurz ist noch nicht da was passiert jetzt eigentlich heute heute war krasses update kommen man merkt halt einfach dass vormittag ist ne wer zockt vormittags dings hier rp ist überhaupt polizei na da guten tag moin will praktikum hier machen da müssen sie warten bis ein hochein gar nein nein doch ich kann hier nichts machen nein sie sehen bin ich rekrut nein leider nicht was wartet der typ da was was will der typ von ihnen er hat eine bewerbung geschrieben und wartet darauf dass ein hochrangiger officer kommt der sagt die bewerbung angenommen wurde oder nicht wurde nicht angenommen wurde nicht angenommen du bist doch hier jason ne ich heiße immer noch jay ja meine ich doch jay ist abgelehnt sind sie officer ja ist er officer officer bro verarsch mich raus aus dem pittier stanni dürfte ich bitte einmal ihre dienstnummer wissen wenn sie tatsächlich p-dealer sind dienstnummer 31 oha 31 komm mal mit der hier komm mal mit ey warte mal nein also ja komm mal mit ich will dir mal was zeigen ey Digga bist du Fan können wir ein Foto machen ja man willst du mein Auto sehen das ist schwarze hey bewerb sich mal nicht bei der polizei ey aber ey Bro bei Google hast du Lautsprecher an oder ich höre mich so wie so ein Papagei ja ja ich weiß ich weiß tut mir leid ich hab grad ein bisschen Kack Schwimmbänder ah ok ey können wir ein Foto machen ja ok mach ein Foto Digga warte aber 1000 Dollar 1000 Dollar was ja ja ich hab 2 Dollar so hab ich gemacht geil geil geh zu fahren Runde ey komm mal mit ich muss mal über die reden meinst du mich? oder den Officer hau mal den Officer weg schlag den mal weg schlag den mal weg scheiße schlag den weg Digga ich krieg dafür deine Nummer ok? ja dafür kriegst du meine Nummer wenn du wegschlägst kriegst du meine Nummer er kann nicht mehr ah 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 So, ich hab doch gesagt, ich bin hier Officer, der LAN gehört mir, so, jetzt kriegst du auch meine Nummer. Okay, warte, so, jetzt, warte, du hast dich, du hast dich bewiesen, du kannst jetzt in meine Gang. Geil. Warte mal, wie geht das hier nochmal, wo finde ich meine Nummer? Auf Info. Äh, hallo, was ist hier passiert mit dem Merni? Du, der wurde niedergeprügelt. Ähm. 7, 6, 1. 4, 7, 2, 4. 7, 6, 1. Ey, wo, da kommt jetzt ein Kopf, glaub ich. 7, 6, 1. Ja, 4, 7, 2, 4. 4, äh, 7, 2, 4. Perfekt. Komm, wir verpüßen uns mit nochmal. Äh, warte mal, was machen wir da? Der ist schief, glaub ich, hier. So, raus jetzt hier, alle raus! Ey, geh mal raus jetzt! Hallo? Schnell weg! Der hat das Bulle, der hat das Bulle. Wie ist weg jetzt? Scheiße! Nimm mich mit, nimm mich mit! Ey, Stani, wir haben mal ein Foto gemacht in Europin. Ich nimm mich mit, Stani. Warte, warte. Ich wünsch dir noch einen schönen Tag. Bro, ich wünsch dir auch noch einen schönen Tag. Ey, wir können nicht rein! Komm her, komm her! Was ist das? Scheiße! Ich muss mich verstecken! Ich versteck mich! Komm her, komm her! Was meinst? Soll ich fahren? Stani, ich fahr, komm! Ja, fahr du! Ah, scheiße! Ramm das Auto mal weg! Ramm das Auto mal weg! Warte, jetzt sollst du's nochmal gehen! Oh, shit! Komm, ich komm, Digga! Du musst das Auto weg, Ramm! Scheiße! Ey, nein, Stani, steck mal los! Ja, fahr! Ich versteck mich hier! Scheiße! Steck aus, steck aus! Komm bei mir nicht rein! Ramm, geh! Ramm mal gegen da! Ramm mal gegen! Ja, nice! Ich komm raus! Okay, steck an! Nein, du hast ne Schmalspurkarre, Digga! Stani, Stani, komm, wir müssen weg! Ja, du hast ne Scheißkarre, aber Digga! Ich will nicht mit so ner Schmalspurkarre rumfahren! Nein, meins fährt 300, glaub mir! Nein, das ist trotzdem Schmalspur! Egal, dann fahr rein mit deinem, komm! Guck mal, du musst einsteigen und dann nochmal aufmachen! Hallo? Steig ein, steig ein und dann musst du es öffnen! Ah! Jetzt öffnen? Nice, ja, komm rein! Ah, jetzt musst du es nochmal öffnen, dann sollst du es gehen! Jetzt, komm rein! Jetzt, perfekt! Okay, komm! Oh, scheiße! Da war grad jemand von der Justiz! Hallo, Leute! Scheiße! Was will der? Was will der? Der ist von der Justiz! Was willst du, Hayopai? Das heißt nicht, was willst du, Hayopai, ne? Erstens mal dazu! Wisst ihr, was mit dem Officer passiert? Den haben wir nie geprügelt, Alter! Findet ihr, Alter, ne? Tatsächlich! Den haben wir weggeschlagen! Ja! Und du kannst nichts dagegen machen, Alter! Wir haben ihn direkt übernommen! Oh, fuck! Die kriegen wir nicht! Das ist der Medic! Das ist der Medic! Hast du gut gemacht, Alter! Du bist echt ein stabiler Typ! Du bist sehr ein stabiler Typ! Ja, wir haben Polizei! Der Typ! Der Typ! Wolltest du dich bei der Polizei bewerben? Eigentlich ja! Guck mal! Ich hab keinen Pfarrer! Guck mal! Kannst du wirklich mein Bankkonto wissen? 2 Dollar! Ja, zeig mal! Okay, warte! Also mein Bankkonto liegt bei 2 Dollar normal! Nein! Nicht mal! Das ist halt das Traurige! Ich hab nicht mal 2 Dollar! Ich hab mehrere Millionen Dollar! Ich bin... Guck mal, da ist einer! Ich bin einer der reichsten hier! Den muss ich mal kurz befragen hier einmal! Hä? Wo ist der hin? Hä? Der ist weg? Wo ist der hin? Hä? Wo ist der hin? Ja, wo bist du? Guck mal! Guck mal! Auf der anderen, zur straßen Seite! Von draußen sind rausgegangen! Ey! Digga, du bist doch lebensmüter Junge! Ich weiß! Was geht? Du kannst doch nicht bei der Fahrt aussteigen, Alter! Ah! Ey! Immer diese Muskelzänge! Zähljungen! Mach mal, ich geh kurz auf! Ey, nimmst du grad auf? Ja! Ich mach grad ein YouTube-Video, Digga! Geil! Willst du jemanden grüßen? Ähm... Mein Freund! Ja, grüß mal deinen Freund! Mein Freund der Jonas! Ja, Jonas! Grüß mal deinen Freund! Obwohl... Warte mal! Nee, nee! Die haben alle die gleiche Hautfarbe! Jonas! Das ist nicht er! Das ist nicht er! Das ist nicht Jonas! Ja, okay! Dann cutten wir das raus, ja? Ja, ja! Tut mir leid! Ey, warte mal! Ich bin halt immer mit dem Account von meinem Vater in Y&T drin! Da bin ich... Äh, hab ich abonniert! Aber nicht mit meinem Account hier! Deswegen mach ich das nochmal kurz schnell, okay? Tut mir leid! Die Scheiße! Weil ich hab halt zwei Dings, ne? Weißt du, was ich mein? Nee! So zwei... Äh, warte mal! Ah! Ah! Ich glaub ich weiß, was du meinst! Ah! Hey, was geht Lofti? Alles... Oh! Bist du nicht live grade? Scheiße! Was geht Lofti? Nee, nee! Der ist grad im Discord gekommen! Ich hab doch hier Funk! Über Funk! Der ist grad am Funk gekommen! Hast du Funk? Jaja, hab Funk! Ey, Stani! Ja? Ich bin grad in deinem Live, gell? Ich hab dich gepränkt, Digga! Ja... Ja, ja... Digga, aber denk dran! Wir müssen uns hier an die Regeln halten, ne? Du darfst nicht so viel darüber grad sagen! Normal, normal! Aber wir sind grad alleine, von daher passt das! Ja, gut! Okay, ja! Sollen wir mit meinem Auto fahren? Dein! Das Auto ist scheiße, Digga! Nein, nein! Das fährt 300! Das war halt Endgemeint, dass das 300 wäre! Ja, meinst denn auch 300? Sicher? Na klar! Bro, das ist ein Bentley! So, wo sind... Gehen wir jetzt hin, Digga! Wo sind die Leute? Ich find's halt kacke! Man kann dir keine Bank ausformen! Ja, wir müssen... Ja, das müssen die mal reinmachen! Guck mal, ich war jetzt hier schon 300, Digga! Natürlich! Ja, warte mal, ich fahr mal hier zu einer Gang! Ja, egal, es gibt halt tausende, das ist halt die Sache! Wie lange bist du denn schon hier? Drei Monate! Oha! Ja! Es geht eigentlich, es ist nicht so lange, aber es ist okay! Und jetzt auf einmal willst du Polizist werden, oder was? Ja, keine Ahnung! Bro, ich bin hier vorher... Ich war vorher auf der Blacklist von Phoebe, bis es ist... Ach so, und jetzt willst du dich ändern, ja? Ja, ja! Kein Bock, wieder gejagt zu werden! Ja, aber das ist natürlich scheiße! Du hast dich jetzt beworben und hast direkt einen Officer verprügelt! Nein, also Bewerbung ist noch gar nicht reingegangen! Tatsächlich! Ach so! Hast du ja Glück gehabt! Ja, ja! Wir haben hier so normal Cousins, sollten wir mal hier sein! Ah, wir haben zu Cousins! Ja, genau! Aber wenn die da sind, obwohl die da sind, weiß ich nicht mehr! Doch, doch! Die sind da! Sieht nicht so aus! Na ja, Alter! Nein! Und die haben auf jeden Fall ein fettes Anwesen! Das ist das Teuerste hier, ne? Kann sein, ja! Ey, warte mal kurz! Ich muss kurz was im Default machen! Aber fahr schon mal weiter! Ich muss mal heute 5M neu installieren, weil ich habe irgendwie so FPS Drops! Ich muss auch Natural Vision, glaube ich, mal runternehmen! Irgendwie läuft das mit Natural Vision nicht so gut! Oh! Oh! Ich habe halt FPS Drops! Das nervt immer mal! Seht ihr ja gerade! Jetzt bin ich wieder da! Perfekt! Warst du schon am GAP? Warst du da schon? Ja! Okay! Krass! Ah, der Musiker ist scheiße! Na ja, da war ich schon! Ja! Ja! Es gibt viele chillige Leute, aber hier sind auch ganz... Hier sind schon viele... Äh... Ja, weißt du, ich meine so... Ich sag jetzt mal... Nervige Leute, weil... Ja! Die denken, sie wären krass, wenn die beleidigen oder sowas! Das fack mich halt hier ab! Na ja, du musst direkt abballern! Wenn ich eine Kartenknarre hätte, ich habe meine SMG leider verloren! Äh... 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 Warte mal! Ja! Richtig! Ja, das müsste man eigentlich Dings sagen! Äh, SU sagen, Alter! Dass das eigentlich easy ist, hier auf den Server zu connecten, ne? Normal, ja! Ist eigentlich nicht so schwer! Man müsste nur im DFU-Connect reinschreiben! Ja! Falls es nicht geht! Dann sollte es normal gehen! Ich war ja auch im Dealer! Hab aber gar nicht gut verdient! Wie, du warst ein Dealer gewesen? Du warst ein Dealer, Digga! Ey, Bro! Ich muss mal kurz bei mir was machen! Kein Problem! Äh... Ey, Leute! Ich muss einmal 5M neu installieren, Digga! Weil ich hab, äh... Das läuft nicht, Bro! Ich hab so auf Servern eigentlich so FPS-Lags! Ich glaub, das ist durch NetRevision! Und, äh... Ich muss schon einmal 5M neu installieren! Und dann können wir weiter zocken! Ja! Ist natürlich auch vormittags, Leute! Ist nicht so viel los! Ähm... Aber, wo ist SU jetzt? Sagt mir SU Bescheid, der soll Discord kommen! Dann kann ich die Zeichen jetzt kurz, wie er auf dem Server kommt! Dann geht das ja! Digga, was ist jetzt los? Das ist, glaub ich, mir ist alles aufgehangen hier, Alter! PC-Spin! Digga! Hallo! Bro, was ist mit dem PC jetzt los? Ja, hallo! Hä? Es geht gar nix mehr, Bro! Der 5M ist so am spinnen bei mir, ne? Es geht gar nix mehr, Leute! Ich muss, glaub ich, PC neu starten einmal! Ach! Einmal 5M neu installieren! Ich glaub, das buggt einfach bei mir zu, du, herum! Das war ja schon bei Screws auf dem Server immer so gewesen! Dass wir, äh... Dass nix ging! Warte mal, wir können mal nebenbei kurz gucken, Leute! Warte mal! Hä? Download der jetzt Update, ja, ne? Oha! 2,76 GB! Okay, der ist jetzt nicht so groß, aber... Ist schon nicht ohne, ne? Starte doch mal jetzt! Jetzt startet der PC nicht mehr neu! PC defekt! Ich seh's, Leute! Oh! Mach doch jetzt kein Auge! Hallo! Ach, ich geh durch, Leute! Lost, Bro! Gerade wurde sogar angezeigt, dass der PC... Ach, Leute! Ich bin heute lost! Ich seh grad auch Chat nicht! Sorry! Aber ich sag euch ehrlich, irgendwas ist bei 5M was mein, äh... Und dann abfahrt! Und dann abfahrt! Dann machen wir das schnell! Oh! Sag mir jetzt bitte nicht, dass dieses scheiß Update installiert worden ist! Oh! Deswegen dauert das so lange wegen diesem Update! Ich krieg die Krise, ey! Ja, ich hab auch 5M, Leute! Ich war auf so vielen 5M-Servern gewesen! Ich glaub das einmal, weil ich auch so viel Zeugs installiert habe! Das ist einfach deswegen rumbackt ein bisschen! Ach, Updates werden verarbeitet! Ey, ey, ey! Warum gehen mir die Updates immer so auf den Sack, ey! Ich stell nur mal alles um! Ja, hier seht ihr das? Ja! Also die Cam, an der kann ich mich gewöhnen, Leute! Einfach neue Friese! Na, PC, schade! Ihr hört ein Rauschen wahrscheinlich! Das soll aber gleich weggehen! Ja, bei mir geht's schnell, Leute! Ich hab ja gutes Internet! Deswegen geht der Download relativ zügig! Oh, was ist denn das jetzt, Digga? Bereinigung wird ausgeführt! Was für eine Bereinigung? Sind die doof oder was? Alter, ich dreh durch, Leute! Keine Ahnung, wo dein Gaming-Stuhl ist, Paul the Kid! Mein Gaming-Stuhl ist hier! Ich hab ja einen Gaming-Stuhl! Der sieht ja nicht aus wie ein Gaming-Stuhl! Ist aber ein Gaming-Stuhl! Ja, das Update geht ja immer schnell! Aber die Server sind ja eh noch offline! Du bist halt Schmutz! Ja, schade! So weit sind wir aber da, Leute! Jetzt geht's wieder! Ich hab ne 1-Gigabyte-Leitung, Leute! Ich hab ne 1-Gigabyte-Leitung! Da ist natürlich klar, dass das alles ein bisschen schneller geht! So, wir werden jetzt erstmal auf den Discord gehen! Discord! Und dann mal gucken, was SU sagt! Wo ist SU? Yo! Sagt mal, SU soll Discord kommen, Leute! Hör mal! Hans, was geht, Junge! Hallo! Ey, ich geh gleich mal raus! Dann kannst du mir auch die Streamer-Bubble direkt gehen! Also jetzt ist ja eh nicht so viel los, aber... Ja! Ja! Moin, Moin! Ey, SU! Digga, du musst einfach... Du brauchst ja nicht weiter! Du musst einfach auf den Server gehen! Auf den Discord, ne? Und Connect reinschreiben! Das war's schon gewesen! Ja! Kannst du mir den Links schicken, Gerd? Ja! Ja! Wir testen den neuen Bankraub gleich mal! Der ist richtig gut! Wir testen den aber! Ey, da sind so geile Leaks dabei, Stalin, ne? Wirklich geile Leaks, ja! Die Map von dem neuen Modus wurde auch geleakt! Was für neuer Modus? Minimap for the Imposter-LTM! Ja, das ist Among Us-Modus, der wurde schon geleakt, ja, ja! Naja! Aber die Map auch davon! Das hat echt Ähnlichkeiten mit Among Us! Voll geil! Ich denke auch, wir werden da neue Animationen und sowas erhalten! Das wird richtig cool! Ja, wenn der Modus geil gemacht ist und so, könnte ich mir echt vorstellen, dass der geil gemacht ist! Ich hab Bock drauf, Leute! Ich hab anders Bock! Muss halt auch mal was anderes sein! Ich musste echt mal grad 5M neu installieren! Boah, ich sag dir, mit Natural Vision läuft das einfach nicht! So richtig! Hab ich auch gemacht! Server reagieren nicht! Leute, natürlich reagieren die Server nicht, weil die Server offline sind! Was sagst du, Hansen? Äh, das ging bei mir auch nicht! Äh, vor allem mein PC hat auch so gehangen wie bei dir gerade! Und das hatte ich nie! Ja, ja! Ja! Das liegt an Natural Vision! Das hab ich seit kurzem! Ich glaub, weiß ich auch nicht! Vielleicht gab's bei 5M seit ich irgendwie ein Update! Und ich hab nur so eine FPF, einfach so ruckler, weißt? Das nervt unnormal! Ja! Oh mein Gott! Du hast da echt Emotes, Bro! Du hast da neue Emotes in dem Modus! Bro, was ist das denn? Du kannst mit dem Finger zeigen und so! Shake head! Wow! Mit dem Finger zeigen! Bro, das ist voll geil! Das ist, das geht schon in Richtung GTA, Bro! Wow! Fortnite RP, ich seh's kommen! Fortnite RP, neue Metabyte! Sag ich ehrlich, ich seh mich da! Wow! In Fortnite RP? Das wird nice! Haha! Guck dich das mal an! Der neue Galaxy-Skin, einfach neue Galaxy-Skin kommt oder was soll ich sagen? Ja, ich find den aber nicht so nice! Bro! Ist okay, aber nicht besser als der alte! Das Ding ist, man kann's ja auch irgendwie übertreiben mit Galaxy-Skins! Meiner Meinung nach, ne? Was? Wir rennen da mit Ben rum oder was? Okay! Logisch! Die müssen aber die Ben auch andere Farmer haben! Ja, die müssen alle andere Farmer haben! Aber es ist lustig halt! Das wird geil! Man sieht's ja auch! Das ist ja genau die Among Us Map, Leute! Hier in der Mitte so ein bisschen Among Us Map abgedingst! Hier ist Communication! Hier ist Elektro! Hier ist Nuke oder so, wie das nochmal hieß! Keine Ahnung! Das wird so geil, ne? Ja! Die Frage, die ich mir halt ne Stelle! Wie willst du denn das random spielen? So weißt du? Also... Ich glaub mit randoms wird halt... Ich weiß auch nicht! Bro! Ich sag dir! Guck mal! Deshalb gibt's ja diese Animation! Also wenn du mit randoms zockst, dann wirst du halt keine Möglichkeit haben über euch zu reden, denk ich mal! Aber... Dafür gibt's halt diese Emotes mit dem Finger zeigen, mit dem Kopf schütteln! Aber wenn du das mit den Jungs in Discord oder so machst, das wird geil! Ja, das wird bestimmt geil! Das glaub ich auch! Das nehm ich mir nicht geil vor! Ja, wenn hier auch neue Animationen und so raus... Oh ja! Hier Leute! In den Files wurde Kevin der Würfe geaddelt! Hey, was ist das denn für ein Skin? Das ist einfach Stani! Spitzkopf Stani! Ah, das ist geil! Hast du gesehen? Hier Ben mit verschiedenen Farben, ne? Habe ich doch grad gesagt! Du hast gesagt, Ben aber... Ja, hab ich doch gesagt! Ben mit verschiedenen Farben! Also... Alter, das was ich mir gerade gesagt habe, da war keine Begeisterung! Aber er sagt selber das alles und sagt, wow, Ben ist da! Ha! Monkey, Junge! Eine Datei namens CubeDigitalReval wurde erneut hinzugefügt! Habe ich grad schon gesagt! 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 Habe ich grad schon gesagt mit Begeisterung! Mensch, Stani, jetzt reicht das langsam! Sonst kriegst du auch gleich einen Schnurrball von mir! Ist das jetzt hier installiert, 5M, Leute? Ja! Habe ich grad gesagt, Leute! Stani, hast du schon das Intro gezeigt? Also, wo du auch zu sehen bist? Ne, ne, ja! Du kannst das abspielen, Digga! Aha! Ja, ich kann dich da einmal hinbringen zum Start! Der hat das von mir geschickt! Ähm... Ah, ne, warte mal! Sorry, warte mal richtig! Ne, wir machen jetzt mit SOS mal RP! Das soll ich später das Intro! So, Leute! Wir müssen jetzt nochmal gucken, ob ich jetzt wieder auf den Server rauf kann! Eigentlich müsste es wieder gehen jetzt! So, Play! Dann gehen wir einfach auf meiste Spieler! Ich komm gleich! Komm bitte nicht wieder, danke! Players, Leute! Ich hab grad einmal neu gestartet! GRP, die Server oder was? Ja, ja! Du musst auf Server 1 gehen! Das ist wichtig, ne? Ja, ja, ja! Warte mal! Ich mach mal RP gucken kurz! Hm... Wo bin ich denn da auf dem Discord bei euch? Ach da! Die IP! Wo sieht man die IP, Digga? Äh, schick ich die eben! Ah, okay! Hab die geschickt! Äh, wir können den Bankraub testen, wenn ihr Bock habt! So, ich bin wieder da! Zack! Ja, wir testen den Bankraub! Aber ich weiß nicht, wie viele Cops gerade da sind! Müsste man halt sehen, ne? Ob überhaupt jemand kommt! Ähm, ist wie gesagt auch ein Test! Aber es ist krass! Richtig mit Termit! Mit aufsprengen! Äh, und mit bohren! Und so! Ja, ja, ja! Muss ein Minigame auch machen! Gerd, ich bin jetzt da drauf auf dem Server! Was muss ich jetzt machen? Du musst ein paar weiter abschließen, bevor du... Ah, okay! Äh, ja, Among Us kam halt rein! Ein paar neue Skins kamen rein! Was war jetzt noch von den Leaks drin gewesen, Esju? Äh, was ist? Ich hab grad nicht zu... Was war jetzt noch von den Leaks drin gewesen? Also, Among Us, neue Skins, äh, Kevin der Würfel... Ja, und die Skins, die du schon genannt hast! Eigentlich das, was du eigentlich genannt hast! Das war's! Also, Among Us, glaub ich, wird so das... Und Coral Castle, glaub ich, wird vielleicht abgehoben sein! Ja, wir gehen jetzt wieder GLP, Leute! Ich connecte grad! Moin Lofti! Schade, war halt bei mir gewesen, aber... Na, bei mir war er nicht! Bei mir schreibt er nur Discord! Schade! Ich hab die linke Schägel auf D! Esju, du kannst jetzt connecten, einfach so... Einfach dass du connecten? Ja, ja, ja! Du musst doch nix schreiben, kannst direkt connecten! Aber ich muss das doch irgendwo eingeben, oder nicht? Nein, nein, musst du nicht mehr, hab ich weggemacht für dich! Und mach mal auch für ihn den Noob-Schutz weg! Ja, mach ich sofort! Dann müsst ihr gleich einmal neu starten, dann... Aber geh erstmal rein, mach dir erstmal ein Schar, und dann kriegen wir's hin! Ich hab aber noch nicht... Ich hab die IP-Adresse ja noch nicht, also wie kann ich mich denn da jetzt... Ich hab' ich die geschickt, hab' ich die geschickt! Ach so, hast du mir auch geschickt! Okay, okay, das... Bro, du musst mal ein bisschen aufpassen! Bro, ich hab' ID 74! So, warte kurz... Ja, jetzt läuft's auch besser! Ich sag dir ehrlich, das merk ich direkt schon, Leute! Wo wir jetzt neu installiert haben... Read the error! Ja, lass... Lasst dich SEO abholen, lass das wirklich so off-serious machen! Ja, ja! Ja, wo willst du hin? Wo soll ich dich... Ja, du bringst mich sogar... Der kommt doch eh am Flughafen an, ne? Naja, nicht am Flughafen! Kommt drauf an, ob er legal oder illegal sich entscheidet! Das ist das am Anfang! Ach so! Und dann, je nachdem, ob er legal oder illegal ausgewählt hat, ist man dann eben... Connection rejected by Devins Server! Ja, was steht da genau? Was für einen Grund? Muss Steam aktiviert haben, hab' ich aber eigentlich... Dann muss Steam anmachen! Ist wohl aus! Oh, Leute, läuft viel, viel besser ohne Natural Vision, ne? Oh mein Gott! Keine FPS-Drops mehr! Viel geiler, Leute! Das ist echt schön zu sehen! Schade, das ist Natural Vision! Ich glaub, da gab's irgendwie von 5M muss er ein Update gegeben haben, die das gefickt haben! Ja, das hab' ich auch gemerkt! Ich hatte auch gestern oder vorgestern Natural Vision drin und das hat komplett gehangen alles leider! Ja, ja! Ich hab's extra gekauft noch! Ja, ich hab's auch gekauft gehabt! Und das Ding ist, äh, auf Dauer, das ist halt... Du gehst halt auf den Server und das fängt erst so nach 5 Minuten an, weißt du? Ja! Weil ich glaub' dann einfach der Cache voll ist und das Game ist nicht mehr richtig, äh... Du hast es geschafft! Willkommen bei dem größten Roleplay-Netzwerk in Deutschland! Shop, Website! Ja, du musst gefragt! Ja, du hast einfach warten, einfach laden lassen! Ja, du musst gefragt! Ja, du hast einfach warten, einfach laden lassen! Nein! Bitte nicht, Digga! Bro, lass mich doch mein Roleplay machen, ja? Wenn ich Spaß dabei hab', dann lass mich doch machen! Was ist? Was machst du hier? Hallo? Brenn mal nicht auf der Straße rum, ist gefährlich! Ja, kann ich mit? Nein! Sorry! Ich soll mir eine Bank ausrauben! Woher weißt du denn, dass ich eine Bank ausrauben will? Ich mach' kein, kein Stress, der sagt, nein, das darfst du nicht! Erst du sollst 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 dich wegwerfen, drücken! Wem? Nee, mich wegwerfen! Ich werd' jetzt einfach weg! Hey, hast du mir die Streamers gegeben?! Ach so, ja, was mach' ich schon! Das soll ich Intro starten oder einfach warten? Einfach warten! Das reimt sich! Ich zeig dir gleich, was ich mein mit wegwerfen. Auch geiles Nummernschild, ne Leute? Stunny 777. Wow, Lucky 7. Was ist da noch? Ich hab ID 74, ne? Nee, du bist doch nur ein Testo. Wer bin ich? Hallo. Testo. Hast du das Spielen, GTA? Ja, bin ich vielleicht. Wo ist dein Vater? Der sitzt hier neben mir. Ich mein Bila. Bila sitzt neben mir. Ich komm gleich, Bro. Mach schon, ich bin Storhorn. Ha 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 ha. So Burger-Kopf-Dor. Was geht? Mach schon. Was ist das für eine Karre? Das ist ein VW. Man merkt's. Was machst du so? Ich... Ich hab überlegt, einen Bank rauszuhauen. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Wirklich jetzt? Ja, ich hab gedacht, mir helfen jetzt drei YouTuber. Ha 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 ha. Das wär natürlich ein Zufall, ne? Nein. Lofti, du kannst joinen. Hast du alles. Johnny? Ja. Darf ich mitfahren? Nein. Hey, findest du eigentlich... Wie findest du eigentlich unsere Burger von SPC? Der auch in den Kopf, ne? Ich muss notieren. Äh, äh... Äh... Warum ist mein Bentley weg? Der ist einfach weg gewesen. Der kann ja nicht einfach weg sein. Hast du mein Bentley geklaut? Nein, nein. Scheiße. Der wird von jemand anderem geklaut. Der wird von jemand anderem geklaut. Ich hab ihn erst 2000, das reicht mir schon. Ist das Gerd? Kann ich eine Polizei buchsen? Ähm, Gerd, bist du noch da? Jungs, wir kommen gleich. Ja. Ich bin gerade bei der Charaktererstellung und bei mir leckt es übel. Jetzt weißt du, woran das liegen kann? Ja, das ist beim ersten Mal. Das lädt ja schön die Map runter, die Autos. Das lädt alles runter. Ah, okay. Das ist also vollkommen normal gut. Ja, ja. Kann ignorieren. Oh, ich sag dir ehrlich, Alter. Ohne Natural Vision, das läuft so flüssig, Alter. Oh mein Gott, Leute. Ist das geil. Ich hab ne... Ich hab ne Perch geplant und da wär die Performance so krass. Also da hast du safe. 800 FPS. LOL. Soll ich erstmal einfach alles bestätigen, ohne irgendwas zu ändern? Kann ich das im Nachhinein noch machen? Weil ich sehe meinen Charakter jetzt eh gerade nicht. Warte mal. Sag mal, dann mach mal Slash ID. Oder drück F8 und schreib ID. F8 Slash ID. Ne, ohne Slash, dann nur ID. Ja. Hallo. Sag mal, was machst du hier? Alles gut? Was machst du hier, Alter? Ja, wir sind rumgefahren. Wir sind in die Gegend abchecken. Du? Bist du ein Drogendealer? Ne, ne. Ich bin nur ein Arbeiter. Was für ein Arbeiter? Was bist du für ein Arbeiter? Was bist du für ein Arbeiter? Äh, ich bin ein Arbeiter bei Golf. Halt, äh, ich, äh, hier arbeite. Da so allgemein, ich farme da ein bisschen. Ne, ja. So ein bisschen geschäftet ist das. Du weißt, dass ich ein Krimineller bin, ne? Was auch ein Krimineller? Ich bin Krimineller, Mann. Ich hab Knarren und alles. Ja, das ist schön. Wenn ich will, dann könnte ich dich jetzt ausrauben. Könntest du machen, aber ich hab leider nichts dabei. Okay, dann lass ich das einfach. Ja, ja, fast schon. Du hast schon ein bisschen an die Skill, aber naja egal. Wie wer? Die Skill. Kannst du das? Ne. Ja, alles gut. Fast schon. Aber schöne Karre. Ja, danke. Ich war ja so ein YouTuber. Der heißt Standardskill. Der hat das gleiche Auto. Mhm. Ja, den kenn ich noch von den, ähm, Zeiten noch. Von den alten Zeiten noch. Da war der noch cool, Alter. Aber jetzt ist der nicht mehr so cool. Ey, Bro. Ist halt einfach nur ein Geschäft. Der hat sich verändert. Für Geld. Ne, definitiv nicht. Im Grunde macht das ja jeder. Jeder hat ja diesen Hype ausgenutzt. Das weiß, was ich meine. Deswegen finde ich das eigentlich nicht schlimm. Das sollten wir ja auch machen. Du bist ein Ehren, Mann. Danke. Du bist einfach ein Supporter. Kein Problem. Ich bin auch ein Supporter gewesen. Mhm. Aber jetzt nicht mehr. Ich muss off the road again. Wir hören uns. Jo, ciao. Oh, das war ein netter. Ey, Army, sag dir ehrlich, ne? Ich hatte ja Natural Vision drauf. Ich habe das gerade deinstalliert. Alter, das läuft so krank. Jetzt guck mal bitte, wie flüssig das läuft. Gar keine Probleme mit meiner GTA ARP. Oh, ich habe so Bock GTA ARP zu spielen. Also heute Abend werde ich wahrscheinlich nicht streamen, aber morgen auf jeden Fall. Ne, ach ne, morgen geht nicht, Leute. Morgen geht nicht. Übermorgen. Übermorgen werden wir GTA ARP streamen. Mit Baba mäßiger Performance. Guckt euch das an. Doch, das ist GRP, Leute. GRP Server 1 ist das. Da könnt ihr einfach connecten. Ganz easy. So, hat Esi mal seinen Charakter erstellt? Ne, ne, warte. Ich muss mal Teamstreak erst mal alles machen. Hast du Solid Shed und so schon? Was hab ich? Solid Shed und alles? Ich glaube nicht, Bro. Doch, doch. Sonst würdest du jetzt nichts sehen. Du hast Solid Shed. Herr Spuhl. Guten Tag. Frühschritt mit dem Unterachter. Ja. So. Und ihr achtet vorläufig da drauf, dass die Türen grad zugleiben, ne? Jo, nur wenn jemand MPD ist, wenn die offen sein, ne? Ne, wenn jemand Ranghöheres da ist, dann könnt ihr die Türen auflassen. Okay. Hallo Herr Standardskill. Tatsächlich. Wollen wir die Tür da nicht mehr aufmachen. Warte mal. Hier ist grad das, wir schreien können wir in die Zellen. Der Standardskill? Wer ist das? 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 Warten Sie mal ganz kurz. Alles gut hier? Ne, siehst du da hier. Der fährt nämlich rein, der Juppa hier. Kümmere dich mal drum, Zylinderhut. Um wen? Na um der hier, mir den Auto in die Karre reingefahren ist. Der muss jetzt einmal blechen. Ja, der muss blechen jetzt erstmal. Der muss fahren? Ne, der andere. Hier, der hier mit dem Motorrad. Entschuldigen Sie. Nur Bahre für Bahre. So, ey, stehenbleiben. Stehenbleiben mit dem Motorrad. Flüchtung, Flüchtung, Flüchtung. Stehenbleiben oder mach dich platt, Alter. Mach dir zu, Jungs, mach dir zu. Zange zu machen. Zieht die runter von der Karre. Ab oder es knallt. Ab, runter oder es knallt, Alter. Ich glaub mal, Ente pfeift. Bleib jetzt stehen oder es knallt, Junge. Ja, ich hab dich gewarnt, Digga. Hände hoch oder es knallt, Digga. Geht doch. Stehenbleiben. Schau, pass ab, Auto. Wo es denn die Schramme? Ja, hier vorne guck dir das mal an. Der ist voll reingefahren. Oh mein Gott. Der muss auf jeden Fall abdrücken oder was mit dir, Jungs? Ja, warte, ich stehe da auch. Ich durchsuche mal. Rede mal. Nix dabei. entweder du redest oder es knallt okay er will wo das ist knallt ja wenn du mich das nicht rede jetzt wenn du dich zahlen kannst dann klein war dich ab du hast okay du hast jetzt die chance du hast jetzt die chance dich zu entschuldigen dann lassen wir dich leben nein er soll reden reden rede oder tod entscheide jetzt rede oder tod ja was machst du denn hier also warum redest du jetzt nicht sollen wir dich abknallen jetzt ich glaube ich habe ja die chance gegeben ihr habt alle gehört er war frech jetzt für zwei minuten mit mir gelesen und bist du an so gern wir sein ging mit uns sehr gut jungs sehr gute aktion haben wir gut gemacht wer seid ihr welche fragt slb sehr gut wie seid ihr hittmann wer bist du denn willst du mitmachen bei uns ja du siehst aus wie louis alter ich bin so jungs wir müssen weiter dank euch ja ich bin so jungs wir müssen weiter dank euch ja ja ich bin mitkommen sag mal bitte einem typ in namens geht also mein verdammt aber die nubstück macke geld noch mal für armier den nubstück weg ich mache das recht für erste und armjahr gleichzeitig wir warten immer auf es kommt zu spät der kopfschuss kassiert wie der kopfschuss kassiert den kann man nicht mehr retten an die warte doch das ist mich kann man nicht retten oder wie kann man sich ja doch retten was du mal ja war wohl nur ein streifschuss ich hätte jetzt noch mal eingeschossen jetzt gehen muss ich sagen da ich sie den vater du bist ein wasslappel gewohnt war sie vorgefallen all das hat er nicht gerade umgekacht ich glaube ich habe keinen führerschein wie was der führerschein natürlich nicht aussteigen aussteigen verkehrskontrolle aussteigen oder das knallt ja okay durchgeführt werden ja was in den kopfschuss gegeben oh bitte tüte den jetzt bitte bitte weil du recht warst ich war frech was habe ich denn getan du hast dich geredet auch wo ich gesagt habe so als reden ja nein nein denn dann ging gerade nicht ja das interessiert ihr nicht wir sind hier willen westen alter nicht so frech der herren jetzt lieber oder das knallt noch mal durch den kaputt schlagen ich schreibe ihn mal ein zettel ich schreibe ihn ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja so gut was passiert ist er ok jetzt ok entweder brennt jetzt weg gleich ab er ist das bettlos gelaufen und er kommt wieder wir lassen ihn noch mal eine chance der wollte ein auto klauen die gast ist gefallen ich kann nicht ausgleichen hier weil du das komisch gepackt hast ja gut ein ventilator super mein uhr deine stimmbänder sind aber ganz schön laut generell ja sind sie von der armee oder was nein warum sehen sie so aus keine ahnung ok wer im grünen kann weiterfahren darf ich bei der frisur anfassen gibt mir eine bist du denn das nur gegen gilt machst du gehen in deiner haare 50.000 als auch mal ich bin ich fand scheiß deutsch selber hey was mit dem überfahrt ihn bitte bitte ich bin ja ich steig mal ein verkaufen autos ich tatsächlich im moment gibt der mclaren mclaren her oder ist mal ja ich kann ich kann ihn euch natürlich gern ausleihen also ist ja gar kein ausleihen schenken kannst mich mal schenken wie heißen sie überhaupt ja hallo ich bin anna die kirche tatsächlich ja 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 wer macht ihr stress den rennen oder was willst du eins aus dem maul oder ok um wie vielen rennen und wie viel nicht jetzt kommt und wie viel geld los ich werde um keine ahnung ich habe gerade um ein auto um ein auto um ein auto wollt ihr ein rennen machen also ja guck mal auf die karte ja 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 guck mal auf die karte und bei 4.019 da bei diesen markt immer bei 4.020 markt immer bei 4.020 nach dem rennen oder was ja ja ok ja wollte nicht für das rennen mein auto nehmen ja wir müssen das auto wechseln aber dann kannst du nicht mitkommen ne ich zieh ihn auch so ab du bin ich trage mich tragen und mich dann sozusagen auf die röderung natürlich mag ich doch gerne ja dann auch zur garage dann holen wir doch mal meinen schlitten raus dann ziehen wir die richtig ab weil ich habe das drittschnellste auto muss man gerne nur das drittschnellste eingepackt dann die bei mir irgendwie probleme sind mein lieben warte ich muss das auto einpacken muss ich sagen es klauen mit geld zu mir sehr sympathisch was hast du auf konto an so wer wir jetzt rennen hier wer wird jetzt ein rennen hier los ich will doch kein rennen mehr was in 1 oder 1 die was rennen oder was 1 gegen 1 ich muss mir meine schutzweste besorgen ich steig aus warte ich hole den dinge steigt aus da ich glaube es geht hier und hier werde ich zusammenschen jetzt reicht mir so direkt wo das hast du davon mit deine scheiße hier ich würde gerne mit dem finger zeigen ja ich habe den problem jungs das ist echt korrekt ja immer doch merkt euch nur die namen kirche so bleibt mal bist du surfer ist das professioneller surfer ja 300 das ist doch komplett irre warte 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 also darf ich richtig schnell ja ich weiß ich es hört hier ein bisschen auf dem boden ich habe mich hier so spontan loch macht ja ja ich es geht jetzt ja also dort wenn du darunter felsen das geht alles auf deine kappe ist die frau kirche Was, ja? Oh, hallo Frau Kirsch. Was hast du für ne Hupe? Hä? Voll cool Hupe. Oha, wir fahren 3,20. Bro, juckt dich das da oben gar nicht? Nö. In Frau Kirscher-Style. Boah, ich hab's nicht, fliegt weg. Digga, wir fahren 360. Das mach ich halt jeden Tag. Machst du das jeden Tag? Ja. Wieso, jeden Tag machst du das? Hast du irgendwie Lebensmühle? Oha, ich glaube sogar ein bisschen. Anscheinend hast du ja ne gute Lebensversicherung. Der Team ist geisteskreis. Oha, ich bin. Also, ich sag's... Ich sag's jetzt ehrlich, die hätten wir aber richtig rasiert im Rennen, aber... Die hätten wir locker abgezogen. Direkt Schwanz eingezogen. Das schwimmen? Wie geil ist das bitte? Das ist halt mein super Auto. Ihr kennt's, neuer Sitzplatz hier oben. Das ist eigentlich ein geiler Sitzplatz. Ja, verstehe ich. Aber dass du irgendwie von dem Wind nicht wegschließt... Ja, der ist halt Windsurfer. Ja, merke ich schon. Also wärst du... Bilal wärst weggeflogen, weil ein Wind... So, du Hayopai, was machst du hier? Wer macht hier wieder Stress? Ich glaube es halt. Halt mal an, Alter! Jetzt werde ich sauer. Jetzt werde ich sauer hier. Wie geht's dir? Braucht ihr alle auf die Fresse, oder was? Wie willst du auf die Fresse, oder was? Komm her, wenn du dich traust! Nein, stell dich mal aufs Auto drauf. Stell dich mal aufs Auto drauf. Ja, okay. Aber nur ich kann das, ich bin der Profi-Server. Festhalten! Ich kann nicht mehr, Digga! Ich kann nicht mehr! Pass auf, du Rutsch! Auf! Oh! Oh! Ich muss dich festhalten! Digga, der hat mich runtergeschopst, der Pisser. So, ich muss dich festhalten hier oben. Hör auf, mein Freund, um der zu subten! Festhalten! Atuan! Oh, Luf-Di-San! Let's go! Einfach fünf Sitz daraus gemacht. So, wo ist denn es hier jetzt? Oha, ganze Gang hier. Vorsicht, nicht runterfahren. Du musst dich bücken! Du musst dich bücken! Du musst dich bücken! Nein! Was für bücken! Bücken machen Frauen! Anna, los! Zeig mal! Oha! Achso! Lauf Israel komplett durch! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich dachte, wir sterben! Hilfe! Ja, das war's dann wieder mal mit ihm, ne? Rest in Peace an der Stelle. Aua! Mein Bein ist kaputt! Bleib ohne Luft! Bleib ohne, muss man ein bisschen gegenlaufen. Ansonsten. Ah, er macht das schon. Aber die... Oh, wer bist du denn? Hey Anna! Wie meinst du meinst? Meist du nicht? Hallo Anna! Warte mal, wir haben einen verloren. Ja, der war uninteressanter, also den können wir gerne verlieren. Oha! Ich bin nur ehrlich. Oha! Oha! Hast du eigentlich Waffen? Ich? Nee, der andere hier. Nee, ich hab keine. Wieso hast du keine Waffen? Lauf die witzende Pistole haben. Ich bin auch fette Pistole. Ja, kann ich dir später geben? Danke. Okay. Ich hab noch eine über. Ich auch? Nee, ich hab ja nur eine über. Wir gehen dir. Ja, komm rauf. Gut, gut. Willst du mitfahren? Ja komm, wir sind hier die McLaren Gang, Alter. Stunny! Ein Hass! Anna! Ja! Du hast mich damals in dem Land Hingold überarmen. Luft hat mich gleich gemacht. Luft hat meine Familie glättet, meine Mutter auswendet. Kannst du deine Stimmbänder fixen? Ja, ja. Ja, das wäre super. Das wäre wie so ein Papagei irgendwie auf die Schulter. Vorsicht. Ich krieg ein bisschen auf. Anna Luft hat meine Mutter auswendet. Ich zocke RP. Das sieht man noch aus, die RP zocke. Ja. Oha! Sie haben mich sehr gut in meine Frau gemacht. Ui! Wie fährst du denn hier rum, Alter? Sag mal, will der aufs Maul oder was? Das ist hier ein Schwertransport. Vorsichtig, bitte. Die sollen mir hier mal ein bisschen Respekt zeigen. Oha, wer ist das denn? Sag mal, wer haben wir uns da? Wer haben wir uns jetzt? Meine Fresse! Aussteigen! Scheiß! Aussteigen, Alter! Mach ihn weg! Schnell! Bro, ich war grad mit Stande mit. Was ist los? Ey, der redet einfach. Mir leid. Mir leid. Ja, ich war grad mit Stande. Ja, hoffe ich auch für dich. Das ist die Leitung. Ja, komm, rein. Ja, tut sie leid, ja. Ja, tut sie leid, ja. Was denkst du, wer du bist? Ey, Stande. Ey, Stande. Ich hab grad kurz einen Polizist zusammengeschlagen, ne? Ja. Ich hab Platz für Heiß. Ja, das war scheiße. Ey, Stande, letztens die äh... Oh, da ist immer noch der Papagei. Oh mein Gott. Ey, der Papagei muss runter. Ich hab mal Papagei aus. Nein, der Papagei ist leider nicht aus. Der Papagei ist leider nicht aus. Beruhigen sie sich, die Damen, ne? Ey, Gerd, mach mal die Wildfusslager können. Ist das der Gerd Hansen? Oha, ist das der echte Gerd Hansen? Echt. Komm mal mit, komm mal mit. Ja. Ich bin der Wilhelm. Ich steig jetzt an die Tour und kann gleich surfen. Ey, Stande. Letztens mit der Polizei, Digger, die sind alle ausgerastet. Da war noch... Alter, da war richtig los. Da war richtig, da ist auch lustig, ne? Boah, ja, Digger. Ey, Bro, irgendjemand hat die Papagei, das nervt unnormal, ne? Oh mein Gott. Echt richtig. Geh mal, du, du mit, äh, Namengesicht, geh du mal runter. Ich will mal kurz was gucken. Ich will mal kurz gucken, ob du das bist. Wer ich? So, jetzt warte, der Papagei spielt. Ne, ne, das ist er nicht. 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 Ja, bitte. So, der muss noch mal kommen, dann sehe ich den. Da ist er. Wo? Der hinter dir ist da, Gerd. Der mit dem Namengesicht. Nein, nein, das ist der nicht. Ne, das ist der, äh, hier Camouflagetyp, glaube ich. Ja, Doc, der hier. Camouflagetyp? Ja. Du, du hast den links, Digga. Ja, Papagei. Ja, Papagei. Warte, wir machen, wir testen es mal. Ja, sag mal. Test. Hallo. Test. 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 Immer noch. Ja, ich weiß, wer das ist. So, pass mal auf. Ja, den schmeißt ich jetzt weg. Achtung. Ich glaube, es ist der Mann hier vorne. Oh, das ist, äh, Lofti. Oh. Oh, ja, dann schmeiß ich den nicht weg. Der? Äh, Lofti? Lofti? Was ist los? Ne, wir haben uns, äh, Papagei-mäßig gehört bei dir, glaube ich. Hallo. Okay. Ne, aber, ne, das war nicht. Ne, jetzt ist weg, jetzt ist weg, glaube ich. Ja. Jetzt ist weg, Papa. Also von dem Sendeltypen ganz der Mund bewegt sich. Test, 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 test. Ey, die sieht genauso aus wie ich, Digga. Hallo, 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 hallo. Ne, das ist Juan. Ja, okay, jetzt haben wir jetzt. Ja, jetzt geht's. Auf jeden Fall viel besser als gerade. Macht euch ab. Wie macht euch ab. Wie macht euch ab, Alter. Wie macht euch ab, Alter. Wer hat die anderen da üben? Sieht, machst du das? Ey, weg von... Mach du doch ab, hier. Mach doch... Mach doch... Ey, Alter. Ey, das Auto. Hört auf mit der Scheiße, Alter. Hört auf mit der Scheiße, Alter. Sonst schieß ich, du Arschloch. Ey, das knallt gleich. Ein, zwei, zwei, okay. Ich steig gleich runter. Ja, auf die Schweine. Keiner Krise. So, die Anna holen wir uns auch noch. Ja, ich hab Angst, dass ich die anderen hier auf dem Dach bezüglicherweise trete. So, was hier los? Aussteige! Der knallt! Ich kann mich nicht bewegen. Wer legt sich mit uns an? Hä, wer legt sich mit uns an? So, warum warst du so frech? Ja, mach mal bitte. Rede! Hab ich... Ich hab hier nichts gemacht. Ja. Ja. Geht jetzt? Äh, äh, hier, Anna, durchsuchen! Bleib stehen! Stell dich an die Wand an! Wenn du irgendwelche Faxen machst, dann erschieß ich dich. Ach, du kleiner Hohenzohn! Jetzt bleib mal stehen! Jetzt bleib mal stehen! So, jetzt reicht's mir mit mir, ne? Stanni! Ey, raus oder ich schieß, Bro! Stanni, Stanni, hast du 500 Dollar für mich? Okay. Das ist mein Auto. Aber warum... Ey, wer einsteckt... Okay. Ich sag euch ehrlich, wenn ihr einsteckt, ich will nicht, dass ich wusste. Sonst geht's los. Stanni, hast du 500 Dollar für mich? Ich hab doch kein Geld. Ich bin reich. Ja, ich komm. Was hat der dabei gehabt? Wollen wir jetzt mal zu Stanni Performance fahren? Ja! Ja! Jack, ich hab dich lieb! Feiert ihr Stanni Performance? Ja, das beste Autohaus! Ja, hallo, schönen guten Tag, ne? Schönen Tag, die Herren. Hier spricht wieder... Hier spricht wieder eure Anna Kirsche. Also tatsächlich bin ich hier auch sogar Autohaus-Mitarbeiterin. Ja, das weiß ich. Ja. Sie sind auf jeden Fall eine sehr gute Mitarbeiterin. Ja, dankeschön, dankeschön. Das freut mich. Ey, äh, Lofti, bist du da? Ja, ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Äh, Lofti, du musst mal dein Dings, du musst mal dein, äh, dein Mikro, das ganz... Wir haben uns übel zoppelt bei dir und du musst richtig laut. Guck mal! Also ich hör mich nicht zoppelt. Warte mal kurz, danke. Also doch, doch. Das kommt von Lofti. Oh, nimm mich schuld. Ich kann mich nicht bewegen, sehr egal. Ich weiß nicht, was das ist. Warte, ich fahr dich mal runter. Du musst dich lochen können. Kannst du es lesen? Kannst du es lesen? Kannst du es lesen? Geht lauf die? Nein, ich kann nicht was. Ne, ich kann nicht werden. Lauf die? Lauf die? Wer ist jetzt? Lauf die ist, äh, der ist, äh, der ist festgedingt am Auto. Äh, wahrscheinlich wegen Gerd, ne? Ich weiß nicht wie hier ein Einzelner auf dem Dach war. Gerd, ja, ja, ja. Ja, ja, Gerd hat gerade was gemacht, deswegen. Gerd, wusste ja. Ich war der Erste, der gesurft ist und jetzt sind auf einmal 50 Leute hier dran. den kommt die steine kommt inspirieren er konnte sich nicht bewegen wer kommt nicht bewegen doch auch scheiße ja ich glaube ich bin der gewahr hat knöchenbruch namaste ja das war bei noch die gewissen dass wir es doppelt geholt haben ach du scheiße was ist hier für ein airsporter äh ja wo ist denn es hier eigentlich bleibt mal hier stehen bleib mal hier stehen ich kann nicht mehr diga was ist das was ist das was ist das was ist das du weißt ich bin der beste surfer ich bin schon die ganze zeit drauf das stimmt diga sorry jungs mein mclaren kann einfach alles also wir müssen uns gleich mal mit allen treffen wir müssen uns gleich mit allen treffen ey gelt das ist echt geil dass man hier autosurfen kann ich denke ey das ist wirklich nice alleine dass du diesen begriff autosurfen kennst ja das hab ich hier gemacht wir haben das früher immer so genannt gelt das macht dich rein das kann ich nicht sein ich kann euch gerne den mclaren verkaufen also 50.000 extra für meine telefonnummer tatsächlich 50.000 dafür würde ich ja nicht mal 5 dollar bezahlen ey was willst du denn jetzt ich glaube ich bin ich und warum seid ihr hier alle die ganze gang heute hier so die sind alle zufällig glaube ich hier einfach das ist Zufall dass wir jetzt hier auf diesem auto stehen ja das war echt ein Zufall ich hole aufgegangen tuan warte mal tuan klappt alles schlag mich mal nee ich hab immer noch keine wo ist noch die hin ja da warte da warte da läuft die weg i wanna be your sunshine oh ja pfff my blinding sunshine oh yeah ich bin tuan ah ah wohne unten in meinem tempel los anna nimm mal tuan mit tuan komm mal her ich bin grad eben aufgewacht aber einfach noch kein einziger mensch ey jungs benimmt euch mal ein bisschen hier du wirst aber nicht so viel sehen können das sag ich dir jetzt schon ne es geht es geht ich bin grad runter gefallen ok ab auf die autobahn jetzt einmal oh ja ich bin der beste Schopfer ooooooo wooo wooo jungs wir verlieren die leute wooo 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 man ist tot wenn man hier runter fällt nein okay jetzt mal ich risiko was aber ich jetzt mal nur noch zwei leute drauf krass die besten wir werden den sieger das autosurfen führen stand ich kann so jetzt mache ich mal was schwieriges leute mach den kopf blumen den wir damals gemacht haben gut gewonnen ich glaube nicht ein auto noch mehr autos ja es reicht ja noch hier ein mclaren ist ein bisschen kaputt muss doch die das meinst du kannst du das auto reparieren ja ja mache ich ich habe persönlichen mechaniker in meiner garage habe ich könne wüstenrallye machen erst mal zum motorrad schneller als das auto so wie sie kaputt und der macht gewillig das ist das zittling wo das war das kann ich überfallen klar das ist das macht man nicht Scheiße, wir müssen reparieren jetzt. Hast du einen Reparaturkast dabei? Nee. Oh, gute Blemse. Oha, wir haben nur diese Notblemse für die Luft gefunden. Ja, warum kommst du nicht mehr Luft? Machst du was anderes oder was? Schade. So, warte mal. Haben wir einen Dings dabei? Haben wir keine Reparaturkast? Das sieht jetzt mehr aus wie ein Falali wie ein McLellan. Hast du so arbeitest deine Performance? Ja, so arbeitest du nur das Beste vom Besten. Ey! Perfekt. Ja, okay, okay. Ah, ja. Oh, geil. Wir müssen das unbedingt reparieren, das Auto. Oh, ja. Na, so sieht die besser jetzt. Reparier mal einer das Auto hier, bitte. Ja, ich hab einen Reparaturkasten dabei. Ja, ich meine das. Kann nur einmal aussteigen. Ja. Hast du diese Schilder gesehen auf dem Kehrer? Warte. Du kannst da einfach hingehen und daran rumtippen an den Schildern. Du kannst die einfach rumändern. Wo, welche Schilder? Na, auf dem Highway und überall eigentlich sind die Schilder. Achso, das ist krass, Digga. Mit so Texten auf. Da kannst du einfach hingehen und da kannst du einfach raufschreiben, was du willst. Das ist geil, Leute. Ja, klar. Lass mal gleich diese Rallye einmal machen. Ne, mach ich mal Rallye. Ich mach jetzt mal Rallye. Wo ist Esu hin? Das, was wir aber gemacht haben, war ziemlich gefährlich, ne? Wie? Hä? Was? War das gefährlich, ja? Ja, das war sehr gefährlich. Können Sie mich mal über die Gefahren aufklären, was da passieren hätte können? Wenn sie mit dem Motorrad zu schnell fahren und die Leute da runterfallen, dann kann man zum Tod führen. Oha, aber dafür haben wir sie ja. Get hands on. Ja. Ja, hallo. Du machst uns ja wieder gesund, oder? Ja, natürlich. Wie läuft das Auto aus? Das Auto läuft tief an. Ja, gut. Ja, gut und selbst. Ja, nice. Auch sehr gut. Kennen Sie mich? Oha, der ist von dem Ball aus Jums. Vorsicht! Der ist von dem Ball aus. Box like a bird. Tenno! Aussteigen! Hä? Bist du von dem Ball aus, oder was? Nein. Beim nächsten Mal bitte aufpassen, okay? Okay, danke für den Tipp. Soll ich die Cops rumen, oder was? Nee, nee. Da macht keiner die Bullen, Mann. Hans, komm mit. Ja, warte. Ich trage mich mal. Hanna, trage mich mal. Kofferraum voll? Ja, Kofferraum. Das Auto hat keinen Kofferraum. Hallo? Achso. Ich steig mal ein. Lass mich tragen. Achso, ja, warte Gerd, ich trage dich mal. Oder willst du mich tragen? Ja, warte. Das ist mir jetzt relativ, ne? Das ist mir jetzt relativ, ne? So. Und komm auf meine Arme. Ja. Wo ist Tourn? Tourn, die machen wir jetzt Platz. Ich wette, du schaffst nicht mich unter eine Minute. Was gibt Homies? Oh nein. Nein. Wir sind keine Homies. Die sind doch hier hingefangen. Wo ist Ayu, Mann? Wo ist Ayu? Da sind sie doch. Wo? Wo ist Ayu, verdammt die Scheiße? Das ist Tourn. Tourn. Das ist nicht Tourn. Oder ein Acht-Sitzer, dann haben wir die ganze Gang im Auto. Ja, du bist ein Acht-Sitzer, ja? Hallo? Ja, mach mal ein Acht-Sitzer. Du hast ein Gesicht. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Du bist so gehegert. Digga, was hier abgeht, war Leute, das ist zu krank. Was hier abgeht, Digga. Ey, steck mal aus dem Auto schon aus. Der Herr, wieviel ist die Outfit wert? Hallo? Ja? Wieviel ist die Outfit wert? Sag ich dir nicht. Ey. Haben sie vielleicht ne krasse Uhr oder so? Die sie in die Kamera zeigen könnten. Ja, ich hab ne krasse Uhr. Wenn er die Uhr erfällt, dann knall ich die jetzt auf den Pisser. Boah. Ach Junge. Ich will auf die Reifen schießen, aber die Reifen gehen nicht kaputt, WTF. Ah, jetzt hab ich ein. Kleiner Hund, der. Ich möchte mitfahren. Alles zum Griff. Ja, der hat einfach RDM gemacht, Leute. Das geht nicht, das geht nicht. Ja, ich hab den geholt. Den Pisser. Warte. Guck mal. Ich kann ja, ich kann ja schlecht. Ich kann ja, ich kann ja schlecht. Nein, nein. 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 Ey, Kollege, nimmst du den mal. Boah. Das war ja ne Hammerverfolgungssache. Ich bin wieder da schon. Einmal alle weit fahren. Wow. So, Steini hüpft mal rein. Lass mal das Auto hier stehen. Wow. Darf ich nicht? Ich will hinten sitzen. Ich will hinten drauf sitzen. Check mal jemanden. Ne, du kannst dich an die Seite hängen. Oh. Kann ich nicht? Aua. Junge, lass mal weg hier, Dicke. Ja. Oh, es fahr schnell. War weg, war weg. Ääh. Auf den Weg hierher. Ja. Auf den Weg. Genau, genau. Ey, das. Aua. Da ist ein Paparazzi hinter mir. Das Paparazzi kommt immer mit. Okay, dann fahren wir jetzt weiter. Let's go. Ah. Ja, ja. Ah. Ey, Junge. Wollen wir... Was willst du machen, Steini? Willst du die Trill da? Willst du Sandy? Ey, wo ist dein Tuan und Esu? Ja, genau. Die suchen wir jetzt. Ja, die suchen wir jetzt. Wir müssen... Ich kenne jemanden von der Bank, der kann uns sagen, was wir brauchen. Sorry, Leute. Du bist so ekelig, Dicke. Der kann uns sagen, was wir brauchen. Ja, okay. Die gucken jetzt mal, wo Amir und Esu sind. Okay. Wo Tuan heißt der. Oh, Vorsicht. Die haben dein Auto geklaut, Anna. Ah, ja. Ah, passiert. Okay, wir fahren... Ja, wo fahren wir hin? Guck mal, ich zieh auf die Kopf. Ja, auch nicht, Jason. Weg mit dir. Ja. Hat jemand auf uns geschossen gerade? Nee. Hier, wo können die sein? Ui, ich muss auch was... Kann man die eigentlich auch mit MP runterballern? Ja, wenn du eine hast. Boah. Hast du einen SMG? Ja, hab ich. Ich hab' sonst. Zwei Stück hab' ich sogar. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß, wenn's helfen kann, die Jungs zu finden. Was ist denn hier los? Hallo. Was ist dich? So. Ey, fuck, Mann. Ich glaub, wir finden ihn nicht. Ja, gut. Warte mal, ich die Nummer von denen? Die Telefonnummer. Das wär' natürlich toll. Ey, ich sag dir ehrlich, ich glaub, wir finden ihn nicht, Mann. Oh, was ist denn da los? Hat denn jemand mit Einrad, Junge? Guck mal! Oha! Scheiße! Was ist denn das? Das ist ein Einrad. Ja, die krass. Boah, ich will das Einrad fahren. Vorsicht, bitte, ja. Wie viel ist die Outfit wert? Boah, kann ich auch mal fahren, Einrad? Nein, darfst du nicht. Hey, Dani! Wer bist du denn? Umpa-Lumpa? Bist du das? Ich bin Umpa-Lumpa. Kennst du meinen Namen? Wie siehst du aus, Umpa-Lumpa? Hast du was gegen mein Aussehen, oder was? Also, ich werd' hier wieder diskriminiert. Das gibt ne Anzeige, du. Das sag ich dir. Du hast ja ein cooles Einrad, was du hast. Hast du dich gerade lustig über mein Aussehen, oder was? Wie viel kostet das Einrad? Ja, ich sag mal so. Oh, Einrad! Ich rufe die Polizei an. Tuan! Tuan, du weißt, was zu tun ist. Attacke, Tuan! Verstöre die! Also, wenn man ein bisschen lachen will, bleibt man einfach zum Wölfe-Park. Hier ist immer irgendwas los. Was ist hier los, Mensch? Was ist hier? Ich glaube, ich schwung. Alle rasten sauf. Ey, 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 ey. Und dann kannst du den nehmen. Okay, bitte. Ey, Gerd, gib mal bitte eine Pistole, ja? Tuan, aufhören! Ja, Tuan, aufhören! Machen wir jetzt hier ein Kopen-Foto, oder was ist hier los? Das stimmt, Personal, ne? Warte, 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 warte. Ich weiß, ich bin berühmt, aber wir können gerne das Fotos machen. Warte, 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 warte. Der hat einfach mein... Der hat mein Einrad geklaut. Wo ist dein Einrad, Oompa? Der hat mein Einrad geklaut. Ey, gib mal das Einrad her. Du bist immer frech, Junge, jetzt... Ey, bleib stehen, Alter! Jetzt knallt! Sonst knallt's, Digga! So, reicht jetzt mit dir. So, das ist mein Einrad. Oh, Alter! So, und alle einmal bisschen weiterfahren. Das ist eine Straße und sonst haben keinen Parkplatz. Digga, wir fahren einfach einrad... Lass zusammenfallen. Wie kann ich dich tragen? Wie immer. Wir fahren eh runter, komm. Ja, bitte. Sie meinen, wir sind berühmt. Was ist hier los? Oh, mein Gott. Ordentlich parken. So, ihr habt hier gar nichts zu melden, Alter. Doch. Kann ich gleich ein, Alter. Hier gibt's... Hier ist die Regel der Straße. Nein, natürlich nicht. Doch. Doch. Und ich möchte jetzt bitten, sich hier wegzugehen. Du willst, dass ich hier weggehe? Ja. Ist nicht so fähig. Du, ich glaub nicht, dass du hier was zu melden hast. Hier regiert die Straße. Was ist das? Kann man jemanden medikwalten? Also, ich seh da. Ich seh da. Ich seh da noch. So. Guck mal, ihr habt hier nichts zu melden. Ich darf dir das sagen. Checkt ihr das. Oompa Loompa. Macht die Kops platt. Ich hab keine Waffe unten. Ich hab keine Waffe unten. Stani, gib mir was. Dann mach ich die Waffe. Stani, das freut mich. Mit den roten Haaren. Ja, 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 ja. So, die Kops weg mit euch. Die Kops weg, oder es knallt. Ich möchte, dass jetzt alle anfängt zu platzen. Kops weg, oder es knallt. Kopfschmerzen, das tut. Alles klar. Kops müssen hier weg, oder es knallt. Genau. Kannst du kurz mitkommen? Äh, nee, ich hab grad keine Zeit. Ein Rott. Ein Rott. Darf ich bei euch mitfahren? Nein. Schade. Oh, jetzt muss ich mich wieder dranhängen. Ist ehrlich so ein Kops von dir? Oh, ich muss mich doch nicht dranhängen. Digga, wir haben grad, dass wir den Kops gezeigt, was abgeht. Ja. Was ist auf einmal los, Mann, Digga? Ja, wie voll. Boah, was hat der für geile Lichter. Jaja, das ist der von der Bank. Warte mal, warte mal. Das ist der von der Bank. Warte, warte, warte. Der soll uns mal da herfahren. Der soll uns mal da herfahren. Ja. Das ist der von der Bank. Der kann uns sagen, was wir brauchen. Wir wollen doch die Bank runterfahren. Äh, bestimmt, äh. Warte, warte, das ist der. Was ist nicht? Termitsprengstoff? Bohrer? Keine Ahnung. So was immer. Ja. Der soll mal herkommen. Lass mal Oompa Loompa und, äh, Turan holen. Jaja, aber wo sind die? Wo sollen wir hierher kommen? Schwaner, da wo die Maskenversammlung war. Ja, den soll nicht mach ich, Junge. Wollen wir da echt wieder reinfahren? Wir holen hier kurz ab, schnell. Ja, warte, ich sag mal so. Ein Verrückter auf der Straße. So. Können Sie hier kurz warten, wir kommen hier. Ja, ja, wir kommen hier gleich her. Evan! Ach. Wir kommen hier gleich her. Wir holen eben noch ein paar Leute. Wartet hier kurz. Wir kommen euch wieder. So. Oh. Ey, Oompa Loompa und Turan, komm mal schnell rein. Oh, ja, Mann. Wo sind die? Nee, nicht du. Hey. Oompa Loompa, komm rein. Gut bei dir, Bruder. Ja, wohl. Oompa Loompa. Was ist denn hier grad schon wieder los? Komm rein. Wo ist denn, wo ist denn schon mal rein? Soll mal einsteigen? Ja, wir sollen einsteigen Oompa Loompa. Schon lustig. Ich wollte eigentlich schon eine. Ey. Abfahrt. Wo ist denn Touren? Ey. Wo ist Touren? Wo ist Touren? Ja, meine verehrten Damen und Herren. Sind Sie hier neu in Los Santos? Ja, wir sind neu. Meine Güte ey, hier kann ja niemand Auto fahren. Das ist echt schlimm, wie die hier fahren. So. Wir wollen die Bank überfallen. Ja, ich weiß noch, man braucht einen Laptop, Hacker-Ladung, German-Ladung. Nein, 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 nein. Ja, okay, Termin braucht man erst. Stimmt, Termin. Ich hab doch noch was für sie. Ja, was denn? Jetzt laufen sie doch nicht weg. Das hatten sie ja überstellt bei mir. Jetzt kommt das haben sie für mich. In letzter Nacht noch. Ja. Ja. Ich hab nichts bekommen, der Herr. Ey, berührt dich doch mal. Salam, mein Schein. Ich leck dir das in den Scheiß-Kofferraum rein. So. Wir müssen absichern. Jeder, der jetzt hier kommt, umpa-lumpa rumzuspinnen. Ja, absichern jetzt. Ja, gut. Absichern jetzt. Wir machen die Straße dicht. Machen wir. Ja. Also der Mann wird uns jetzt sagen, was wir brauchen. Ja, für den Bankraub. Das besorgen wir dann, was wir noch holen. Perfekt. Uh, wir machen einen Bankraub? Wir machen Bankraub jetzt. Ich sag mal so, ich hab noch keine Waffen, ne? Ich hab auch noch keine Waffen. Ich hab auch noch keinen Waffen. Ich hab auch noch keine Waffen. Ich hab auch noch keine Waffen. Ähm. Wir könnten gleich kurz... Er hat zwei Waffen bekommen. Er hat zwei Waffen bekommen. Ja, für dich eine mit. Er wollte nicht angehen, er will die wahrscheinlich verkaufen auf dem Be. Hey, weg da, weg da. Ich muss weg. Hier ist die Sperrzone. Sperrzone. Hier ist die Sperrzone, Jungs. Hab ich zwei Waffen? Ich hab genug Sperrzone hier. Ja, genau, weg. Straße gesperrt, weg hier. umdrehen oder es knallt umdrehen oder es knallt das feier ich das ist mein das ist mein beruf damit verdiene ich mein geld was was kamera weg kamera weg teuer kamera weg keine aufnahmen hier vom geschehen um paulumpas hier nur am rumspinnen ich wollte das ganze klären aber wie soll ich denn damit jetzt noch becker das ist um paulumpas wahres ich höre ich nicht um paulumpa naja ich rede ja auch nicht so nur weil ich mein mund bewege heißt es ja nicht dass ich rede oder doch eigentlich schon ein taxi gefunden können sie jetzt hier ihre zwei beine nehmen sie ja ach der geht ja schon okay alles gut so müssen absichern hier absichern ich klicke so ab ja wenn eine kommt müssen wir müssen uns erklären lassen was wir brauchen wir müssen noch die sachen besorgen dann sagt was brauchen wir jetzt mal ein problem mehr die firmen wer von den scheiß schlössern da die wurde geupdatet in der scheiß bank auch 99 usb hacking stack laptop ja man brauchen wir und wir brauchen sprengladungen und zwar viel davon auch nicht und nicht das einfache zeug sein wir brauchen termit das sind spezial schlösser die können wir nicht aufbauen wo kriegen wir das her wo kriegen wir den stick zuerst das lspd hat zu ihrem glück ein beschlagnahmt irgendwo in den büros ist ein stick den müssen sie eigentlich nur einsacken ungesehen raus und wenn sie glück haben dann waren die so dumm und haben den mit dem laptop gelagert glaube ich aber nicht und das department of justice das hat zu ihrem glück große menge an termit beschlagnahmt das weiß ich weil ich das halt weiß keine fragen bitte jetzt erst mal zu den bohlen würde ich sagen noch eins wenn sie ein spezialbohrer finden dann können sie da unten die schließfächer aufbauen ja nur dann lohnt sich das auch für mich also gucken sie dass sie auch ein spezialbohrer bekommen wo ich sehen baustelle ja das kann ich ihn nicht sagen wäre das so einfach dann würde ich den diamanten ja alleine in meinem keller sitzen man so ich sage ihnen jetzt wie das ist entweder ziehen sie das ding in den nächsten 30 minuten durch oder unser zeitfenster ist durch ja dann lassen wir kopf stürmen wir lenken die ab und einer schleicht sich durch einfach ja lasse einfach hin das ist ja ich habe ich nicht gesehen ja ganz kurz dennis hat die schlüssel dennis macht die türen auf ja ja wir lenken ab vorm pd und dennis macht ja die schlüssel hat dennis schon wir müssen diesen stick suchen ja okay wir lenken die kopf ab wir machen da ein bisschen remi dami ich bin bereit die im auto sitzen entweder leistung oder tot oder seine richtige vip v klasse hier ich weiß erst einer wies der kubbs die kopf sind jetzt platt gemacht jungs und die dame es ist zeit dass wir den wachstiger wusste eigentlich schon wieder umpa loompa wir machen ein neues da der kopf ist komm mal rein ich will mit euch reden was gibt es denn ich will mit euch nicht hier draußen nicht hier draußen die anderen herren einmal abstand halten ja 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 so und zwar jungs ich will eine anzeige machen ich will eine anzeige machen ich will eine anzeige ich will eine anzeige gegen den bürgermeister machen so wer hat da jetzt was mich hier hat der bürgermeister gerd hansen gerd hansen bürgermeister ich bin gerd hansen also nicht der bürgermeister haben sie er hat mich nämlich beleidigt beleidigt so der hat mich jetzt zuerst beleidigt als blöd kopf gar nicht hallo ich will auch eine anzeige machen die frau hat mich angemacht einfach so die frau hat sie angemacht mich hat sie auch angemacht und gegen die frau und gegen das ja wie heiß ich anna kürze und hat gesagt lecker aus womit zusammen heute essen gehen und ich so höchst mich verfolgen die mit ok man wollen sie denn eine bahn meine beantragen ich würde gerne beantlagen die will such weiter wo sind wir hier gelandet diesen 1 2021 ja das stimmt auch so dass das so nicht geht weil standard die haben sie entführt ja klar klar der herr stanni wollte mit dem reden aber ich wollte mal mit ihm reden ja ich gucken sie mal ich tue immer so cool vor den ganzen leuten aber ich bin gar nicht so cool dafür wollte ich mich entschuldigen alles klar dann hätte ich vielleicht eine frage ob sie mir vielleicht einen job beim pd besorgen können ich könnte einmal fragen aber ich kann hier leider jetzt nichts machen müssen sie dann einmal mit der leitungsebene sprechen können sie mal ihren kollegen dazu holen ja bitte könnte auch nichts machen aber ich kann zwei motorrad nehmen warten eine sekunde ja hier ein motorrad ja genau äh haben sie noch ok wir haben alles ich habe kein motorrad nein habe ich nicht ja ja ok wir haben den stick sehr gut ne das ist ein laptop oder ist das stick ne das ist ein linux das ist ein stick ah ok 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 wo kriegen wir jetzt den laptop hin ja wir müssen wir müssen wieder mit dem mann sprechen wir müssen mit dem mann wieder justiz hat er gesagt stimmt justiz hat er gesagt ne justiz kriegen wir die thermitladung her ja er hat gesagt justiz wir müssen zu justiz ach ja stimmt hoch zur justiz sie hat thermitladung geschlagen haben ja jungs lass doch alle in funk gehen erstmal hab ich einen ja ja ich hab im handy hm kommt im funk 10 der ist verschlüsselt kennzeichen ja alles klar gut einmal aussteigen 10 oder was ja im funk 10 ja warte ich muss erstmal aussteigen hat er gesagt ja jetzt kannst du ah hört sie mich der stuhl ja hallo hallo ja höre dich höre dich ja hallo hallo alles klar ja du musst einmal aussteigen sexy auto ja jo jetzt kannst du mal fahren ja jetzt kannst du funk 10 so los gehts welchen funk gehen wir 10 10 wir kommen sofort wieder mit kurzem kopf hallo komm rein du rennt fahr doch nicht ohne mich so ziehen so ziehen ok hallo hallo höre dich perfekt so wir müssen jetzt zur justiz ok Leute wir müssen zum observatorium ja verstanden warum zum observatorium weil da so ein laptop liegen soll ich glaube das war der laptop oder der Bohrer wir müssen mal schauen Leute wir räumen jetzt erstmal die Bank aus ok die Bank wird platt gemacht check dir was ich meine ja check Moment ich muss jetzt mal markieren warte ich bin zu doof wo ist denn jetzt es hier schon wieder im palumpa wo ist denn ja keine ahnung scheiß auf den scheiß auf den der ist der ist eh lost der macht da wahrscheinlich der tanzt dann auch seine spielchen und so und fährt mit seinen Einrad rum wer hast du denn alter der kann ja gar nichts ja wir haben uns auf discord kennengelernt äh und da äh hat einer halt rp gezockt boah ich sag euch ehrlich Leute seitdem wieder GTA rp flüssig läuft babamäßig ich war gespannt Leute wie der Bankraub ist alter im garten beim beim kirchenpflücken ist abgesammelt also wir gehen jetzt rein wir müssen engen Laptop besorgen der andere unser Kollege müsste schon halt 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 bevor ihr reingeht ja ja eine Sondersituation heute haben wir nicht nur die Gelegenheit ein großes Ding durchzuziehen sondern auch viele Leben zu retten anscheinend ist Sprengstoff genau der den wir brauchen auch auf dem Dach vom Department hier befestigt worden das Gebäude ist auch evakuiert worden was ein Zufall das ist ja echt ein Zufall alter naja ich sag mal so irgendein Bekannter hat den angebracht wir sind nicht hier für den Sprengstoff wenn ihr welchen findet sagt den ein wir sind hier für die Laptops ok ja und zwar müssen wir schnell sein ihr habt nicht viel Zeit 5-6 Minuten rein raus schnelle Aktion da rein oha wir müssen irgendwie auch absichern hier wir müssen aufpassen dass hier keiner reinkommt ok ich bleib hier ok wer sucht sucht mal eigenen Laptop 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 Rap Gott hier ist einer da steht einer hier drinnen wo steht das was da steht einer ach so ja ach das ist der Mann der von der der gibt Sachen raus wo ist das denn hier ist nix ja ich denke vielleicht draußen oder so ja vielleicht rum rum ja ja wir gucken lass erst aufs Dach lass erst aufs Dach Bro hier liegt Termit was ist hier Termit was hast du ach du scheiße boah 6 Termit hab ich hier nimm das alles mit alles mitnehmen nimm das alles mit alles mitnehmen am besten alles Stani geben gleich ich kann nicht mehr mitnehmen der muss da alleine stehen ja ja ne ne doch geh mal weg hier geh mal weg hier man so der wollte unser Termit der wollte unser Termit klauen der wollte unser Termit klauen mein Gott Digga was ein Dieb ey hier ist noch was hier können wir die knacken die Tür hier die Tür hier die Tür hier Steini wir brauchen den Laptop wir müssen wieder runter ist der Laptop unten drin oder was wir gehen am besten an das Steini du befestigst das alles in der Bank okay Aua hat es geklappt Jungs ja wir haben Termit schon wir haben Termit ah ich schufe nochmal durch Steini komm raus komm raus komm raus ich bin draußen wir gehen hier wir gehen hier hin wir laufen hier hin hier müsste doch irgendwo ein Laptop sein das kann doch nicht sein da ist doch irgendwer allein gegangen mit schwarzem Mantel da ist einer allein gegangen mit schwarzem Mantel Jungs keine Ahnung wer das ist ne der mit schwarzem Mantel gehört zu uns der gehört zu uns der gehört zu uns alles klar gut ah ok dann ich glaube wir haben ey Jungs ich glaube wir haben alles ich glaube wir können los wir können zur Bank jetzt fahren haben wir den warte 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 ich hab noch mal ganz kurz ich hab auch noch mal rein hat Dennis dir den Stick gegeben schon ich riskiere mein scheiß Leben für euch warte ich hab noch einen ich hab noch einen aus dem PD warte ich gib dir noch einen habt ihr den scheiß Laptop gefunden ja habt ihr den Rest wir haben glaube ich alles wir haben alles wir haben Laptop, Termit was heißt ihr glaubt ihr mein Leben steht auf dem Spiel wenn ich mich rumtreiben ja doch alles wir haben alles wie viel Termit brauchen wir denn ich hab so viel du tragen kannst Boah, ich habe so viel Termin, das reicht safe, das reicht safe. Spreng dem komplett die Tür weg, geht um Geld. Okay, wir haben alles, ab zur Bank, ab zur Bank. Abzug, 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 abzug. Sollen wir uns noch irgendwie umziehen oder so? Umziehen, umziehen ist für Anfänger. Jungs, sollen wir uns noch umziehen? Ja, lass uns umziehen fahren, komm. Bevor wir jetzt den Banküberfall machen, lass uns umziehen fahren. Zum Kleidungsdahn, ich habe markiert. Zum Kleidungsdahn. Ja, zum Kleidungsdahn, fahr uns hinterher. Okay, warte, wir müssen einmal wenden. Doch, 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 doch. Zeit, als wir kein Video hier machen könnten, ne? Das müssen die Menschheit eigentlich sehen. Wenn die Sache schief geht, keiner nahm. Gerhard Hansen war mit dabei, würde ich sagen, aber nur. Ich habe blind, wo bist du? Ach, du sitzt bei mir im Auto, okay. Ich fahr kurz, ich fahre schon einmal, warte. Also, wenn wir gefasst wären, den Namen Gerhard Hansen, alles auf Gerhard Hansen schieben. Der hat meine Frau, um meinen Sohn. Brom, machst du noch lange, GTA? Wir wollen jetzt Banküberfall machen, die wir warten, die ganze auf dich. Das Ding ist, ich hatte noch den Noob-Schutz an und dann hat irgendjemand geschrieben, ich soll mich auch ausloggen, habe das gemacht und dann bin ich reingekommen und es hat nichts gebracht. Wo bist du denn gerade? Ich bin jetzt nicht im Sportland rangegangen. Ach so, okay, ja, ich komme gleich. Okay. Okay, soll ich noch eine Runde machen oder kommst du dann gleich? Ja, ich komme gleich. Also, ich mache noch eine Runde, mach noch eine Runde, mach noch eine Runde. Ja, okay, bis gleich, ciao. Ja, ciao. Hat die Umpa Loompa angelufen? Ja, ja, die Gelles Loss, der Fiebliche. Ich werde die Bank machen, ob oder mit Umpa Loompa, das interessiert nicht. Bei 12, 28, 20, in dem will. Ja, ja, ich bin noch in Deutsch. Dermann? Ja, da kommt einer, da kommt einer. Ey, Jungs, Jungs, wir brauchen mal jemanden. Da kommt einer, der gehört nicht zu uns, der gehört nicht zu uns, der darf nichts erfahren. Raus, der Laden ist geschlossen, Alter. Du bist hier nicht erwünscht. Ja, ich kriege das ab. Ist das ein Bulle? Warum redet der nicht? Das ist ein Bulle, glaube ich, Jungs. Knall ihn ab! Knall ihn ab, knall ihn ab, wer das ein Bulle ist. Ja. Aber das brennt verhalten. Hand zu, ganz wichtig. Ja, Leute, wir nehmen das Geisel, oder? Lass den das Geisel nehmen, oder? Ja, lass den das Geisel nehmen, ist geil. Mach mal ein Out, mach mal ein gutes Outfit und sag uns dann mal die Regalen an. Dann ziehen wir uns alle so an. Was hast du, Tuanan? Ich habe Jacken, Pullover 50. Hose, lass ich so, Hose, lass ich so. Hose, äh, Sur, habe ich 14. Du wartest jetzt hier, ja, du wartest genau da ab. Dürfen wir Police-Schutz-Wester anziehen, ne? Nein. Ey, mach nicht. Geh mal weg, der Hansen. Also. Der Weste habe ich 20. Und dann Farbauswahl 9 einfach. Ich sag's nur ungerne, ja, aber tic-tac-tac-tac, ja, die Zeit läuft. Nimm mal, äh, nimm mal Hut. Maske 28. Oder? Ja, ja, doch, aber nee, lass so lustige Masken nehmen, oder? Nee, nee, lass Dings nehmen, lass hier diesen Hut, diese Dings hier nehmen, warte. Oh, ich habe was Gutes, guck mal, was ich habe, guck mal, was ich habe. Uh. Welche Nummer ist das? Äh, für 115. Lass doch die Mütze nehmen mit Sonnenbrille. Welche Nummer, welche Nummer? Äh, das ist Nummer 120. Ihr müsst uns das gleich noch einmal allen sagen, na, damit wir das alle einmal haben. 120? 120 ist bei mir gar nichts. Äh, mein Hut, glaube ich, ne, oder? Ein Hut und eine Brille, das ist ja richtig schlau. 120, und welche Brille hast du da auf? Äh, Brille, Brille, warte mal, man könnte sogar noch hier so ein Schaden, nee. Ne, warte mal. Der Blinski, kommen Sie mal ganz kurz. Ja. Man könnte Brille... Einbruchsbrüder. Oh, 24, 24, 24. 24, warte mal, wo ist denn Brillen? Äh, unter, unter, äh, unter Maske. Zwei unter Maske. Welche Nummer hast du? Warte. Äh, Brille habe ich 24. Oh, Gerdus ist genau meiner Fläscher drin. Brille 24. Warte. Ja. Oh, ganz wild. Lass ihn schwarz machen, Jungs, und schwarz. Das sieht richtig cool aus. Ja, Mann. Ja, Mann. So, warte mal, ich hatte irgendwie ein gutes Teil gehabt. Und Oberteil will ich auch nochmal auf jeden Fall. Du musst dich umziehen. Ja, sorry. Ich wusste, ich wusste, ja, gerade, ja, alles gut. Schade. Ja, wie soll ich mich umziehen? Eure Jacke auf jeden Fall erstmal. Boah, bei mir dauert es echt lange, ne, Leute? Macht dich sonst irgendwie in unsere Art zu einfach. Äh, also so, so. Mann. Wo ist der? Ja, so, lass, nimm einfach, genau, lass das, das so, lass das auf. Wusstet ihr nichts noch, wenn man den braucht? Wie meint mich, oder was? Hansen. Ne, äh, Anna. Achso, ja, gut. Ich lass da mal auf, halt so, okay. Ey, Stani, sag doch jetzt mal deine Regalnummern. Hab ich doch. Einmal. Äh, Schutzweste 20. Das ist FIP in das PD gekommen. Pullis 50. Oh, fack, fack, warte, warte, ey, ey, warte, warte, warte. Warte, ich bin FIP, ich bin FIP, ich bin FIP. Ja, tu so, tu so, tu so, tu so, Funk so. Wir sind im FIP. Ja, FIP herz. Ja, fuck, wir sind im FIP. Ähm, wir haben gerade in unserem Funk eine Durchsage bekommen, dass es gleich beim PD irgendeine Versammlung geben soll und wir sind noch zwei Recruiten und wir würden gerne Verstärkung antworten. Verstärkung, Verstärkung, sagt ne. Verstärkung ist unterwegs. Okay, jetzt sag mal deine Jacke, deine Jacke will ich... Äh, die Warte Jacke ist, ähm... Dennis, zieh dich auch um. Ja. Also, ich sag jetzt, äh... Einmal ja. Jacken 50. Ja. Hab ich, okay, passt. So, next. Ähm, Schutzweste 20. Ja. Wie oft ist denn Schutzwissen zu sagen? Ich kann auch mein Outfit schwarz machen, ne? Hosen 33. Okay. Ich glaube, wir haben noch nie wieder Messer stehen. Und Schuhe nur noch und dann haben wir's. Ähm... Ähm... Das ist Jan, Jan Karpfen heißt er anscheinend. Jan Karpfen, rede mal! Ja. Digga, du bist Geisel, das weißt du, ne? Warum bist du hergefahren? Komm mit raus! Ja, aber ich muss mich nicht sehen. Sohn... Du bist auch Geisel! Ich hab noch eine, hab noch eine! Zwei Geisel haben wir hier. Äh? Ja. Stopp! Einsteigen hier. Okay, wir nehmen die Geisel in die V-Klasse rein, ja? Ja. Wir müssen zwei Leute... Setz dich noch eine in die V-Klasse rein. Pack die Geisel hier rein. Ja, aber ich komm noch rein. Tua, geh auch. So, wir wollen die Geisel in die V-Klasse. So... Wer ist die andere? Oh, wenn ihr falsch zu Bewegung macht, wir knallen euch ab, Alter! Einsteigen! Wir sind nämlich die... Los einsteigen! ...Blutbande! Sehr verdächtig! Wir sind die Blutbande, Alter! Alles klar! Ich werde einfach mit Augen... Ey, einsteig, Alter! Ich tötet dich, ne? Also, Jungs, wenn ihr aussteigen solltet, die werden direkt fleißlos sein. Wir werden den Kupsus geben. Bro, wir machen euch platt, Digga! Checkt überhaupt, wer wir sind, ey! Das Einzige, was ich weiß, dass ich unter den Glöbeln gestorben bin! Wir sind die Zalami-Familie und Agabe! Wir sind Agabays! Wir sind von Agabay! Ach, Schein! Digga, du bist Geisel, du dürfst da nicht rein! Oh, Mann! Digga, du bist Geisel! Sei froh, wenn wir dich abknallen! Wir sind Bankräuber! Checkst du das? Digga, ich weiß noch, wie ich sage, dass wir ein Psykobatik. Ich muss mich am Tag einen umbringen. Ich glaube, der eine Mädel ist nicht freiwillig. Wer will umgebracht werden von euch? Okay. Hier ist die Bank. Ja, wie ich mich so gesagt... Da steht ein Motorrad. Hier scheint wohl jemand zu sein. Den müssen wir direkt fertig machen. Ich habe doch heute nur einen Polizisten umgebracht. Lass uns richtig aufstellen. Für den Fall der Fälle so. Ja, vor der Bank. Vor der Bank. Die Geisel gleich ausstellen, wenn ich euch das sage. Ja. Mag ich noch mal einen Polizisten zusammenschlagen? Nein. Nein, nein, nein. Digga, ich habe Geld abgehoben. Lass mich gehen. Mach keine Faxen, Alter! Schönen Schämelein, du bist Geisel. Alle Geisel rein da in die Bank. Komm mal rein jetzt. In die Bank rein! Sonst knallt's, Junge. Rein da. Nein, Mann. Set es hin. Set es hin. Jetzt mag es basteln. So. Positioniert die da. Ja, genau. Schön da positionieren. Wo hin noch einen? Da ist noch einer. Was machst du hier? Geld abheben. Nein. Geh zu den Geiseln, du bist der Geisel jetzt. Und jetzt ab sofort jeder, der reinkommt, der wird platt gemacht, Alter. So, Jungs, geht weg. Warte, wir brauchen... Ja, okay, dann fangen wir an. Es sind nicht genug Cops da. Doch, klar. Könnt ihr mal die Fresse halten? Warte. Ich glaube, das sind nicht genug. Es müssen gleich genug Cops in den Dienst kommen. Ja, so, so ohne Stille möchte ich hören. Danni, mach jetzt, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Okay, Cops sind reingekommen in den Dienst. Sehr gut. Ja, ich bin in den Dienst gegangen jetzt. Nee, geht nicht. Willst du das noch probieren? Ja, nee, warte, 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 warte. Wenn die sich da bewegen, macht die platt, Leute. Geht jetzt, geht jetzt, geht jetzt los. Okay, es geht los. Aufpassen, wer reinkommt, wird er getötet, ja? Ja. Oha. Die brauchen noch rein, die Herr Prodentil. Prodentil ab. Alarm geht los. Was machst du? Oha. Okay, okay. Schablinski, bist du im Funk? Rein, Jungs. Okay, rein, 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 rein. Rein. Weiter geht's. So, ich packe auf die Geiseln auf. Ja, sehr gut. Nimm die Geiseln hier rein, die sollen die Geiseln hier reinbringen. Können die laufen? Die Geiseln hier alle hier rein. Ich glaube, Beamte sich nähern, wenn sie vorsichtig sind. Anna, komm mal hier, alle die rein, sonst musst du uns rein. Geiseln zu uns. Okay. Junge. Rein, rein, rein. Stani, meinst du, du kannst das? Ich kann das. Ich hab alles, Stani, ich weiß, du bist ein Hacker. Du kannst das. Ach, du heilige Seiße, wir sind am Ars. Wir sind am Ars. Kops. Älsterste Vorsicht bei der Firewall. Ja, mit der Firewall, hast du das gehört, Stani? Aber was muss ich denn zugreifen hier? Ah. Du bist doch der Hacker. Ich mach jetzt ein Hack-Connect erst mal. Brute-Force-Attack. Brute-Force. Ja, 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 mach das, mach das. Sehr gut, sehr gut. Brute-Force. Und pass auf die Firewall auf. Stani. Okay, okay. Du hast geschafft das. Wir wären reich. Warte, Jungs, ich hab verkackt, ich probier's nochmal. Luke, das macht nicht. Wie du uns verkackt, Mann? Ja, ganz ruhig. Ich will meine Kohle, Stani. Ja, ganz ruhig, Alter, geht weiter hier. Komm, ich bin verrückt, so. Ich will keine Kohle, Stani. Dann trinke ich auch ein bisschen Geld, dann. Halt die Fresse. Ihr seid jetzt mal alle rund hier. Ihr seid Geisel, Alter. Ihr kriegt gar nix, außer einen Kopfschuss eventuell. Oh, ein Döner. Warte, Dennis, geh mal hoch und guck mal durch. Boom, wie knackt das Ding, Alter? Funk mit lang, sollte der Kopfschuss kommen. Ja, mache hier einen Moment. Ich guck mal. Das Passwort ist Treasure. Treasure, Stani, ich seh das doch, Mann. Ja, hab ich doch, hab ich doch, äh, klingens. Noch keine Bode. Warte mal, ich muss es aber jetzt eingeben. Oh, geht auf! Es geht auf, es geht auf, okay, okay, okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ihr wartet hier, ihr Geisel, ihr wartet hier. Okay, Stani, wir gehen rein, wir gehen rein. Los, los, los. Okay, ganz ruhig. Ihr müsst ja schließen. Anna, lieber zurück, Alter, das ist hier Männersache. Das ist zu gefährlich für dich. Ach so, willst du damit sagen, dass ich hier... Sprengstoff zurück zurück. Oh, mein Gott. Jeder, der reinkommt, abknallen. So, Geisel, haltet euch mal die Ohren zu, das wird laut. Jeder, der reinkommt, abknallen. Jeder, der reinkommt, abknallen. Schüsse oben, Schüsse oben. Alles gut, weil wann ist es, wann ist es, wann ist es. Boah, nimm das Geld mit. Wir packen jetzt das Geld. Pack das Geld ein. Pack alles ein, pack alles ein, ja, ja, ja. Alles einpacken, Jungs. Alles einpacken. Boah, wir sind reich danach. Los, los, los. Ja, wir sind reich. Pack das Geld ein. Mach du das. Mehr, schneller, Stanni, pack ein jetzt. Ja, ich mach doch schon. Los, los, los. Mach mal schneller. Ich mach doch schon, Jungen. Fuck, Mann, die spazieren ja einfach rein oben, Mann. Ja, knall die ab. Ja, okay. Oben abknallen, wer reinkommt, abgeknallt. Okay. Das ist hier ein Bankenüberfall, Alter. Die falsche Fährte mit Palito läuft. Die Bumpendrohung ist raus. Ja, wir lenken die Kops. Ja, wir lenken die Kops nach Palito, aber damit die nicht herkommen. Okay, sehr gut, Leute. Wir blocken, wir blocken, man. Schneller. Pack alles ein, Stanni. Ja, ihr müsst mir helfen, Digga. Ihr Rentner, Digga, ihr müsst mir helfen. Stanni hat die Tasche. Du hast die Tasche, Stanni. Achso, ich bin der Einzige, der ist, Aschad. Oha. Stanni läuft. Ja, ihr müsst oben absichern. Sichert ab. Ja, langsam, wir sichern oben ab. Stanni packt ein. Hier wird richtig dick Cash gemacht. Para, para. Ja, das ist der Nuss hier oben. Die haben Tasche vergessen, ja, weil die doof sind. Boah. Oh, Achtung, Achtung. Die Bullen sind da. Vorsicht. Ah, du Scheiße. Bullen können abrücken. Alles gut bei der Bank. Wir haben die Hände erledigt. Schüsse, schüsse. Ach, du Scheiße, Leute. Ja, Leute, wir nehmen doch gleich alles mit. Ich muss doch erstmal alles einpacken. Die haben keine Tasche. Ich bin der Einzige, der mit Taschen hier alles hat. Polizei kommt, Polizei kommt, Polizei kommt. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, Polizei. Hintereingang. Halt sie ab. Hintere Signaturen, die Ansicht. Vorsicht. Scheiße. Das Gold hat Chata, Leute. Aber wir packen schon das ganze Geld ein. Leute, das dauert lange, aber... Boah, der Server ist mega geil gemacht, Blackjack, sage ich ehrlich. Also, der Server hat extrem viele Funktionen. Ja, ich weiß. Vielleicht bin ich überladen, aber bro, wir müssen das ganze Geld ja mitnehmen. Ich kann ja nichts zurücklassen. Armin wurde gekillt. Schade, Armin. Stani, komm mal her. Du musst mit den Reden. Mit Stani. Mit wem? Mit wem? Du musst mit den Bullen reden. Ja, ich komm gleich, wenn ich das letzte Geld noch eingepackt habe. Mach schneller, Stani. Was soll das denn? Hör nicht auf den. Wir können jeden Schein gebrauchen, wenn du dafür dein Leben gibst. Ja, halten die Bullen hin, halten die Bullen hin. Sag, dass die Geisel sind. Ey, Stani, du packst ja immer. Nimm das Geld doch. Ja, ich lass doch gleich alles weg weg. Wir haben ja gleich alles. Halt die Bullen hin. Sagt, wir haben Geisel. Ja, natürlich haben wir schon. Wir haben auch schon Orte umgebracht, Stani. Kommen da viele, Alter? Ja, komm, wir haben sehr viel umgebracht schon. Wir haben bestimmt schon 20 Leute umgebracht. Das ist kein Spaß hier. Das ist kein Spaß. Wir haben ja nicht alles. Wie viel Kohle haben wir gleich? Ich muss deine Geisel töten, weil die Zeit für deine Zeit für deine abzuhauen. Wir haben gleich paar Millionen. Wir haben jetzt ein paar Millionen. Sehr gut. Ich will auch nicht mehr arbeiten gehen. Ihr sagt ihr wirklich. Raus, raus, raus. Ihr müsst weggehen. Wir reden mit dem Bullen. Geh mal raus, Stani. Die Geisel willst du mir? Ja, ja. So. Wer ist hier der Kooperationspartner? Der mit den Locken. Wer bist du? Ich bin, dass ich noch umgehe. Pass auf, wir haben das Gebiet umstellt, ne? Wollt ihr leben oder wollt ihr sterben? Natürlich wollen wir alle leben. Dann haut ab. Also wir sollen abhauen. Ihr sollt abhauen. Wir haben Geisel. Ganz kurz. Wir bringen mal eine Geisel raus. Bringt eine Geisel raus. Okay. Ausgegeben. Also wir sind jetzt erstmal da vorne, eine Geisel sehr. Stani, komm, komm raus. Scheiße, komm raus, komm raus. Ich bin draußen. Was ist das denn hier? Ey, es brennt hier, Alter. Wir wollen Helikopter. Ein Helikopter von dem Korps, Alter. Jungs, ich bin eben raus. Ich bin egal, das ist ja schon ziemlich heiß jetzt hier. Ach, Scheiße. Ich bin ein Helikopter. Komm wieder raus. Besorgt uns das Helikopter. Und die erste Geisel erledigen müssen. Bringt die erste Geisel raus. Bringt die erste Geisel raus. Ach so, warte, dann gehst du raus hier. Ich zeige euch erst mal meine Geisel. Auf, es soll nicht. Auf, es soll nicht. Feuer brennen. Komm, kommen Sie mal her. Ich sage Ihnen jetzt was. Sag jetzt. Ich nehme jetzt diese V-Klasse. Pack die bisschen nach vorne, okay? Nein. Eine falsche Bewegung. Ach so, ja, ja, doch, mach das, mach das, mach das. Also, warte, 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 was wollen Sie eigentlich überhaupt? Wir wollen einen Helikopter haben, sonst wird diese Geisel hier sterben. Wir haben zehn Geisel hier drin. Darf ich erst mal alles sehen? Alle Geisel raus. Hey, Schablindski, kannst du uns einen Helikopter besorgen? Besorgt einen Helikopter. Oder besser. Ich, wie gesagt, ich will mich schon ganz hier alleine, sämlich. Ach so. Die, du bist alleine. Also, sag mal so, ich habe noch zwei Helikopter hier, die leider keine Helikopter holen können. Kannst du einen Helikopter holen? Nein, ich kann euch gerne einen Helikopter holen. Ja, dann fahr jetzt los und holen einen Helikopter. Sofort mal. Aber dann will ich auch eine Geisel dafür haben, ne? Erst Helikopter, dann eine Geisel. Genau. Ja, und das Pronto. Das Pronto. Ich habe keinen Bock mehr, so lange zu warten. Jetzt ziehen die jetzt beide ab, oder was? Die können wir auch einfach wegfahren. Ja, eigentlich stimmt. Ja, Pronto, los jetzt. Das ist ein bisschen komisch. Ey, wie lange braucht ihr noch? Wollt ihr uns hinhalten hier? Der Arme kommt nicht alleine. Ey, wir kenne jetzt nicht ab, oder? Ey, wir kenne jetzt einfach mal. Wir sind doch gar keine Kopfhörer da jetzt. Du warf einmal einfach? Ja, lass ihn mal. Achso, ihr seid noch hier. Ja, lass ihn mal. Ja, lass ihn mal. Hey, nee, nee, komm mal. Da sind doch welche. Da sind doch welche. Wo, 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 wo? Da sind doch welche. Da sind doch welche. Da sind doch welche. Wo, 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 wo? ich will nur sagen dass wir es gibt ein kleines problem was ein problem werdet wahrscheinlich den hier nicht fliegen können doch da ist eine zentral verriegelung für mich passt auf das auf wo ist vorstand hier also auf wir haben jetzt werden im plan ja da kommt schon da kommt unsere abholung wir setzen uns alle in den titen rein dahinter hängt uns ran und wir sind weg ins auto alle rein alle rein wir haben geisel jetzt mal Ich bin Klausel. 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 Lass es da geben, Jungs. Oh nein, ihr Pisser. Ich hab dir gesagt, wir sollen das auf die eine und die die Tue machen. Wir haben Armi verlaufen. Armi ist egal, wir haben das Geld. Jungs, wir haben dich zu Lunderbein lassen. Ich hab früher kein Auto geklaut. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ich dachte erst, dass wir sterben tatsächlich. Und lassen wir uns. Aber dann hast du mir doch ganz gut hinbekommen. Das war geplant, Leute. Achso, das war geplant. Wir haben es geschafft. Wie viel Geld haben wir standen? Wir haben 200.000. Jawoll. Wir haben 234.000. Habt ihr mit dem Spezialbohrer die Dinger aufgebaut? Nee, wir haben Spezialbohrer. Wir hatten keine Zeit mehr. Die Cops haben Druck gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Das ganze Ding für Nüsse für mich. Jetzt beschweren die Dorni. Ihr kriegt auch nichts ab. Warum hast du es nicht aufgebohrt, Stani? Ja, ich hab's, äh, Dings. Was soll das? Äh, das war Gerd Hansen seine Schuld. Wie? Du hast zu viel Druck gemacht. Du hast zu viel Druck gemacht. Ich sag euch, wie es ist. Ihr seid ein gutes Team. Aber ihr müsst nur den ganzen Auftrag erledigen beim nächsten Mal. Sonst lohnt sich das für mich nicht. Beim nächsten Mal machen wir den ganzen Auftrag. Okay, bringen wir uns mal runter. Ich bring euch ein sicheres Gebiet. Okay. Gehört dir das Gebiet hier? Ja, keine Spuren. Fingerabdrücke ich schon gar nicht. Aber, Stani, sie war ein bisschen so komisch geflogen gerade. Warum hast du uns nicht einfach angehangen? Was war das? Ich dachte Plan A oder Plan B greift. Da hab ich mir ne Flasche Vodka in die Binse gekippt. Da dachte ich, da kommt's nicht zu. So, ich lass euch hier ab. Ja. Ah, vorsichtig. Vorsichtig. Okay, danke. Oh mein Gott. Okay, das war... Ah, er hat doch gesagt, wir müssen die Spuren vernichten. Er meinte ja, Spuren müssen entfernt werden. Okay. Bleibt uns nur noch eine Sache über. Pass auf. Wir fahren hier schnell hin. Jetzt teilen wir auf. Wie viel sind wir noch? Drei. Okay. Okay. Vier sind wir. Okay, steigt alle aus. Steigt alle aus. Wir teilen auf. So, Jungs. Jetzt nehmt ihr mal alle die Hände hoch. Hä? Stani, du Schweine. Was ist denn mit hier, du Arschlo? Wir kriegen dich. Scheiß kriegt ihr mich, Junge. Das ist mein Geld. Ich hab die Drecksarbeit gemacht. Dann teilen wir nix mit mir. Ihr kriegt gar nix. Ja, mit Anna würde ich teilen. Ja, dann hol mich bitte ab. Nee, du musst weg da. Hans kriegt nix. Ja, ich geh weg. Weil Hans ist reich genug. Ja, ich bin jetzt weg von dem. Okay, ich komme. Okay, ich bin... Ja, ist ja doof jetzt, wenn ich das sage. Ja, sag das nicht. Die wollen uns abhören. Ja, ja, ich merke schon. Die ganze Spione sind da. Wir werden euch kriegen, ja? Wir werden euch kriegen. Niemals. Ihr seid tot. Ich seh dich, ich seh dich. Schnell, komm rein. Schnell weg. Oh. Du bist langsam, du bist rentnermäßig. Ja, das dauert immer ein bisschen, Mensch. So, weg. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Tuan, bist du noch zu erreichen? Oh. Das war's mit dir, Hansen. Den haben wir plattgemacht, wa? Den haben wir richtig plattgemacht. Den haben wir richtig hinter das Auge gezogen, Alter. Richtig abgezogen. Ja. So, warte, ich gebe dir jetzt gleich das Geld. Perfekt. Die Hälfte. Wir machen 50, 50. Okay. Das machen wir. Komm schnell raus. Ja. Wir werden euch suchen, ja. Wir werden euch suchen. Wir werden euch finden. Ihr kriegt doch hier, Schweine. Oha, danke. Gut. Wir müssen jetzt untertauchen. Ja. Was machen wir jetzt? Also wir brauchen erstmal irgendwie ein neues Auto. Ich muss untertauchen. Ich muss untertauchen. Scheiße. Wir müssen jetzt erstmal von der Straße fern bleiben. Der Hansen wird uns jagen. Der Hund. Definitiv. Der Hund. Hansen, wir haben dich entfloht. Du Flo. Was habt ihr? Ja. Du bist ein Hund. Ein richtiger Hund. Ein richtiger Hund. Äh, 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 Frau vielleicht? Ha, ha, ha. Ha, ha. Na, scho, bin ich, du Hund. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. So, ich muss schnell weg. Ja, okay. Ach, Leute. War doch geil gewesen. Äh, checkt gerne GRP ab, Leute. Das war der Server gewesen. German Roleplay Server. Äh, gibt zwei Server. Einmal die 1 und einmal die 2. Ich zog endlich auf beiden Server. Servers. Also, checkt die gerne ab, Leute. Geiler Server. Bockt auf jeden Fall. Zocken wir öfters drauf. Auch im Stream sonst abends immer. Ähm. Und ihr braucht euch nicht whitelisten lassen. Ihr müsst einfach nur auf den Discord gehen, Leute. Also, deswegen checkt mal GRP ab. Wirklich sehr, sehr nicer Server. Und ich würde sagen, Leute. Wir gehen rein in Fortnite. Ich starte mal die Playstation, Leute. Wir gehen rein in Fortnite. Und dann, äh, mal gucken, was es Neues gibt. Ich bin gespannt. Mal gucken, was Esu auch sagt. Hallo? As you? Was geht's da nie? Du musst jetzt in Fortnite reinkommen. Komm schnell. Das macht so Bock, dieser Modus, ne? Macht der echt Bock, ja? Übelst Bock, Digger. Mies Bock, mies Bock. Ja, unnormal. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Der macht unnormal Bock. Boah. Zockt ihr den schon, oder was macht ihr grad? Ja, wir zocken grad, aber wir können gleich rausgehen, wenn du ready bist. Ja, ich bin ready. Boah, Leute. Ja, dann sollen wir nochmal alle raus? Ja, lass eben liegen. Guck mal, ich geh für dich direkt raus, Digger. Bist du nie, Digger? Ja, 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 ja. Er geht ohne mich einfach GTA zocken. Ah, okay. Hey, ich hab doch jetzt alles organisiert, dass du auch reinkommst. Ich sag, das wird dir gleich so Bock machen. Schade, rausgehen. Ey, mit zehn Leuten kann man die zocken. Was? Trida hat jetzt schon Hack. Killar gegeben, oder was? Ich hab mit dem Poster Hack. Warst du wieder grad im Poster? Ja, war ich. Was passiert, Digger? Ja, ich bin Trida. Ich hatte den Poster-Head-Capper. Was mit Stil? Der ist gemutet. Schade. Sonst wären wir zehn Leute. Das wär echt geil. Das wär echt top. Soll ich sie anrufen? Ja, ruf ihn mal an. Ja, bitte. Steh, lieb. Steh, lieb. Steh, lieb. Ist er nicht im Stream grade bei sich? Keine Ahnung. Wieso wurden jetzt beide gepackt? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Wir sind gelieft. Achso. Cringe. Yo, Bro, ich hol... Dings wahrscheinlich ja woanders, ne? Ja, komm mal rein. Weißt du nicht, du bist Schade, Junge. Steh, lieb. Steh, lieb. Da ist er doch. Moin, 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 Digga. Rein damit. Let's go. Ja, grad eine ruhig. Ich war grad im Poster. Ey, ey. Ich war am Anfang Schwarzer Ritter. Alle haben mich aus Prinzip rausgewortelt, obwohl ich es nicht war. Alter. Auf einmal ich den Belly Boy mit dem Ballon hinten rum, Digga. Alle, Digga. Gar keiner gesasst, dies, das. Ich glaub ich ehrlich, ihr braucht die richtigen Skins, Digga. Komm rein. Ich hab dich eingeladen. Ja. Wirklich, weil du Dings warst oder hast du dich rausgewortet? Ja, weil die Schwarzer Ritter waren so rote Augen. Die Leute haben Todesangst gehabt auf einmal. Du kannst doch richtig mit Emotes zeigen, wer es war und dies und das. Das ist schon lustig. Ich hab auch ohne Leute gezockt, also mit Randoms, ohne Discord. Jeder ist gut mit Randoms? Geil. Ja, das war auch schon übel. Geil, Digga. Aber machen wir jetzt mitreden? Oder machen wir das jetzt? Mitreden. Alles genau wie im Ongast. Wir muten uns gleich. Wenn wir dann den Knopf drücken, dürfen wir reden. So eine Geschichte halt. Ja, machen wir die Jungs. Let's go. Ich wünsche euch wirklich viel Spaß. Ja, oder? Ich freu mich grad vorher, ey. Das war gleich richtig geil. Das ist echt nice. Das ist echt nice. Habt ihr auch jetzt schon ein paar Runden gespielt? Eine richtige Runde hatten wir grad. Okay. Ich fang grad die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht, weil ich mich das freu. Was hast du denn? Ich weiß nicht. Aber einfach aus Prinzip hier Renegade draus holen wir. Ich find dieser Kreis unter einem stört bisschen. Welcher Kreis? Dieser Kreis ist zu fett. Man kann sich nicht so richtig verstecken. Ich würd's geil finden, wenn man sich auch gut verstecken könnte. Ah, mit M kann man die Karte öffnen. Ja, absolut. Scheiße. Ey, der Jubilä-Modus ist richtig geil. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier funktioniert, Alter. Das ist geil. Wir machen's auch von der Lobby, ne? Frühgeschrank. Die Animation, das ist ganz anders. Das ist keine Creative-Modus-Kacke, wie, keine Ahnung, als ob irgendjemand das neu gemacht hätte. Das ist schon echt heftig. Digga, das ist echt, das ist wirklich, die haben sich ja Todesgemühe gegeben. Aber ich hab das dann nur mit dem Aufgaben noch nicht gecheckt. Das war eine dritte Runde. Ey, Jungs. Ey, Jungs. Ey, Jungs. Auf Wiedersehen. Ja. Ich bin ein Agent. Oha, voll geil gemacht. Okay, zwei Hochstapler gibt es hier, Leute. Also zwei. Oh mein Gott, Digga. Bro. Okay, warte mal. Wir werden jetzt erstmal hier ein paar Aufgaben machen. Wie krank ist das denn, bitte, Leute? Wie krank hat... Oha, das ist aber echt krass. Ey, das hätte ich nicht gedacht. Alter, da sieht man auch, was für ein... Den Bericht zum Büro bringen. Ey, Leute, da sieht man auch, was für ein Potenzial in Fortnite steckt. Was? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Das ist ja voll krank. Oh, der killt mich doch hier gleich. So, erster auf... Ist das hier einer? Ne, ne? Hä? Nein, nein, nein. Die zeigen auf mich. Oha, guck mal. Eine Lama-Fabrik ist hier einfach. Waffe nehmen. Kameras ausrichten. Die Kameras gibt's hier auch, oder was? Oh. Oha. Friedan ist tot, oder was? Ja. Also... Dugan, Dugan darf Frieden, weil er entdeckt hat. Also Dugan muss anfangen. Ich glaub, es ist Gamer-Profi. Ja, aber wo hast du die Leiche gefunden? Ähm... Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, weil es noch neu ist. Kannst du dich M drücken? Kannst du sagen? Ähm... Man sieht sogar, wo man war. Du musst nur auf die Karte drücken. Rechts. Unten rechts. Unten rechts. Ja. Okay. Ja. Also ich kann Stani safen. Ich kann Stani safen. Er hat grad diese Minigun-Aufgabe gemacht. Ich bin reingesprungen und gucken, ob ich dabei sterben kann. Aber ging nicht. Naja, also Dink ist glaub ich auch safe. Tokio. Welcher? Die haben welche? La Bomba. Ja, das bin ich safe. Okay, safe. Bin ich mir aber nicht sicher jetzt. Also Dugan bin ich sicher. Ja, anonym ist natürlich scheiße, wenn die anonym drin haben. Aber die sechsten. Wir müssen einfach nach den Zahlen sagen. Ja, das ist Steely Bream. Das bin ich. Ich bin hier. Ja. Das Ding ist, eben gerade als ich hier in Schlachtenbus-Werkstatt, also unten rechts reingerannt bin, genau in dem Moment hat Tokio Dugan die Leiche reportet. Könnte sein, dass er den killt hat und ihn dann reportet hat. Mhm. Wer ist das? Welcher Skin? Kann man auch selbst. Ich habe ihn gesehen. Riken Expert. Wer, wer, wer ist das? Riken. Riken Expert. Ohne Helm. Hm. Ja, also ich kann nix sagen. Ja, ich kann auch nix sagen. Ja, ich kann auch nix sagen. Ja, ich kann auch nix sagen. Ja, ich mach auch nix. Skippen. Skippen. Und ich habe andere gesehen, wie er eine Aufgabe gemacht hat. Aber es hat nur einer gemacht, ne? Ich hab auch eine gemacht. Mit den Mappen, ne? Du warst mit mir zusammen in irgendeinem Serverraum. Ich bin hinter den Servern gerannt und du hattest davor schon die Aufgabe gemacht. Also da hättest du mich auch easy king können. Ich hab so ne Mappenaufgabe gemacht, das war's. Mehr weiß ich nicht. Esju versucht mich hier umzustellen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Esju das ist irgendwie. Ja. Ja, der ist ganz ruhig und freut sich so. Und hier. Esju. Einer muss noch skippen. Dogan, glaub ich. Dogan, du musst noch was machen. Dogan, Dogan. Bro, das ist echt krank gemacht, Leute, mit dem Among Us, ne? Seid ich euch ehrlich, das ist wirklich krass gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Alter. Alter. Das ist heftig. Sagt euch ehrlich, das hätte man so immer Among Us-Hype rausbringen müssen. Äh. Komm, wir gucken mal, ob wir die Mörder finden. Was ist das? Alle sind verkleidet? Schalli-Party, was ist das denn jetzt? Digga. Irgendeiner warst bei mir. Irgendeiner warst bei mir. Wo warst du? Der ist weggerannt. Ich war grad... Der ist weggerannt von mir. Der ist weggerannt von mir. Das war Banane. Man sieht ja keine Nummern dann. Mhm. Ja, aber wenn du M drückst, kannst du dein Standort sagen. Mein Standort war bei... Da war noch... Da war noch einer gewesen. Meiner war Schlachten-Bus-Werkstatt. Ja, da war ich auch. Ich hab grad diesen Bus weggesprayt. Also mit diesen Wasser-Dings. Die Equest. Wer ist denn hier geholfen worden? Ja, das war oben. Das war oben. Ich glaub, das ist Steely Breely, Digga. So wie der ruhig der ist. Nein! Hör auf, Digga. Ich hab Dings gemacht. Ich hab so eine Munitionsaufgabe gemacht. Das laberst du für eine Scheiße. Aber ganz kurz. Wer war die Banane, die neben mir rumgeduckt ist? Weil ich hab so eine Tanzaufgabe gemacht. Irgendwer war neben mir. Und wir waren auf der anderen Seite vom Ding her. Nee. Wir waren genau da über. Okay, das kann dann die Person auch gewesen sein. Wenn er jetzt nichts sagt. Das war ich. Ah, okay. In der Tanzaufgabe. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab dir zugeschaut. Hm. Ich hab... Das Ding ist, du kannst ja keine Nummern sehen. Der wurde vor mir gekillt. Ja, das Ding ist aber, Dogan war jetzt schon wieder in der Nähe. Und hat vorher reported, ne? Ja, also meine Vermutung liegt so krass auf Dogan. Ja. Meine Vermutung liegt irgendwie auch auf Dogan. Ey, ich würde doch... Hat er zweimal... Warte, du wärst gestorben. Ist Essie gestorben? Stimmt, Essie hat doch vorher verdächtigt. Ja, Dogan hat er verdächtigt. Ja, ohhhh. Ja, ohhhh. Doga, du 31er. Du musst ja Essie gekillen, Alter. Das ist ne Ehrenlos. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Doga, raus. Doga, raus. Doga, raus. Doga, raus. Wartest du Doga? Wartet mal, wer ist denn die 9? Doga. Doga. Doga, raus. Na moin. Was steht da? 438? Achso. Auf Wiedersehen im Postor. Wer hat übersprungen? Wer hat übersprungen? 7 und 9 haben übersprungen. Wartet, wartet. Wir gucken jetzt. War das Tokio Profi über 7. NEIN! Ein Agent. Nein, nein, nein. Bro, das ist ein safe stays, Digga. Oh mein Gott, it's a safe state André ist es glaube ich nicht, Leute Wir müssen hier wie bei Amon und Astin den Impostor finden, den Killer, Leute Ich verstecke mich doch hier, Bro Ja, ja, das ist safe Tokyo hier Das ist safe der da, Leute Die drei ist das zu 100% Bro, das ist die drei, Leute Zu 100% Die drei ist der Mörder Ne, ne, ne Hätte auch eine Aufgabe gemacht Oh, ich kann das Kann ich hier nicht nur Dings rufen? Ja Sag ich doch, dass es stays Wie kann ich denn hier, äh Kann man hier nicht hier Notfall rufen? Das ist safe hier, das ist Profi Ja Ich hab einfach alle geholt, Digger Ja, ich hab doch gesagt, ich würde lust das, Digger Ich hab alle geholt, Digger Warte mal, ein T-Mail frag ich mich, Digger Ich wusste jetzt auch, was ist Profi Ich hab gesagt, weil ich wusste jetzt auch, was ist Profi Digger, Alter, wo ist auch genau mit Stan, Javin Aber, Bro, das ist doch voll doof Kann man jetzt gar kein Dings machen, Digger Auch im Mörderchen-Seekall geht auch Wie, ne, ich hab doch gesucht, aber es ging nix Stani hat mich sogar beobachtet Ja, ja, vielleicht hat die, vielleicht hat Das ist so, okay Wie geht ihr möchtest ein Call, Leute? Vielleicht mal Strom aus oder irgendwas in der Richtung? Ja, wenn du zwei Schritte weiterlaufen hättest du leichter gefunden Ah Ey, Jungs, Alter, Scheiße Ey, was wär mein Dings, mein Impostor-Mail, der hat da nichts gemacht Der hat da nur geweint Der hat nur geweint Digger, ich war da die ganze Zeit, ich denk so, Scheiße Das ist ja voll auffällig Direkt gewonnen, Jungs, was ist da los hier als Benjamin mit einem Ballon, Digger, erklärt's schon Ach, die Runde ist schon vorbei, ich war grad gar nicht da, was passiert? Ich hab zwei, drei, ich hab die nicht verreckt, war Das war, das war Wer hat das gewonnen, haben die Agenten gewonnen, oder wie? Nein, wir haben gewonnen Ich hab grad zwei, drei Leute noch gewonnen Warum war die Runde jetzt so schnell vorbei? Weiß die Maschine Wegen den Herausforderungen, oder war's? Nein, 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 die Leute Ich hab alle auf Du einunddreißigerst Let's go! Hörst du, musst du nicht noch diesen GameProof wieder muten, äh, muten sei schon, muven Wo ist der denn? Stimmt, Vater Unten bei Doc 1 Ah, deswegen kann er auch nichts sagen Ah, ich kann auch muven, warte Oder? Ach schon Nee, Leute, ich war kein Impostor Äh, sorry, bin grad wegen WLAN-Problem rausgeflogen, Oskar Ach, alles gut Warst du der, warst du der zweite Impostor, oder wie? Mhm So, ich hab mich gewundert, Digga, hast du ja gar nicht getötet Weiß, weiß Ja, ich war da so geil, Digga, ich war da so geil, Digga Ich konnte, ich hab da nicht gesehen, wer war da mit der Banane Ja, ich weiß, ich hab's nur gedacht Das war, Digga, das finde ich richtig geil, Digga, ist jeder so gleich aus hier, man kann gar nicht jemanden wohnen, Digga Ey, Leute, ich sag euch echt, der Modus ist Spammer-mäßig, ne Also Wirklich Da kann man sagen, was man will, aber man sieht einfach Wie viel Potenzial in Fortnite steckt, Leute Wie krank ist das, bitte? Bro Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg Das ist André Und das ist ein anderer Also, die sind schon mal safe, safe, Leute Hä? Besprechung, ah Geil, geil, das ist geil Also Also, der zu 100% schon mal safe ist André André und 7 ist safe Ja, Stil ist das Ja, ich war denkst du mal Also, 3 und 3 und 7 ist safe Also, André und 7 ist safe 100% würde ich auch sagen, ansonsten, ihr war weiter auch safe, safe Ja Also, ich weiß nicht, wer anonym ist da gleich Das ist die Anonym ist safe Ja, ich war oft neben ihn, aber Stasis tot Stil, kannst du das gleich auch über Stani und André sagen Also, Stani und André safe, wenn die das neben mir waren, weil wir waren in so einem Raum Und ich, äh, ja Ja, wir waren zu dritten Ich hab, äh, ich hab gesehen, wo André vorher war, deswegen, wenn du dazugekommen bist Ich hab dann die Ja, 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 ich hatte auch so ein Hammer, aber dachte ich, okay, sitzt du eigentlich eh safe Ja, ja, ja Am Anfang war ich mit Stil Und da hätte er mich eigentlich auch töten können, deswegen könnte ich den eigenen safe Ja, okay, wer, wer kommt denn jetzt noch in Frage? Also, als Wahl kommen würde Tokio Profi, Agam, Dogan, S.U. Tridan Okay, das sind noch viele, ja Also, ich war direkt nach dem Start unten recht schlachen, Buswerkstatt Hab direkt diese Spray weggemacht mit Wasserpistole Ich war mit jemandem, der war bei diesem Bus und hab diese Mission da gemacht mit diesen Posten Und dann kam diese Charlie Warst du Tokio? Ich war in dem einen Raum, wo diese Bildschirme erscheinen und man die einzelnen Items auswählen muss Esi, Rom, hört sich deine Stimme so komisch an? Ja, was? Meine Stimme hört sich immer komisch an Hast du irgendwie, hast du was? Ich hab ein Bier getrunken Irgendwie an deiner Stimme, ich weiß nicht, Digga, das hört sich echt komisch an Und auch, dass du auch so aufgedreht bist auf einmal Naja, ich überspringe jetzt mal, ich hab keinen, aber sehr komisch, verdächtig Ja, ich würde auch skippen Also, Stani, ist für mich safe-safe, weil er hat neben mir ne Aufgabe gemacht André ist für mich auch safe-safe Ich war dabei Ich will euch eine Sache sagen Ich will euch eine Sache sagen Ich wäre ja vorhin ein Imposter, man kann ja irgendwie die ganze Zeit trotzdem Aufgaben machen Das sieht halt immer dann Ah, okay, Digga, krass Niemand ist safe für mich, niemand Gut zu wissen, Alter Doch, also die drei Seiten ist alles okay Aber trotzdem, André und Steele sind safe André und Steele sind safe Ich sag euch ehrlich, Leute, ich glaub, das ist Tridan mit Essio Guck mal, Essio Ja, war mir klar Ich wusste es, Leute, ich wusste es Ich wusste es, ich hab's euch gesagt Ich wusste das, Digga Hab ich, was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt, Digga? Kiss doch nicht, Digga Oh nein, 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 nein Wer hat vorhin... Ah ne, jawohl Wo ist Leiche? Wo ist die Leiche? Wer ist gestorben? Wo ist die Leiche? Werde reportet? Doga reportet euch. Rechtsmitte. Sag mal genau, wo du dich befindest. Labor dort in der Nähe. Labor in der Nähe. Wenn es ein Labor war, kann ich Stu saven, weil wir waren andere Seite am Ende zu zweit. Für mich bist du auch safe. Die Frage ist, kann man als Imposter auch so eine Glaskapsel in der Hand halten, weil er hatte eine bei mir. Ich glaube, du kannst ganz normal Aufgaben machen. Ich hatte so eine Mission, ich muss Becher auf so einen Dings-Violetten Stein werfen. Ja, genau. Mit dem Kevin, der sich so dreht. Ah, zwei Imposter reden ja dazu miteinander. Ich merke nichts. Sei nicht so, was. Stih, du kleine 31er, hast uns gerade alle aufgenommen. Du sagst mir sowas. Ja, aber ich sag dir ehrlich. Er tut so richtig unschuldig. Oh, ich bin Ben, ich hab nur einen Luftballon und hinten. Aber du bist so wieder so da. Ich glaube, du bist so süß auszieht. Ist halt wirklich so. Ich war davor, ich war davor im Labor, ich hab das Deal gesehen mit Shani. Hör auf. Stih. Shani hört das und denkt sich gerade, alter Hals, mau, bitte tötet den. Das denkt er sich gerade, vertraut mir. Also, guckt mal, wo der Finger zeigt. Könnt ihr das alle eigentlich sehen? Ja. Ich kann den Stihl von Stihl jetzt hören, weil wenn Dogen meinte, die warst du zweit auf. Zeigt alle auf Stihl. Ich würde ihn auch aufschauen. Warte, ey, Jungs, keine Ahnung. Wenn ihr sagt, Stihl ist Stihl. Was hab ich gesagt? Ja, ich glaube, es ist Stihl, weil ich hab ihn ja gesehen mit Stihl im Labor. Ah, ich glaube nicht. Weil er war mit mir und Stihl in einem Kopf. Warum, warte, warum sollte ich Stihl töten, wenn ich mit André... Ja, wir haben uns doch gegenseitig gesaved. Das wär irgendwie dumm. Das wär absolut behindert. Aber okay, mach. Das akzeptier ich. Ich skip. Es ist so ein Ehrenloser, Digga. Es ist so ein Ehrenloser. Ich hoffe, ich hab ihn jetzt nicht gesaved, ey. Auf einmal hast du dich selber gesaved, André auch. Du wolltest nur meine Stimme. Wie alle hier am Necken sind, was? Na, das ist geil, dass man hier mal so... Das ist geil, dass man hier mal so als Geist rumfliegen kann. Oha, guck mal, was hier unten ist. Ja, ja, SU ist es. SU hat mich gekillt. Es ist SU und Dogan, Digga. SU und Dogan sind es. Ich weiß das doch. Also bei SU weiß der 100%. Aber ich glaub, Dogan, weil die noch die ganze Zeit den Schutz nimmt. Ja, sag ich ja. SU Dogan. Na ja. Ja. Okay. Hm. Dogan, hau raus. Ähm, Leiche. Warte, 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 da sind zwei gerade verreckt. Ja. Wer denn? Ich glaube. Hey, hey, hey. Und Tri dann? Ich sag sie, warte, warte, warte. Das ist diejenige. Nein, nein. Warte, wer hat das gerade gesagt? SU. Ich hab das gerade gesagt, Bro. Nein, nein, nein. Du hast doch nicht gerade das Kiel. Das wird gerade gesagt, dass ich es bin. Achso, nee, ich war das nicht. Ich, nehm dir. Agam, der Lama. Lama? Okay, dann würde ich sagen, dass es bis zu 100%. Ja, das bin ich auch gar nicht. Also, ich bin am... Also, SU war am Ende bei mir. Ich hab, ich hab Dings gesehen. Ich sag ehrlich, dieses kleine hier mit der Dingsstimme. Hier hab ich irgendwie auch ein bisschen Sass. SU war, glaube ich, normal unterwegs. Obwohl, ich hab gar keine Ahnung. Für mich ist Profi nur der Einzige, der safe ist. Keine Ahnung mit den anderen. Für mich ist der Blaue. Für mich ist der Blaue. Für mich ist eigentlich der, der gerade jemand den Reporter hat. Ich, ich, ich denk, dass Sturgen ist, weil er hat jeden Reporter, dass er es auch safe macht und selber reportet dann, für wen ich denke, dass er... Ich hab doch die Batterie dahin gebracht und danach im Weg... Guck mal, das Ding ist, ich kann mir auch vorstellen... Digger, das ist das schwierig einfach. Ohne Witz. SU ist auf jeden Fall safe. SU ist so ein scheiß Lügner, Alter. Agam ist am Ende auch noch ein bisschen bei uns gewesen, aber da kann ich nichts äußern. Von Seal habe ich gefühlt nichts gesehen in der Runde, von Dogan auch nicht. Also ich hab ein bisschen beobachtet. Eins frage ich mich, Stani und André waren die einzigen, die Seal vollen protected haben. Ja, es macht ja, es macht doch für mich null Sinn, die zu holen. Aber vielleicht ist das auch dein Alibi so, dass du dann quasi am Ende sagst, ey Leute, guck mal... SU macht das so schlecht und die kommen nicht drauf, das nervt, Digger. Nein, rauskicken, Leute. Wir müssen jetzt einen rauskicken. Ich würde niemals meine Leute, die mich gleich mal gesaved haben... Stee, du willst dich wehen, tut mir leid. Ich hab auch... Aua, Bauchschmerzen. Spaß. Schade. Stee? Ich... Also meine Dings Predigtion ist... Lama und Esku. Is you safe? Nein, 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 du, du bist auch safe, du bist auch safe, ich ne, keine Ahnung. Wer safe für dich? Du und... Du und Esku. Nein, nicht safe, im Sinne von safe, dass ihr seid. Is you safe? Auf jeden Fall. Was wird doch... Das ist safe. Diese Musik. Safe, oder? Diese Musik. die wohl ein kicker gehört dass er es ist ja ich habe gesagt das hier ist ja auch so safety obwohl er so scheiße gelabert wichtig und richtig leute er hört dass er hat einfach stimmen analysiert ich habe nur ein bier next round leute let's go aber agam warum läuft dann leicht vorbei ohne zu reporten dachte ich mir auch ja er läuft einfach irgendeiner ist echt vorbei und in dem moment kam glaube ich agam ich dachte scheiße agam wird jetzt hilft mich reporten habe ich gesehen zu dachte ich habe und ich sehe er läuft einfach vorbei habe ich zu game profi gegangen habe ihn als mal das war so lustig einfach zeigen ich muss noch ein bisschen mehr auf mich hören leute hört nicht auf stand er war erst ich bin einfach wieder agent was das denn wieder scheiße man die müssen jetzt auch mal auf mich hören leute wenn ich agent bin ich habe da direkt leute ich habe meine richtigen riecher die wüsste auch ich habe da man was auch durchgespielt mittagessen was nimmt man leute peperoni pizza das erfolge gemacht peperoni pizza weil an gibt es fette käse steaks und getränke leute gibt es ein mini schlürf saft um bestellen stellen fertig das essen muss geliefert werden ja es ist ja ganz komisch aber es ist glaube ich diesmal nicht weil er beobachtet aufzugs reparatur 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 gibt es ja eigentlich auch kameras leute ich war richtig arbeiten hier alter was ist das hier was ist das hier von mir so nicht aufs sack gehen alter ich habe reportet ich habe reportet wo hast du den gefunden ich habe so gefunden im büro es die was machst du eigentlich die ganze zeit du machst ja keine aufgaben muss nur am rumrennen und gucken wo ich bin extra zu dir gekommen und habe mal im chat gesagt leute man hört das an meiner stimme man hört das an der stimme das habe ich gerade die ganze doch spaß gemacht ja aber das ist schlecht für die gruppe achtet auf meine stimme sogar mit wem waren wir zusammen achtet auf meine stimme und jetzt bist du ich hörst an der stimme dass du jetzt kein imposter wirst du sagst dir ehrlich ich hörst jetzt keine ahnung ich skipp ja ich hätte agam ich war dächtiger agam aber ich skipp jetzt auch mal ja das agam jetzt hier direkt verdächtig wird ich guck mal jetzt was es macht leute auch schnell weg leute ich habe keinen bock zu sterben das so unfair das so op für imposter aber wir sind auch gut mit den aufgaben durch naja kipp mich gibt es hier kameras oder so leute gibt es hier eigentlich kameras wo man gucken kann oder so ne ne das wäre zu geil ich glaube nicht mal in diesem einen computerraum mit dem ganzen bildschirm perro hat leiche war neben wartung cse andres tot andrea war letzte runde schon tot keine ahnung wer es gewesen sein kann nehmen wartung wartung ich war ein cse dann bin ich da raus und dann habe ich diese dann kam charlie und dann habe ich das gemacht wir waren bei mir rein gerannt gerade in diesen einen raum wo ich mich versteckt habe vor dem bildschirm ich weiß bist du bei schlafräume gewesen da habe ich die tanzaufgabe im büro war ich gewesen ich habe sie genommen und habe die rübergebracht also ich bin stand das gehe am ende hat begegnet in welchem raum weiß ich nicht kannst du gucken und wo die leiche gefunden den wartungen hör mal zu das wartung ja keiner ich habe nichts gesehen ich kann kischen warten ich muss ja ich auch ja lass zusammen rumlaufen wir sind gleich durch mit der aufgabe ja hauptsache siu läuft der ganze zeit so sein fass rum ja das habe ich auch gesehen ja die kameras ja das ja das ja 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 Ah, das ist ein Q-Tier da. Tridan, ist Tridan, ist safe Tridan. Hä? Warum bin ich es jetzt? Es ist nicht Tridan. Es ist nicht Tridan. Es ist nicht Tridan. Wer ist es dann? Wer ist es dann? Wer ist es dann? Es ist nicht Tridan. Ich will ja nicht wissen, was Stu sich dabei gedacht hat. Ich geh in den Raum, ich seh so Tokio Labamba, also Stace, er rennt aus dem Raum raus, auf einmal holst du da irgendwas raus, auf einmal ist es so ein Portal und ich melde es. Bro, ich war CSI, ich hab grad die Axte aufgemacht. Safe, oder was bist du hier safe? Ich bin 100% nicht. Ich hab grad die Boxaufgabe gemacht, was hat das mit mir zu tun? Nein, wer hat jetzt hier S.U. gesehen? Also Stace ist auch ein bisschen verdächtig, ehrlich. Kann ich davon mal erklären? Ey, hallo, 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 Gamer-Profi redet. Du hast S.U. gesehen, safe, wie er einen gekillt hat. Also ich bin in den Raum reingegangen, Stace hat eine Aufgabe gemacht und ist rausgegangen. Dann war noch Pero drinnen, der halt gestorben ist, dann hat Stu da irgendein Portal gemacht, dann war er tot, hab ihn gemeldet und ja, also für mich ist es... Ja, für mich ist es auch Stu, der macht zu. Ja, das ist das Stu halt, ne? Stu, letzte Worte? Letzte Worte, komm, Pero. Es muted, Stu. Hallo? Stu! Bro, er ist raus, er ist eh raufen. Ah, guck mal, er ist schämt. Er ist safe, er lacht grad so. Er schämt sich einfach auch dafür, wie schlecht er ist. Er lacht gerade, er lacht gerade. Auf früher Tater tapft. Nee, er redet auch nicht mehr, weil er einfach auf früher Tater tapft worden ist. Hey Jungs, ich hab noch ne Aufgabe im Labor, wer will, wer will, komm mit. Bisschen Personenschutz. Stu, du kannst du ordnen, einmal. Stu, du kannst du ordnen, einmal. Stu, du kannst du ordnen, hallo? Kannst du, äh, skippen, danke. So, Mörder, raus. Also, ich bin ehrlich, ich hab auch zwei Aufgaben. Ich glaub, dann ist, es ist echt, stays, glaube ich, dann. Bro, jeder sagt, ich hab' Aufgaben gemacht, die ganze Zeit. Ja, stays hat aufgaben. Stay ist auch raus geworden. Raus mit dem Schmutz. Haha, ha ha ha. Einfach attacks. Oh, hochstabler. in dem raum waren ja du hast doch gesehen wie ich extra gewartet habe du stand bei dem anderen ich habe den anderen gekillt damit du auch den zweiten kids damit wir dabei machen warum hast du so lange gezögert bro ich hatte das schon davorin gekillt ich konnte gar nicht gehen hattest du cool down oder was ja plan ist nicht dadurch aufgang schade ich dachte ich habe lange zeit profi ist die ganze zeit hin und her gerannt und da dachte ich okay kommt die kids in dem moment ich habe es riskiert ich zitiere ich höre es an deiner stimme das das macht so bock der modus aber stelle ist ja auch sicher dann als und stelle ist auch nicht da da dachte ich mir direkt so eklat ich sehe nur es holt da irgendetwas raus ich will dass du hast doch auch gesehen worauf ich hinaus wollte also ihr wart zu viert doch wir waren zu viert in diesem einen raum ich habe travis gott gekillt stays war neben dir und ich dachte er geht dich dann auch in dem moment und du bist dann nicht richtig richtig schade und ich gehofft habe dass days dich da killt du hast ja auch dann gewartet in der zeit stays hätte dich easy king können werde dieser cool doch nicht da ich habe in dem moment gar nichts mehr geschenkt schade sara dass du das feierst dass du so viel fortnite spielt schade aber der modus ist killer oder seid ehrlich leute der modus ist schon echt nice ja ich bin halt der gefährlichste für es muss man einfach sagen ich gehe jetzt als erstes erkennt alles durch stimmen und mann warum ich hier die ganze zeit agent digger was das für scheiße die ganze zeit agent alter ich will auch mal ein impostor sein was soll die scheiße also 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 naja ich glaube andere ist es nicht der safe der selbst über die rente andere und links die banane darin sind safe das ist so stark dieses wer hat in der mitte gerade die kristalle geklopft wer hat in der mitte die kristalle geklopft wer hat in der mitte die kristalle geklopft also wenn er mit die kristalle koffen war es nicht gewesen bei dings der was nicht und andere ist safe auch nicht geschmissen also ich war mit zwei leuten in diesem raum habe dann die mission gemacht und habe dieses teil der geklopft um das zu reparieren genau in der mitte war das wer war von euch alles gab beim bettel bus also davor den kann ich auch ausschließen wenn die am aller quest gemacht ja aber dings imposter kann auch questmann deswegen ist mittlerweile weißt du das doch oder das war sehr verdächtig gerade ja aber trotzdem ich meine ich war für mich nicht sehr verdächtig aber andere und gamer profis und auf jeden fall selbst ja die drei die in der mitte waren so eigentlich ja auch eigentlich wer war bei diesen der bürger dings da war also wenn ich jetzt wenn ich jetzt mit jemandem rumlaufen würde dann wäre es jetzt nur anderen stand weil die kann ich jetzt vertrauen weil die hat wahrheit in der mitte wand ein profi vertraut also wer ein stück scheiße vertraut lasst alle zu der bürger niemals haben wir mal so wie wichtig ist das andere stehe sagen wir mal so wie wichtig ist das andere stehe dass wir das auch mit der bürger hier in der mitte w Telefon gehen wir mal so wie wichtig keine Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, GameUp GameUp Profi ist safe, GameUp Profi ist safe Oh mein Gott, 500 IQ, das war Also ich hätte danach eine Frage, nachdem Doro uns gesagt hat Los, Doro Vielleicht liegt dort, wo man diese Bananebox Ich hätte eine Frage, ich hätte eine Frage Ich habe ein bisschen gemacht, irgendwas mit Außenbeeren, Waffen Und wer war die Banane, die daneben stand? Ich war das, ich war die ganze Zeit bei dir Achso, okay Wer war die ganze Zeit beim Scannen? Ja, ich war beim Scannen die ganze Zeit Mit drei anderen gefühlt Also wirklich, Jungs, wenn ich sterbe oder so Wenn ich wirklich sterbe, Tokio Profis zu 100% nicht im Postdoc Und André ist es zu 100% auch nicht Vielleicht seid ihr zwei beide Mörder Also ich sage ehrlich, ich würde Ich weiß nicht, Jungs Also ich sage euch ehrlich, Sue darf man auf jeden Fall nicht mehr vertrauen, nachdem das, was er mit mir gemacht hat Ja, ich würde fast auch Sue rausworten Ja Dreimal im Posten hintereinander, Leute Ja, aber das Ding ist Sue warst du gerade beim Scannen Sue warst du gerade beim Scannen Ich war beim Scannen Und dann kann ich die Leute beim Scannen Wann kann man denn der vierten? Das ist auch beim Scannen Nein, ich war doch gerade selber mit dem Scannen Ich war die Gute, ich war die Gute, ich war die Gute, ich war die Gute Ich habe ihn daobacht Ich wollte ihn daobacht Was war jetzt? Ich, Stili ist rausgängig, Digga Der ist aus dem Rüchelzeuger Der ist aus dem Rüchelzeuger Und wir haben auch schon wieder ein Lachschäger Ich bin ein Stili, ich bin ein Stili, ich bin ein Stili Stili, ich habe doch direkt gehört, wo du redest Nee, nee, du warst auch Scannen, du Lacher Du hast auch ein Lacher Nein, ich war das nicht Stili, du hast doch direkt losgelacht Stili, du hast doch direkt losgelacht Hör auf, Digga, komm mal auf, mein Finger hinzeig Bro, Stili, warum lachst du direkt los? Schade Schade, dass du einfach loslachst Also ich vote keinen auf fair Worte dich doch selber, Bro Schade Und die ganze Zeit auch so ruhig und alles Nein, ich war das auch nicht Bro, wenn du es nicht warst, dann tut es mir echt leid Du bist ja auch safe nicht Hast du jetzt ernsthaft Stili rausgekickt? Bro, dann ist es SU safe Dann ist SU für mich danach raus Ich habe sie nicht mal gewählt, ich kann es gar nicht sein, Leute Wir müssen gleich gucken, wer dann Stil ausgekickt Nein! Was? Der arme Stil Der arme Stil Das ist Dogan Das ist safe Dogan Es ist safe Dogan Es ist Dogan und Zyu Und Zyu Es ist Dogan und Zyu Du warst mit André unterwegs Jungs, ich war nicht mit André, ich war wieder in diesem Scanraum, weil ich das von vorher nicht aktualisiert hatte Leute Ey, geh mal Profi Ey, geh mal Profi, wen willst du? Syuda, Stani Wer? Wen fragst du? Syuda, Stani Wähl Dogan, nein, nein, wähl Dogan, danach ist SU Nein, Dogan auch nicht, warte, 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 warte Profi, sag du erstmal was dazu Also entweder Nimm ich mich grad wieder hoch wie Syuk vorhin Ja Nein, Bro, Digga, ich hätt' ich doch zehnmal killen können schon Oder? Stani Psychologie Aber ich war halt von Anfang an mit Stani Und der war nicht alleine weg von mir Ey, Profi, guck mal, alle sind zusammengelaufen, Dogan war der einzige, der alleine gelaufen ist und wollte Kills machen, Digga Stani war von Anfang an immer bei Stani, wo warst du? Nein, Safe ist es nicht, Profi und Safe sind es nicht, Essie und Dogan Essie und Dogan sind es Safe wählen würdest du gleich wählen, das ist jetzt ganz wichtig Ich weiß es ja nicht, ey, Dogan weiß ich, dass er safe nicht ist, gell mal Profi auch nicht Ich weiß, wie du redest, ich hab das hier gewolltet, ich weiß, wie du redest Nein Oh mein Gott Bro, das ist unentschieden, Jungs Was macht ihr Digga Das ist so dumm Ich bin nicht der Mörder, bleibt bei mir Man Digga Wir müssen die Emergency Call machen, Emergency Call Mach hier 50 Sekunden Safe, Sue ist es, Sue ist es, Sue Sue und Dogan sind Sue und Dogan Ja, was Digga, warum habt ihr so schlecht gevoated, Digga So easy, so easy Ich bin der Beste Nein Ich sag doch Dogan, Digga Oh mein Gott, Digga Ich sag Dogan, Digga Nächste Runde Das war ne nice Runde, what the hell Dany war aber von Anfang an safe, er war die ganze Zeit bei mir Dogan, wie hast du denn rausgevortet? Ich hab Dogan Ja und der Einzige Ja und der Einzige, der nicht Dogan gewollt hat, war nämlich Sue gewesen, weil er nicht auf mich gehört hat Dich haben auch zwei Leute gewollt Ja, weil Sue mich gewollt hat Jungs, eine Frage Ich hab ja diese Charly-Party aktiviert und hab dann direkt eine Banane gekippt Ey Bro, diese Charly-Party, das muss ich rausnehmen, Digga Das ist viel zu OP, Digga Das ist viel zu OP, Bro Man muss ja den Typen, dein Kind, einfach nur hinterher rennen Nein, Bro, das ist Wenn da drei Leute stehen Wenn er den direkt ja Dings macht Ja, das ist zu OP, Digga, sag ich dir ehrlich, das siehst du gar nicht durch Ja, wir können auch einfach sagen, wir spielen ohne Nee, 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 alles gut, können wir ruhig mitmachen Aber ich find's ziemlich krass Und nicht so lange, Digga, das geht ja eine halbe Stunde, Alter Ja, aber ich Ja, aber ich glaub, die machen das, damit man nicht immer zusammen rumläuft Weißt du, das ist ja schwierig, Impostor Wenn alle mal zusammen rumlaufen Ich hab gewusst, dass Dugan das ist, ich hab's gebrochen Leute Weil der war alleine Ganz am Anfang dachte ich, das ist Shani Ganz am Anfang dachte ich, das ist Shani und der macht die Kuhmofis Ach, Leute, Leute, Leute Aber der Impostor-Modus ist echt geil, Alter Aber der Impostor-Modus ist echt geil, Alter Also wenn wir Impostor wären, dann würdest du sogar ein Video aufnehmen Wenn wir wären, ey, kann doch nicht Bro, das bockt mich schon wieder nicht Dass dasselbe scheiße wie bei Amon Ast Jedes Mal bist du Agent, Alter Da hab ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf Fuck deinen ab, Digga Jedes Mal Agent, jedes Mal Ah, das Ziel ist es nicht Das Ziel ist es echt nicht Zu 100% ist es Agam, Digga Wo ist der gestorben? Digga, Dugan findet jeden Wo findest du die immer? Auf dem Klo Ey, Agam, kurze Frage an dich Wie viel Aufgaben hast du schon gemacht, Agam? Ich? Nur eine jetzt In der Runde Wie viel Aufgaben hast du gemacht? Welche Aufgaben hast du denn gemacht? Oh Gott, talk with us Nein, ich will erst mal mit Agam reden, kurz Agam, wie viel Aufgaben hast du schon gemacht? Ja, gut, da war der Sag euch ehrlich Wotet einfach Agam Wotet einfach Agam Wotet einfach Agam Wotet gut mir eingefallen Worte jetzt Agam und wir haben den ersten Poster Wer ist das denn? Wer ist das denn? Agam Sag eine Zahl 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 3 Wotet einfach die 3 Dann die erste Imposter schon Könnte ich nur was? Aber was wenn es nicht ist Er ist es nicht Er ist es Er ist es Bro ich hörs an der Stimme Ich hörs an der Stimme Bro ich hörs an der Stimme Ich hörs an der Stimme Wenn er nicht Imposter ist, werde ich nie wieder sagen Ich hörs an der Stimme Okay Jetzt mal real talk Ganz am Anfang war ich nur mit Stace High Stace Könnt ihr nicht kennen Also Sehr safe Ist dir konzert worden Ist doch dein Herz Agam hast du vielleicht noch ein Statement zu sagen Das ich einen auf deine Stimme analysiert habe Am Ende war ich mit anderen Agam Statement noch Statement Agam Statement Agam Ich stunde in den Oben Das kommt jetzt noch unnötig Agam denkt nachher Ich hab seine Playstation gekägt So ein Ding ist das Das ist unnötig Das ist unnötig Das ist unnötig KTX Agam Ist ein Ah Stani Er hat nicht eine Aufgabe gemacht Stani Stani Ey Der arme Digga Der arme Digga Der arme Digga Oh mein Gott Der arme Digga 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 so hört mir zu warte warte bevor jemand was sagt wer war mit mir zu dritter in diesem dings bereich wo ich da deswegen ich kenne direkt herausfinden wer es war wer war mit stil wer war mit mir waren doch alle pili woher sollen wir das wissen aber wir waren alles gab drei leute die auf jeden fall bei mir waren ja wir waren zu dritt also wenn ihr mich meint wir waren in irgendeinem raum ja okay aber du warst dabei guck doch auf der karte wo ich gehe weil du warst hier steht da macht sturmkontrolle ich bin labor ich bin genau dann waren wir das sturmkontrolle ist da über ja okay wer war noch labor mit euch ich war inselkontrolle ja weil hier die labor sind kann man direkt ausschießen inselkontrolle da war ich ja wo ist denn die leiche jetzt gewesen ja leute hört mir zu das ist ja die leiche liegt direkt bei der brücke dogan stand die ganze runde afk ich bin vorbeigelaufen habe meine sicherung aktiviert und wo ich zurückgelaufen bin war dogan immer noch afk genau an der stelle wo er war und neben ihm lag eine leiche aber es kann wirklich nicht du gang gewesen sein weil er stand genauso wie es da erst glaube ich jetzt immer noch auf kreis diese geschichte sollen jetzt die glauben oder nicht wenn du mich kick mich von mir aus aber das ist dann die bekommen wir stand jetzt aber so vernachlässigt jemand rausgewordet ja ich sage gar nichts mehr deswegen ja ich kann niemand ich kann da wirklich gar nichts machen ich überspringe einfach scheiße der bot mich dann ihre uns und stets ok 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 werden sie werden sie okay ich habe jetzt jeder finger immer noch da ist wenn es vorbei Ah, die blocken. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Leute, ich sag euch so, wie es ist, wir müssen jetzt einfach unten, sonst wird es mit einem Double Kill enden, weil es leben noch zwei Imposter. Wir müssen. Ich sag euch, wie es ist. Wir müssen jetzt einen Killen. Ich sag euch ehrlich, es kam mir gerade ein bisschen komisch rüber, weil er mir hinterher gerannt ist, aber er ist dann direkt wieder nach oben gegangen. Also ich weiß nicht. Es wird auch kein Alibi gerade bei den ganzen Situationen in den Raum, da wo ich gesagt habe. Aber ich will jetzt auch das. Weil ich die habe mich nicht ausreden lassen und meinte direkt am Anfang, wo ich Call gedrückt habe, wer war da bei mir? Wissen Sie, was ich meine? Das ist halt so... Ja, aber klar, ich wollte es wissen. Ohne Grund. Nein, nein, ich denke die ganze Zeit nur nach. Ich denke nur nach. Ja, ich sag ja nur, weil wir waren ja... André, sag du mal was, ich glaube, du bist auch safe. Was denkst du? SQ. Ja, okay, ich habe zugewählt. Warte, warum denkt ihr, dass ich das bin? Weil du so still bist, Digga. Du bist so still und so. Du hast gesagt, dass ich über den jetzt bin nicht stehe, die da bin. Nein, nein, SQ. Du hast aber... Guck mal, ich bin safe nicht, es sind keine Kills passiert, Dogan war AFK gewesen, du warst nicht in den Raum gewesen. Also für mich sind alle, die ziehen auf dich, wenn ich das jetzt so gehört habe. Also mich oder was? Ich muss ein Wort, ich habe gewartet, mir egal. Ich muss auch ein Wort, ich weiß nicht genau, aber ich hätte jetzt Vermutung SU oder... Ich würde jetzt SU Dogan sagen in den Dreh, aber ich weiß selber nicht. André sagt SU und deswegen... Kurz, damit die Helden gleich das auf jeden Fall noch gewinnen, falls ich gleich rausgekippt von bin. Ey, ich habe wirklich die erste Runde komplett alleine. Bei der zweiten Runde habe ich nur Stil und André gesehen und dann boom, wieder wurde angerufen von Stace. Stace Geschichten ja aus dem Paulaner Garten auch ganz gefährlich, aber... Junge, pass auf euch auf, meine Freunde. Also wenn... Also wenn... Also wenn... Ich bin es nicht. Wenn du... Ja, das ist da ist. Trinat heute... Digga, du bist es so. Okay. Ich dachte, wir sind alle gute Freunde, aber okay. Nummer 4 muss warten. Dogan. Ja, Dogan zeigt mich mit Fingern. Mach Eric. Garde. Lebt wohl, meine Freunde. Es tut mir so leid. Das war's komplett mit ihm. Oh mein Gott, halt. Ich bin es nicht, du Hochstapler. Bro. Ey, ich dreh durch, Digga. Es ist... Es muss so ein bisschen einfacher, glaube ich, für die Dings gemacht werden. Ich weiß nicht, wie es ist. Keine Ahnung. Ich nehme unsere Birke. Oder hm. Ein kleines Boot. Oder wo soll das denn Enerfia kommen? Äh. Jeder Ja, Digga. Tschüss, tschüss, tschüss. Das war's komplett. Disgustin und Trinam, die beiden, die ich beschädigt habe. Die beiden, die ich beschädigt habe. Meine eigenen Kameraden kriegen mich raus. Wenn Trinam im Postleisten erzittert, das hör ich. Argan, wieso hast du zum Anfang gesagt, du hast Aufgaben gemacht, Digga, du hast ne Scheiß gemacht. Ich hab doch Aufgaben gemacht. Gar nicht, du bist die ganze Zeit rumgelaufen, ich hab dich nicht beobachtet die ganze Zeit. Trinam, stimmt was nicht, ich wusste. Ich sag gar nichts mehr, Digga, ich sag gar nichts mehr, jetzt die Runde. Sag einfach gar nichts mehr, Digga. Schade. Das war's mit Stimme, ich hör's an deiner Stimme. Nee, sag sowas nicht mehr, Digga. Und André, woran hast du's diesmal gemerkt? André hat auch gerade irgendwas gesagt. Ja, das war so einfach. Egal was ich mache, du bist zu still, du bist so aufgedreht, du machst diesmal. Du warst so, komm, lass die mal labern dich. Ja, und du hast auch nichts dazu gesagt und so, ne? Ich hab ja echt nichts, ich hab wirklich die Wahrheit, ich hab nichts gesehen in der ersten Runde. Und in der zweiten Runde hab ich nur kurz sie gesehen. Fällig. Also ich hab wirklich die Wahrheit gesagt, alles, was ich da in der Runde gesehen hatte. Schade, dass du nur die Wahrheit sagst. So, Leute, jetzt mal gucken, dass wir mir hier der Hochstapler werden. Der Killer in Among Us, das wär natürlich Wahnsinn, Leute. Aber die voten ich doch direkt eh wieder zuerst raus. So ein Ding wird das sein. Guck mal, die zeigen doch schon alle auf mich jetzt hier. Komm, Leute! Hochstapler Stani! Ey! Bro, Digga, es bockt einfach nicht. Es kann doch nicht sein, Alter, dass ich die ganze Zeit 24-7 Impostor Hochstapler Stani Nummer 1 bin. Bro, was ist das, Kinders? Ich würd gerne ein geiles Video aufnehmen. Aber nee. Aber das Ding ist halt auch, wenn ich dann mal ein Postor werde, dann bin ich die erste Runde raus. Pass mal auf. Okay. So, was ich ein bisschen? Oh, wie war das? Oh? Oh! Oh! Oh? Oh. Oh. Oh! 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 Er ist süßes nicht, er ist süßes nicht. Digga, er soll sich verstecken. Schicke Funda. Dogan-kun. Wer ist gerade beim Scanner reingelaufen? Wer ist gerade beim Scanner? Ich war da auf einmal mit drei Leuten in einem Raum. Mensch Scanner, die Leiche liegt bei Vorderslieferungsfabrik. Ich war auf einmal mit zwei anderen Leuten noch im Raum. Im Sicherheitsraum oder was? Vorderslieferungsfabrik. Einer hat auf jemanden gezeigt und der andere hat da irgendwas. Ich habe auf Stande gezeigt, weil er für mich safe ist. Er war mit mir die ganze Zeit im Scannerraum. Ich vertraue, ich vertraue allen hier nicht so. Ich vertraue Schwarze Ritter und ich weiß nicht. Ich vertraut mir nie. Ich bin mit ihnen im Raum wie Kinder. Ja, vielleicht machst du jetzt auch wieder dein Spielchen mit Kumpel suchen und so. Aber Schwarze Ritter, mit wem waren wir noch am Start? Mit wem waren wir noch? Da war doch noch jemand, ne? Weiß ich nicht. Waffenräume? Was? André? Ich war in Waffenräume. Ich war in Waffenräume. Ich habe auch Waffenräume mit Stidi. Ja. Die Jungs werden nicht vorhin gesehen mit dem Hammer. Ich habe es dir abgelöst. Du hast dir was gemacht worden. Das heißt ja nicht. Ja, ich habe die Aufgabe auch erledigt bis zum Schluss. Also, okay. Das ist gut. Also, okay. Du lag immer noch bei Vorratslieferungsfabriken. Ich war ganz oft mit meinem Fass unterwegs und habe das. Argam und Perro. Da habe ich noch kein Wort geredet. Ja, ich habe die ganze Zeit Aufgaben gemacht. Argam und die ganze Zeit Aufgaben und ich sind jetzt noch weniger Zeit rumrennen. Ja. Ich habe eine Frage an Perro. Hallo. Welche Aufgabe hast du als letztes gemacht? Den Waffenraum. Was macht man da? Das mit dem Hammer. Ey, das ist ein Minigun. Was? Das kann sein. Das kann sein. Das kann sein. Seitlich an dieser komischen Ecke. Das kann ehrlich sein. Das kann ehrlich sein. Das kann ehrlich sein, doch. Also, das Ding ist, ich glaube nicht, dass es ist, aber es ist auch nur ein Kill passiert. Also, theoretisch hätte er sich können. Ich denke, A-Gaben. Wir haben noch genug Zeit, sage ich ehrlich. Wir haben noch genug Zeit, sage ich ehrlich. Also, wen ich save kann es auf jeden Fall Gamer-Profi leider wieder. Wie bitte? Leider. Kennen wir das schon, Digga. Wie, warst du mit mir? Du bist das. Du bist das. Man hört es an deiner Stimme. Ey, das ist A-Gaben. Save A-Gaben. Ich habe auch A-Gaben. Ich denke, es A-Gaben ist. Wie bei Sju oder was, wo er kein Impostor war. Dann wohrt mich halt. Schade. Ja, wohrt. Find ich schade. Sju hat mich sogar gesehen, wie ich Aufgaben gemacht habe. Aber wir waren die ganze Zeit daneben eigentlich. Hä? Wo viel hast du denn gemacht? Ich habe diese Fassaufgaben gemacht. Und dann... Ja, aber warum hast du so viele? Dann war das mit Charlie und dann bin ich rein. Dann bin ich mit Sju und Dings im Raum gewesen. Verdächtig. Mh, habt ihr ne Ahnung, wer es sein könnte? Ich habe keine. Mute. Steine im Juuu Steine im Juuu Wer war gerade mit mir die ganze Zeit da hinten im Sicherheitsraum? Du bist mir gerade entgegen gekommen, ne? Ich war neben Essie Also ich war... Wartung, ja, was du die ganze Zeit wartung? Oh mein Gott, da waren wir das Ich hab auf den Tisch-Button gedrückt Ich wollte gerade nur gucken, ist jemand verreckt? Stays, oder? Ja, Stays Mir ist eine verdächtige Sache aufgefallen Also erstmal musste ich Ziel in Schutz nehmen Er hätte mich easy-kingen können Aber ich frage mich Stani, du warst für mich eigentlich safe Aber warum hast du dich plötzlich entmutet und gesagt Hm, ich weiß nicht, wen wir rausgehen können Es könnte umgekehrte Psychologie sein, Bro Kannst du das sagen? Jungs, ich hab die Vermutung Weil Essie auch die ganze Zeit so Guck mal, in der ersten Dings Ich hab auch nur eine Vermutung, Leute Weil ihr seht, das sind jetzt zwei Leute grad mal gekillt worden Guck mal, in der ersten Dings Wo ein Kill passiert ist, war ich mit Essie zusammen gewesen Er konnte keinen Kill machen Jetzt, glaub ich, in der Mitte einfach, dass er jetzt reporten kann War Essie auch in der Mitte gewesen Wer 100% safe meiner Meinung nach ist, ist Steely Zu 1000% Steely ist safe Steely ist für mich auch safe André, du hättest aber trotzdem Kill machen können unterwegs Nein, 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 ich war ja vorher mit Steely Du bist ja zu Steely gelaufen Nein, 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 ich war die ganze Zeit mit Steely gewesen Kann jemand Steely protecten? Ich war die ganze Zeit mit Wartung gewesen Ja, er war mit mir Ich war mit Profi Profi kannst du auch nicht gewesen sein Profi warst du mit André? Kann ich kurz was sagen? Ja, erzähl, erzähl Also, ich bin zu dieser Essensaufgabe gegangen Dann kam diese Schaly, hab das weggebracht Da ist mir jemand entgegengelaufen Und am Ende war ich dann mit André die ganze Zeit Nein, dann, dann, Profi safe, Profi safe Profi safe Es ist Tridan, Agam, Perot oder SU Oder Stani Stani war bei mir Nein, nein, Stani, warte Bro, du hast mich auch verdächtigt grad Nein, hab ich nicht, Bro Ich fand nur diese Aktion von dir verdächtigt Ich will Perot Ich will Perot 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 hab ich die ganze Zeit nicht gesehen Nix gehört, Digga, keine Ahnung Ich hab mal deine Stimme gehört, dass er es ist Ey, cool Wer hat geskippt Wer hat geskippt? Neun Können wir auch vorstellen, dass das andere ist, Leute Ey, ich hab keine Ahnung, es ist so schwierig Als Agent ist es sehr, sehr schwierig, das herauszufinden Die Agenten müssten irgendwie auch noch eine Funktion kriegen oder so Wer halt safe safe ist, ist Steely Breely, Alter Wo ist der? Steely Breely ist safe, Alter Oh Oh Okay, das ist es ist das wird dieser verkleidung der ist das okay andre ist wirklich safe andre ist wirklich also brauche ich kann auch sagen an also steely und andere sind zu 1000 prozent ja ja das ist agam agam und perot wirklich selten so schlecht ich hätte ich nie was vor meinen augen hast die banane geholt vor meinen augen haben zu dritt dort du hättest einfach nur mit uns schön bist du hätte ich keiner gesagt aber der aus wie vor meinen augen geholt das war es komplett gleich ehrlich schade es wird zum glück da und hat er gut gemacht hat der hochstabler gut gemacht kurze meldung du kannst kurz neu starten ich leite mir später wieder ein nach der runde so auf wiedersehen travis hat sich die panzer haben sich die panzergläser hier gesaved ja wichtig und dann ist es agam noch agam ist es noch agam noch tokyo profis nicht ich glaube agam es ist agam ich hau ab leute weil ich glaubt er macht euch hier diese party an agam will mich killen agam will mich killen er ist hinter mir nein nein der killt mich ja entweder ist das verarscht hier nein es ist agam es ist agam es ist agam es ist agam nein oh mein gott oh mein gott ja es ist auf jeden fall warte mal das müsste dann tanktop frau sein glaube ich das kleine baby hier also ich will ja nicht sagen dass du ihn vor mir killst jetzt mal we talk agam ist safe ich bin safe einer von euch beiden warte warte ey dann ist es zu einem jahr echtes vertrauen hier stand ich war nämlich gerade mit mir noch dabei es ist dieses kleine baby es ist safe der typ digga ich kann das vertrauen digga mir kann ich vertrauen ich kann nicht vertrauen ich kann nicht vertrauen ich habe ich habe doch gesagt agam ist aber jetzt nicht auf einmal zu ist agam der mit dem tanktop ist er mit dem mit dem kopf tuch agam ist meine ich auch gar nicht eine baby vor mir das deal einer von euch der profi der profi der profi der profi oder wieder heiß es hier mal gleich anonym aus war ich mache ich mache ich mache ich es ist safe er ist safe er ist safe er ist vor mein augen ich will mich vor 13 2 3 tagen einfach danke oder vielleicht vier tagen man weiß ich kann nicht oh mein gott jungs ja verkackt ich darf nicht ehrlich das ist echt los das ist das ist 100 prozent das ist aber nicht schlimm wir können ja er kann nur ein killen egal die haben wir 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 die haben Safe. So, raus jetzt mit dem Jungen da. Okay, es ist wirklich cool. Raus, raus. Jungs, habt ihr jemals an mich gezeigt? Andy, du musst mir jetzt vertrauen, André. Du musst dir vertrauen, weil du Agam gekillt hast? Das war das Stimste, was du machen konntest. Ich hab gar nichts gemacht. Schade. Er hat Agam gekillt und du musst dir vertrauen. Ey, André, was ich nicht verstanden habe. Ich hab doch noch Stili zu 100% gesaved, Digga. Das war dumm von mir. Ey, Sti, ich musste gerade so lachen, als du gesagt hast, kleines Baby, Digga. Ich hab gar nichts gemacht. Gabe ruft wieder heftig. Sag, du musst dir vertrauen. Agam ist weg und sag, du musst dir vertrauen. Ich hab gar nichts gemacht. Agam ist weg, du musst dir vertrauen. Ich hab gar nichts gemacht. Das ist der heftigste, Digga. Ja, okay, du bist wieder da. Ja, wir sind wieder 10. Ey, warte kurz. Steam, mach mal dein anonym raus. Das ist, glaube ich, geiler. Das ist viel geiler. Äh, 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 äh. André, ich dachte, wir sind vorhin. Oh mein Gott. Ey, Profi, du bist ein richtiger 31. Ja, ich sag dir ehrlich, du bist ein richtiger Lügenbaron. Mir vertraue ich's gar nicht. Ich schwör's dir, Digga. Er denkt, so mit deiner englischen Stimme kommt er rein. Ja, da, hallo, ja. Ich hab zu viel von Steam. Hallo. Ey, Jungs, sollen wir alle den gleichen Skin nehmen? Nein, nein. Nein, nein. Nein, das wär doch so. Nein, so ist viel geiler, Digga, sag dir ehrlich. So ist viel geiler. Dann sind wir ja die ganze Zeit Charlie-Modus, musst du dir vorstellen. Ähm, warte, wie mach ich das nochmal aus, hier, Dings, da? Wo waren das mal die Einstellungen mit Anonymy-Modus? Die Einstellung und dann ganz rechts. Ja. Bei diesem Koto. Und dann gehst du runter. Name anderer Spieler. Name anderer Spieler. Ah, ja. Name anderer Spieler. Hier. Anonymitiert. Okay. Ich find's echt schade hier, sag ich euch ehrlich. Ja, warum geht's ihnen auch, wenn's denen neben mir steht, die ganze Zeit? Aber er hätte aus der Situation eh nicht rauskommen können. Nee, nee. Schatz. Bro, alle schon dreimal Imposter geworden, ich noch nicht einmal. Danke dafür. Schade. André, du musst noch Rating machen. André? Ja, aber hast du Anonymy rausgemacht? Ich hab Anonymy rausgemacht. Achso, ja, okay. Let's go. Warum ist Dogan da so ausgegraut? Wo? Ah, er macht, oder what? Dogan bist du jetzt drin? Das ist Opero. Ah, ich muss den Move ein, ich muss den Mouvant. Warte, ich mach. Ist der überhaupt jetzt ein Game drin, hier? Ja, ich weiß Dogan Move. Er ist in Talk1 Stunny. Oder Sue, oder wer auch Moven könnte. Ja, ich gucke. Jo, bist du jetzt drin, Dogan, in Dings überhaupt, in der Runde? Ja, Dogan ist drin, wir sehen. Ich konnte nicht reden. Nee, der Travis Scott ist raus. Wer ist der Travis Scott? Ja, der setzt da aus, irgendwie. Perro. Ja, Perro ist raus. Perro? Ja. Wo braucht ihr eigentlich? Wer ist rausgegangen? Dann lass mal einmal. Achso, gehen wir es noch raus. Ja. Der Kianis wollte vorher mitmachen. Ja, wenn er da ist. Ja, Kianis kann auch mitmachen. Sehr lustig. Ja. Alle raus, oder was? Na, dann lass mal rausgehen. Ja, du hast dich gut verlassen. Ja. Komm, Discord. Ja. Ja. Macht schon mal alle ready? Sorry, Jungs. Fehlt ihr noch einer, oder? Ey, Bro, aber Fortnite geht auf jeden Fall damit in die richtige Richtung, Alter. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt noch weitere Sachen modden, das wär echt geil. Bro, überleg mal, wie geil... Ey, Syu? Ja, ich geb ihnen Discord. Ey, Syu, überleg mal das, was wir vorhin gezockt haben, ne? Diese Tycoons. Bro, allein das mit der Biene hast du Bock gemacht, ne? Überleg mal, die dann richtig so wie... Bro, das wird zu krank. Boah, das war echt baba. Steely, ist die denn bald? 999.900 Biene im... Ach, gibt's diesen Dings Tycoons, oder was? Bro! Die Tycoons machen unnormal Bock, und die sind nicht mal so krass aufwendig gemacht, so, weißt du, was ich meine? Echt, ja? Lass mal, wir zocken mal nachher ein, glaub mir, das wird dir unnormal... Ey, so krass wie ein Roblox, sag ich dir ehrlich. Ja, okay, ich bin gespannt, hab ich den gar nicht gesehen. War ich kurz, oder was? Der geht schon länger, da gibt's noch Map-Bauer. Einen Influencer-Tycoon habt ihr doch auch gespielt, ne? Ja, ja. Der war geil, Digga. Der macht auch Bock, Alter. Wir haben so einen Imkler-Tycoon gespielt, der ist unnormal krank gewesen. Mit dem Biene, der vorgeschlagen ist? Ja, ja, der mit dem Biene... Lass gleich wieder Bienen züchten. Ja, das war echt geil. Stimmt, Dave, du warst ja auch dabei, wie warst du dich? Ja. Ja, ich hab halt Dings, wie waren halt zu viert? Ja, true, Anna, true. So, ich nehme mal eine Runde auf, Leute, vielleicht bin ich mal ein Postor. Leute, was geht ab? Willkommen zu dem neuen Fortnite-Update und das Fortnite-Update. Heute ist wirklich sehr, sehr geil. Und zwar, es gibt einen neuen Agenten- und Hochstapler-Modus, also das ist quasi wie bei Among Us. Einmal mit den Passagieren und einmal mit den Killer-Leute. Und das ist der Modus heute, den wir spielen. Ich hoffe, dass wir jetzt natürlich direkt Hochstapler werden und die anderen Leute killen können. Ist wirklich ein extrem geisteskranker Modus. Man hat hier extra für diesen Modus. Emotes, alles drum und dran. Also, ich sag euch echt, Freunde, das ist leider scheiße, weil ich Agent bin. Ah, ich nehme Agent, Leute, ich glaube Agent, ich weiß nicht. Ich nehme danach eine Runde Agent auch, weil jetzt esse ich dann erstmal. Ich dachte, wenn ich jetzt Hochstapler werde, wäre es keine Aufnahme, aber irgendwie euch kein Glück. Ich habe nie Glück, Leute, das war damals schon bei Among Astro gewesen. Warte mal. Ich muss da kurz das löschen. Ich muss da kurz das löschen. Ich muss da kurz. Ich muss da kurz. Man kann es für dich. Ich muss da kurz loschen. Ich muss da kurz loschen. Ich muss da kurz loschen. Ik muss da kurz loschen. Ich kann es kurz loschen. Du hast einen einstellen. Ich muss da frequents Tacont und reinzieren. Ich weiß nicht mehr für shoelung hinzugef Convers presidential. Und das hat mich jetzt etwas weg. ich war zwar drin in dieser dings lobby gerade alle zusammen drin war auf einmal war ich dann noch mal drin und ich war schon im game es soll anscheinend noch so eine neue exotische waffe geben was bettroyal wenn es diesen modus gibt jetzt mal ehrlich denkt ihr der bleibt für immer die haben das gut nachgemacht richtig krass ja das ist echt gut gemacht also ich dir ehrlich haben es richtig geil für portland optimiert da merkt man das potenzial was halt noch drin das wird so unterschätzt ja das mit dem moden ist früher ja früher wäre es vielleicht kommt nicht so kommen wir nehmen eine runde auf leute leute was genau willkommen zu einem neuen video und zwar heute neues fortlein update und zwar es gibt einen ultra kranken modus und zwar immer den agenten und hochstapler modus das gleiche wie bei am on us in fortlein aber in richtig krank gemacht leute also es gibt einmal ein killer und normale agenten und ich hoffe jetzt leute machen was wir sind wir sind natürlich wieder agent aber agent ist auch geil und zwar wir müssen herausfinden wer der hochstapler ist leute und hier alles manipuliert wir haben natürlich wieder aufgaben die wir machen so wie bei am on us dann können wir hier so ein emergency meeting rufen also so wie wir das bereits schon kennen aus am on us und ich muss wirklich sagen leute fortlein hat es geisteskrank umgesetzt ist ein extrem geiles game geworden was man halt mit freunden zusammen zocken kann wir zocken jetzt ganz normal auf discord miteinander man kann das natürlich auch ohne sprachzeit zocken zocken etc und ihr seht leute ich finde auch die aufgaben haben sie sehr sehr geil gemacht man muss jetzt hier zum beispiel was reparieren an dieser einstelle muss man jetzt leute das ist jetzt ein kleines problem nämlich jetzt ist es nämlich so alle sind bananen geworden und man kann den killer nicht identifizieren und deswegen ich muss die schnell abhauen leute weil ich habe angst nicht dass mich jetzt jemand killt nein nein bitte kommen wir nicht rein bitte kommen wir nicht rein oder das da also da sind auf jeden fall zwei vor mir der eine könnte zählste in zehn sekunden auch wenn man das überlebt haben wir schon mal babamäßig haben wir hier noch nicht auch wir haben sogar eine aufgabe hier das müssen wir machen und müssen das kaputt hauen mit hammer okay wenn wir die aufgabe machen wir haben überlebt ist schon mal sehr gut andre macht da seine aufgaben müssen wir auch gut beobachten also guck mal hier leute da ist einer gestorben so so andere was hast du gemacht der ich bin mit so einem ipad rumgelaufen ich wusste nicht wo ich hin muss ich bin durch die ganze gegend gelaufen du hast es doch gesehen ich hatte er war doch eine frage wer war bei diesem busbereich ich war mit judo naja am anfang war nicht also ich habe ich das ziel und noch einer war doch am start also ich sag euch mal was tokyo profis für mich zu 100 prozent safe als bananen charlie aktion da losging weil er der einzige der noch gefühlt drei minuten seine quest gemacht hat er hätte eigentlich los rennen müssen als mörder und deshalb ist er kein mörder für mich hat dann reportet ich habe reportet in fordern lieferungsfabrik vor ich bin in unter bei brücke darunter nein du bist im büro ne bei brücke bin ich gewesen jetzt wo du grad reportet hast also ich war zuletzt in der schlachten buswerkstatt mit sie und noch jemanden naja das wird wahrscheinlich das können wir skippen das wird wahrscheinlich passiert sein wo charlie halt durchgedreht ist ja ich habe keine ahnung das ist ein bisschen op digga man sieht gar nichts einfach was war denn diese charlie sache alle fünf sekunden gefühlt oder was ich weiß es nicht auf jeden fall geht es auch zu lange das wäre so ein zehn sekunden ding aber nicht eine halbe minute naja ich habe nichts gesehen ich skippe einfach also ich kann auf jeden fall tridon saven haltet eure augen aber ich frage mich tridon wer noch bei uns am start das weiß ich nicht am ende war ich ja nicht im restaurant aber ich da also ich finde das auch hier mit der abstimmung leute wie sich alle so in der mitte treffen und so das sieht wirklich sehr sehr nice aus wir haben jetzt hier natürlich noch kein indiz wer es gewesen sein könnte aber leute wir probieren natürlich auch jede nächste runde auf jeden fall hochstapler zu werden beziehungsweise killer wie der renegade raider sich freut der freut sich die ganze zeit hier ja schade kein gefunden aber ist auch egal ihr seht auch unten leute fortschritt der agenten wir müssen unsere aufgaben machen wenn wir unsere aufgaben fleißig machen dann können wir natürlich dementsprechend auch so gewinnen was aber relativ schwierig ist muss ich sagen dugan was haben hier so mini game oha mit renegade münze einwerfen oha was das denn hier jetzt oha renegade raider von leute guck mal wie geil ist das bitte das mini game das war der richtig schlunte ja der wehrt sich gar nicht einfach street fighter hier mit reingebracht oha wie geil ist das bitte wer ist das hier tridon ist das obwohl tridon glaube ich auch dass der safe ist weil der hätte mich schon längst klingen können macht hier auch aufgabe fertig dies das ananas was geht tridon grüße gehen raus nein ich bin es nicht das mal gucken jetzt wer es ist wir müssen jetzt zusammen rumlaufen hier tokio profi und es laufen zusammen rum der einzige leute der alleine rumläuft ist kianis was macht der kianis aber gut er macht hier auch eine aufgabe das mal was denn ist hier rum schwierig agam läuft alleine rum und dugan läuft auch alleine rum andre ist halt von auch alleine rumgelaufen ich habe keine ahnung nein 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 aufgabe offline was ist das jetzt hier scheiße was das denn jetzt hier das habe ich noch nie gesehen was geht denn jetzt ab das ist hier die kommunikation haben die kaputt gemacht es nur was oha was war das denn gewesen doch 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 ich sag dir ehrlich du bist sicher dass andré zu 100 prozent vor deiner nase ihn gekillt hat er redet sonst einfach nie natürlich nicht aber ich bin auch so verdächtig ich sage das ist jeder ist auch zu hundert prozent selbst heißt die sterben sonst wieder und safe jungs seid doch nicht andere rauskicken wer es nicht anwesend hochstapler raus hochstapler raus geil leute ein hochstapler ist draußen ihr seht freunde das ist eine gute runde für die agenten stanni ermittelt hier wieder obwohl ich dachte eigentlich andre ist safe hey wie geht denn das alles haben die schon weg gemacht ich dachte echt andre ist safe aber tridan ist safe agam ist safe steely ist safe ich sage es ist dogan leute zu 100 prozent ist es dogan bro ich würde meinen linken fußnagel darauf verwenden dass das dogan ist sage euch ehrlich ich lass mich mal verfolgen wo rennt er denn hin digga wo rennt dogan ich habe angst dass er mich jetzt gilt dass er hier wartet oder so ich verstecke mich hier freunde weil hier können wir mal sehen wenn jemand kommt links ok deren daran da kommen wir immer weg rennen weil du kannst du kannst Oh mein Gott, ich muss wegrennen, hinter mir ist einer, hinter mir ist einer, hinter mir ist einer, ich muss weg, hier, Hilfe, 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 ich muss zur Brücke, Freunde. Oh, das ist auch einer. Sprechung einrufen. So, meine Damen und Herren, Standardskill ruft hier einmal durch und ich habe einen Verdächtigen. Ich auch, wer ist verdächtig? Also, warte mal, wer ist tot? André ist tot, La Bomba und Kiannis ist down. Ich habe das Gefühl, dass es Dogan ist. Und wie kommst du auf der da raus? Warum? Der ist die ganze Zeit alleine rumgerannt, alle sind so zusammen rumgerannt, also Trinan ist halt für mich safe und Argam ist für mich safe, weil Argam hat doch direkt gesagt, André ist es. Also sind die drei für mich schon mal safe und der ist halt die ganze Zeit so vor uns weggerannt, Dogan, was denn da passiert? Ich weiß, ich nur beschmeiße, wer es ist. Nein, das ist das Ding, das ist die, nein, das ist... Was glaubst du, du wirst beschuldigt? Was ist deine Vermutung? Nein, nein, wir haben nochmal... Es ist der Blaue, es ist der Blaue, es ist der Blaue eigentlich. Nein, Argam geht doch gar nicht nur, dass es Argam ist es nicht. Nein, 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 die Ding hat doch Anzeige rausgekicken. Gulchuber, 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 Gulchuber zu einem Jahrhundertprozent. Ja, hab ich auch gesagt, dass Gulchuber ist. Ja, zu einem Jahrhundertprozent. Ja, das ist Gulchuber. Also, Trinan und Argam sind für mich verdächtig. Kann jemand noch Trinan beschützen? Trinan und Trinan sind für mich verdächtig. Trinan, Argam sind safe, Trinan, Argam sind safe. Ich glaube, es ist Profi, weil er hat die ganze Zeit hinbekommen. Ich habe da drin geschossen, also seid ihr für mich auch safe? Also für mich ist Stu und Argam safe. Argam muss safe sein, weil er direkt Anwesen sagt. Argam ist zu einem Jahrhundertprozent. Und wenn Erz das nicht ist, dann bin ich eigentlich gefühlt... Also, wenn ich irgendwas sagen, nie wieder. Argam ist das Profi, Jungs. Also, Profi stand die ganze Hinterwand und die ganze Zunge. Profi ist bei mir die ganze Zeit gewesen. Ne, Profi kann es nicht sein, wirklich. Ja, das ist Dogan, das ist Dogan, das ist Dogan, das ist Dogan. Safe, safe, safe. Voted, Voted, Voted. Ja, es ist safe, Dogan. Ey, wenn wir das haben, dann war es die krankeste Agentenrunde. Ja, 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 ja. Übelst krank. Direkt. Das war Weltrekord, glaube ich. Weltrekord. Und? Hochstapler raus! Let's go! Let's go! So, Leute, Agent haben wir durchgespielt. Und jetzt werden wir mal noch probieren, Hochstapler zu werden. Alter, Agent kann man nicht besser machen, Freunde. Jetzt geht's ab als Hochstapler, als Killer. So, erste Runde haben wir aufgenommen, Leute. Geile Runde gewesen. Babamäßige Aufnahme. 10 von 10. Alter, könnt ihr sagen, was ihr wollt? Das war eine 10er-Aufnahme, Alter. Die war ja sowas von geil. Bro, ich hab das Realtalk sogar recorded, Digga. Einfach, weil wir wirklich die ließen. Ja, Weltrekord. Weltrekord. Danke, André, Digga. Danke für die geile Aufnahme. Kein Problem, Digga. André war für mich erst safe. Aber dann hab ich schon gedacht, so, Argam hat die. Argam redet sonst nie. Und dann auf einmal doch, André, André. Da wusste ich direkt, dass Argam das war. Dass Argam recht hat. Wenn die Leute, die nie was sagen, auf einmal rumschreien, dann weißt du, die lügen nicht. Ja, ja. Ey, Bro, der Modus ist killer, Leute. Der ist echt killer. Der ist echt nice. Jetzt jede Woche ein anderer Modi, Digga. Ich will mal so eine übelst kranke Runde, wo nur noch drei Leute am Ende übrig bleiben. Ein Imposter und zwei Nomade. Das hatten wir noch gar nicht. Oh, ja, ist recht. Ich sag ehrlich, wenn die das lassen und nicht rausnehmen und vielleicht so neue Maps dazu ballern, dann kann das richtig zum Erfolg werden. Bro, die wären doch dumm, wenn sie den Modus rausnehmen. Ich sag dir ehrlich, wenn sie das machen, dann... Ja. Die müssen jetzt wie früher jede Woche Boom, Update, Update, Update. Bro, ohne Tycoon reinbringen. Überleg mal jede Woche neue Tycoon, Digga. Wie krass das wäre. Oh, geil. Das wäre zu wild. Oh, nein. Wie gut im Imposter? Mörder. Let's go. Okay. Ja, Mörder. Leute, sind wir jetzt Mörder? Sind wir Mörder? Ey, das kann ich... Ey, Leute, wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit Agent bin, Digga. Was soll denn die Scheiße? Was soll das? Was soll das? Na, es ist, glaube ich, safe nicht. Ich dachte zuerst, Leute, seien ich euch ehrlich, wo ich so gehört habe, Among Us-Modus kommt rein, habe ich es mir relativ langweilig vorgestellt, bin ich ehrlich. Aber der ist doch echt geil, Leute. Hä? Ach, Reifen aufpumpen musste ich, lol. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe einfach den Battle Bus repariert, Leute. Oh, jetzt geht's los. Also, leider waren alle Bananen. Ja. Deshalb kann man da jetzt schwer was sagen. Aber ich kenne die Map noch nicht so gut, dass ich jetzt alles sagen kann. Aber das war so ein riesen, so ein riesen Container war da. Bro, guck mal, du kannst Fighters nach oben machen. Schlachtenbus-Werkstatt war es. Was kann ich machen? Schlachtenbus-Werkstatt war es gewesen. Drück M. Nein, Fighters nach oben. Karte. Auf PC ist anders. Da muss man M drücken. Wenn ihr euch nicht seht, müsst ihr nochmal M drücken. Also, es war auf Schlachtenbus-Werkstatt, war das genau da. Okay, okay. Was hast du da gesehen? Da waren zwei Leute, der eine hat den anderen gekehlt, ist abgehauen. Genau am Bus war das. Genau am Bus. Aber warum wusste ich, stand ihr das gerade, dass es Schlachtbus-Werkstatt ist? Ich... Redet mal kurz weiter. Redet mal kurz weiter. Nein, nein, redet mal kurz weiter. Redet mal kurz weiter. Okay. Ich schaue oben auf dem Schlachtenbus und habe das nämlich beobachtet. Uuuuuh. Ich... Okay. Ja, aber das Ding ist... Ach du, das Imposta Nummer zweite. Ich wusste... Oh mein Gott, das ist gar nicht selten so lang. Ey, wenn das die beiden sind, haben wir noch ne heftigere Agentenrunde als die. Ja, ihr könnt mich rauswoten, aber ich bin's nicht. Ich hab's halt beobachtet. Ja, 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 ja. Wem habt ihr jetzt gebotet? Wem habt ihr jetzt gebotet? Das hat man direkt gecheckt, Digga. Schade. Hä? Ja, bote mich raus, dann bin ich raus, aber ich bin Agent, Digga. Also, ja, redet weiter. Redet weiter, redet weiter. Ihr seid nicht eingefallen. Er sagt, er sagt, ich fahr auf dem Bus und hab das beobachtet. Ja, hab ich doch auch. Ey, ey, er hilft dir gar nicht mehr. Er beobachtet leider nur. Ich hab nicht so richtig zu sein. Digga, bitte erinnert euch an die Leute, die grad am... Wenn ihr mich gleich rausgeworden habt, wer am lautesten geschrien hat grad. Erinnert euch einfach zurück. Okay, okay, ich bin gespannt. Haben die Leute übersprungen? Drei Leute? Vier auf. Oh mein Gott. Sind sie dumm, Leute. Warte mal, wer hat gerade... Wer hat gerade den anderen gevotet? Die Eins? Wer war das? Die sind so dumm. Er war in Erkenntnis. Oh mein Gott. Es ist André. Digga. Was kann ich jetzt dafür? Sind die schlecht, Digga? Sind die schlecht? Hä? Hä? Was ist mit dem los, Digga? Die sind ja komplett lost. Ich hab sie halt auch beobachtet, weil ich schlau bin, so. Wisst ihr, wie ich spiele? Ich bin ja schlau, ich bin ja nicht so dumm wie die. Ah, schade. Ey, Jungs, lass mich auch mal bitte die Aufgabe machen. Meine Damen und Herren, wir haben das mal reden. Ey, glaubt mir bitte. Wir haben leider einen großen Fehler begangen und haben einen Agenten rausgekickt. Und deshalb müssen wir noch mal kurz überlegen, was wir verkackt haben. Agam ist gerade verreckt, oder? Sieht so aus. Ganz kritisch. Nein, nein. Erste haben wir einfach nicht verkackt. Erste haben wir verkackt. Erste haben wir verkackt. Erste haben wir verkackt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wer hat Shani rausgekickt? Aber warte mal, wenn nur Shani wusste bei dem Schlachtenbus, dass da einer gestorben ist. Aber ich sage, nein, ich sage ehrlich, Shani war auch sass. Auf dem ihr auch redet weiter. Was hast du denn gewählt? Profi, hast du gewählt? Ich habe ihn auch ausgewählt, weil er je gesagt hat. Es gibt euch auf cover, deswegen. Aber wartet mal, wartet mal. Wer auf dem, auf dem hat Shani denn, also wer hat Shani denn gewählt? Was meint er, wer ist sass? Er hat gar niemand. Er hat nichts gesagt. Er hat nichts gesagt. Wir haben ihn beschuldigt, er hat sich verteidigt. Er meinte, er redet weiter, es war so komplett. Ja. Aber wusste doch von Anfang an, dass das am Schlachtenbus ist, ohne dass ich überhaupt was gesagt habe. Ja, und dann meine ich, das ist ein bisschen sass. Nein, 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 wirklich. Das Ding ist, ich habe nur so laut gelacht, weil Shani so komisch geantwortet hat. Für mich, ich habe ihn ja nur gefragt, warum wusstest du das? Weißt du? Ja, ich war nicht ganz lustig. Und dann reportet weiter. Kiannis hat doch reportet, oder nicht? Ich habe reportet. Letztes Mal davor. Ja, das weiß ich. Deswegen, also, war gut, dass wir ihn rausgeworden haben, dass er jetzt ein Agent war, war seine Schuld, weil er hat sich schlecht rausgeredet irgendwie. Ja. Ich hätte eh eine Mäne müssen. Ich weiß nicht. Ich könnte auch ein Selfreport von Kiannis sein, sag ich dir ehrlich. Oh. Guck mal, das Ding ist, ich kann dir ganz genau sagen, welche Tasks ich gemacht habe. Ich kann dir alles erzählen. Und ich kann, die Sache ist, dass wir zu, wenn Standardskill wirklich auf diesem Bus war, und er ja wirklich links ist, dann hätte er doch direkt gesagt, er hat ingekillt. Weißt du, wie ich meine? Welche Tasks hast du denn gemacht? Erzähl. Bruder, ich musste diese Container rüberbringen und Pizza. Container? So ein Fass, so ein Teil musste ich tragen auf meiner rechten Schulter. Also ich glaube, es war Kiannis, der hat ihn gekillt. Ich bin ja nicht sicher. Warum gibst du das auf mich? Ja, das ist ganz, ganz kitzig. Ich vertraue es niemanden. Aber ich vertraue Kiannis, was er gesagt hat, weil das kommt glaubwürdig drüber. Es ist Tidam. Achtet auf meinen Finger, Leute. Der Finger wird euch bald kriegen. Lebt wohl. Ey, zwei von mich, warum? Hä, hat Profi noch gerade gesagt, er hat geskippt, weil Dings? Ist er so true? Hab ich nicht geskippt? Du hast mich gevotet, Digga. Hey, replay mein Glück. Du hast mich nicht geskippt, Digga, wir haben uns nicht entstanden. Du hast mich nicht geskippt. Du hast mich nicht geskippt. Mann, Mann, Mann. Das Update ist Baba-mäßig. Das Update ist Baba-mäßig. Also ich sag, das ist Kiannis, Leute. Mörder. Und der hat ihn gekillt voll und hat ihn dann reportet. Würde ich fast vermuten. Oder ist wirklich André, Alter. Aber dann hat er Five Head Move gemacht. Ich glaube, es ist André, Leute. Guck mal, wie er hier die Leute sucht. Oder? Doch nicht André? Das ist doch nicht André. Bro, das ist safe Kiannis, oder? Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, wer das ist. Ganz, ganz schwierig. Ja, ja. Ist egal, wir sind eh raus, Leute. Wir könnten eh nicht mehr ermitteln. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass André das ist. Dass er jetzt einfach so ein bisschen auch vorsichtiger macht. Wisst ihr? Oh. Okay, das kommt jetzt sehr komisch rüber, weil Profi auf einmal tot ist und ich hab ihn reportet. Das ist André, ist es nicht André. Warte mal, warte mal. Warte, sag ich dir? Ich hab ihn gefunden in Inselkontrolle. Aber darunter. Warum soll das komisch rüberkommen? Ja, weil ich hab doch eben gerade gesagt, dass das Hass ist, dass er mich votet, obwohl er gesagt hat, es gibt. Und dann hab ich... Wir haben noch zwei einen Poster, oder? Wir haben noch zwei einen Poster, oder? Wir haben noch zwei einen Poster, oder? Wir haben immer noch zwei, ja. Und wie sind die gerade noch? André hat Aufgaben gemacht, so. Habe ich auch gesehen. Auch mehrere Aufgaben. Warte mal, wir sind nur noch vier Leute? Nein. Wenn wir zu viel wären, dann hätten wir doch... Wir sind zu fünf. Fünf. Okay, wenn wir jetzt den falschen rausvoten, ist vorbei. Ich sag Dorgan oder Stil. Hä? Wie kommst du jetzt auf? Es ist so. Ich hab mein Bauchgefühl. Ey, kann ich was dazu sagen? Ja. Also, ich bin der Meinung, Stil habe ich von Anfang an der Runde echt oft gesehen. Entweder Stil der übertriebenste Fuss. Wer sagt das, wer sagt das? Ich bin Kyanus, bin Kyanus. Okay, ja, wollte ich gerade sagen, weil ich war mit dir. Genau. Also, die Leute, die sehr, sehr ruhig sind, ne? Die sind wirklich richtig für mich, sag's so. Erstmal hab ich gedacht, Stil macht einen 100er IQ, aber der ist tot. Deshalb, ich tendiere auf jeden Fall zu Tridan. Sorry, Tridan, Bro. Ich tendiere auf jeden Fall zu dir und, äh, Doan. Warum ruhig? Nein, 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 dann würde ich dir eher Tridan sagen, weil, Digga, er hat mich... Er sagt einfach vom Gefühl, was... Ich war... Guck mal, ich... Digga, das Ding ist... Das Ding ist... Das Ding ist Kyanus und ich war noch gerade zusammen noch unterwegs. Glaubst du mir oder glaubst du Stil? Ja, ich glaub, Tridan. Die beiden sind im Poster. Guck mal, Doan und Stil sind beide im Poster. Ihr vertraut mich Kyanus. Nein, Kyanus im Stil. Oh nein! Ey, so schlecht... So schlecht... So schlecht... Nein, an sich was Tridan, Tridan, safe, weil alle... Allein wenn... Das Argument zu sagen, jo, vom Bauchgefühl, das macht ja keinen Sinn. Ich glaube, Kyanus. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, Doan... Okay, Tridan, Tridan, ich vertraue dich. Nein, 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 Kyanus. Ich vertraue dich. Tridan, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, ist okay. Stil, Bruder. Ja, schade. Ja, dann... Ey, warum macht das mir so schwer, Digga? Wir haben ja vorher schon gehört, was hier passiert ist. Ich denke, ich habe mich mal mit dir die ganze Zeit unterwegs. Warum sollte ich... Warum sollte ich... Ich habe mich überzeugt. Riedern, safe, call. Wenn jetzt unentschieden ist, alles verloren. Jawoll! Stimme mehr. Ey, Jungs, ihr habt verkackt. Oh mein Gott, ihr habt so verkackt. Wie schlecht seid ihr eigentlich? Wenn er es ist, Digga. Wenn er es ist. Ich dachte, es wäre Kyanus, aber Kyanus hat dann auch Stil gewählt. Deswegen kann es nur Doan. Ja! Oh mein Gott, Digga! Wir müssen Doan rauswählen. Oh mein Gott, Digga! Bro, wie haben die das gemacht, Leute? Krank, krank, krank! Bro! Alter! Alter! Wie wurde das Stil bitte hochgenommen? Was war das für ein Move? Also, es ist André in der Spaß. Ey, ey, ey. Aber was ist das für ein Move, dieses wegteleportieren? Das ist ja ultra krank. Ja, das ist schon krass. Was ist das? Was ist das für ein Move, Digga? Ey, Dorgan, Digga. Ich würde... Eigentlich habe ich aber gesagt... Aber ich darf euch... Bro, Stil, wo du es hochgenommen, Digga. Nein, nein. Ich sage euch ehrlich. Man darf nie sagen, Bauchgefühl. Man muss schon irgendwie auf eine Art... Bro, willst du nicht sagen? Ich habe mich auch zumal einfach rausgeworben. Ja, Digga. Weil du gesagt hast, ich höre es aus der Stimme. Ja, nicht, Digga. Ich habe gesagt, du musst da hochmachen. Ja, ja, ich weiß. Aber das Ding ist, ich war ein Pornster. Ich darf nicht rausbauen. Das ist die Stimme. Ja, ja. Aber die anderen natürlich dann... Ja, die anderen... Die anderen war klar, das war halt klar, dass ich dann... Ey, was war hier im System? Das ist komisch geantwortet, Digga. Ey, dann kann man sich als Imposter wegbauen, oder was? Kann man sich als Imposter wegbauen, oder was? Ja, kann man entscheiden, wem man teleportiert, oder wie? Alter! Aber war eine starke Runde, Digga. Ich war einfach der krasseste, Junge. Geile Runde, Digga. War wunderbar geil. Oh, nicht so gut wie der Wind war, Digga. Ey, die Runde war echt geil. Die Runde war sick. Nice. Stimri, Dogan, raus! Nein! Erster Loser als Imposter, schade! Ey, Stimri, was ist Imposter, Digga. Nein, das Ding ist, wenn ich Imposter werde, werdet ihr mich direkt rausbauen, so nicht, dass will ich Stimri. Ich hör schon mal wieder Stimri die Politik, ich spiele nie mehr wieder mit euch, wenn ihr mich jetzt rausbauen, sonst werde ich nie mal sein! So richtig in der anderen Politik war, wo ich dachte, okay, oh, hi. Ey, aber die Runde war wirklich Hammer, also ehrlich, das war eine geile Runde. Ja, die war schon geil. Aber Stimri, erzähl mal, wie du warst auf dem Bus? Wie ging das? Bro, ich hatte es auf dem Bus, was hab ich euch beobachtet. Er war wirklich auf dem Bus, ich hab ja den Typ, das Ding ist, ich hatte ja den Typ, ich hatte ja den Typ, das Ding ist, ich hatte ja den Typ, das Ding ist, ich hatte ja den Typ, das Ding ist, ich hatte ja den Typ, weil ich bin da oben, weil ich bin da oben, weil ich kam, und ich wusste, er sagt, wie war ich nicht so, nein, du darfst die größte Scheiße. Ja, ich hatte es halt kurz mein Herz gebrochen, als er gesagt hat, ich glaubte nicht. Ja, und Andri macht da auch noch mit, so, ja, äh, dies, das, Digga. Ich höre, Andri, Andri schick dir immer noch Benzin, Also, wie kann man denn oberen Fuß sein? Das war aber gut, das war gut. Die ganze Zeit bei mir, die ganze Zeit, hat mich die ganze Zeit als Dings genommen, als so Puppe, dass ich für ihn so Schutz suche und so, aber wenn er was, riecht gut gespielt, das ist er. Ich dacht zuerst Kyanus war es gewesen, der eng gekillt hat, aber ich habe den auch gesehen und dann war ich mir noch nicht mehr sicher gewesen. Nein, 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 nein. So Leute, jetzt wär ein Mörder natürlich geil, alter. Komm, komm, komm. Mörder, Mörder, Mörder. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja, Hochstabler wäre echt mal geil. Komm, gönn, Leute. Gönn, ich will der Mörder sein. Mörder, 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 Mörder. Ey, Bro, ich spiel's gleich nicht mehr. Real talk. Ey, Bro, wie schlecht ist denn das bitte? Wie schlecht ist das bitte, das Game? Bro, das bockt ja gar nicht, Alter. Alle schon zehnmal Mörder geworden. Und ich einfach gar nix, Alter. Das ist so schlecht, Digga. Es ist so schlecht, ne? Bro, es ist so schlecht. Bro, wie kann man das denn machen? Das hat auch nichts mit Zufall zu tun, Leute. Weil es gibt ja gar keinen Zufall anscheinend. Von der Wahrscheinlichkeitsrechnung hätte ich schon dreimal Mörder sein müssten. Ja, checke ich auch nicht, was das ist, OG Kush. Also das ist echt schlecht. Also das ist wirklich, das nervt. Das nervt the real talk. Versteh ich auch nicht, Alter. Aber die Aufgaben sind nice, Leute. Sag ich euch ehrlich, die Aufgaben sind echt nice. Ich mach jetzt einfach, wie ich straight die Aufgaben durch, Leute. Ich sag euch ehrlich. Wie geil ist das denn bitte? Ich muss den Hund füttern. Also den Hund so Dings geben. Knochen. Geil, Alter. Ich will checken, ob jemand nach Bananenparty tot ist. Ey, ihr wisst schon, ihr helft da mit den Impostor, wenn die eine Besprechung machen. Ja, ist tot. Du weißt nicht, wo die Leiche ist. Ja. Das war auch dann wieder so ein... Ja, aber das ist eh nach der Bananenparty, ist eh bei der Bananenparty gestorben, so weißt du. Deswegen juckt das nicht. Okay, dann weiß man es nicht. Wer war bei der Bananenparty bei mir und hat mit mir diese Hände hoch remote gemacht? Äh, ich war das, glaube ich. Ich war das. Ich hab mit dem auf jeden Fall Hände im Boot gemacht. Ja, dann bist du. Und Shani war, glaube ich, auch kurz irgendwo am Start. Ja, Shani ist dann am Ende hingekommen und hat diesen Hund... Ja, genau. Ich kann es hier auch beschützen. Ja, okay. Ich hab diese Glaskaps dann. Ja, denn das ist eigentlich Stil, Tridan, Seelbree, Safe. Ich auch. Ja, sag ich, du bist... Ach, Seelbree, Seelbree. Ich hab einen Wartungsraum, der war auch ziemlich... Ja, ist aber nur einer gestorben, lass uns davon nicht blenden, Jungs. Ja, ja, schon. Aber wir standen so nebeneinander und haben nichts gemacht, wir haben die Zeit abgewartet, dass wir unseren Namen sehen. Also, ziemlich safe. Egal, wir haben schon Hälfte der Aufgaben durch. Ja, krass. Er macht ja wahrscheinlich die Aufgaben. Wo sieht man das eigentlich? Da siehst du doch, Agentenaufgaben. Ich hab eine Frage, und zwar Tridan, was hast du in der Runde gemacht? Ich hab zwei Aufgaben erledigt. Ich hab jetzt meine Reporter bei Brücke in der Mitte. Tridan hab ich auch nicht gesehen. Hab ich auch nicht gesehen. Ja, ich kann mich am Auge balken. Ihr könnt mir ja verfolgen, gucken, ob ich Aufgaben mache. Nee, nee, ich geh meinen Weg. Alles gut. Also, ich hab eine Essensaufgabe gemacht, dann war ich in die Mitte, musste da durchlaufen. Das hab ich gesehen, Profi, als du erst noch gemacht hast. Das hab ich gesehen, ich war hinter dir kurz. Und dann hast du gedings. Und dann hattest du gedings. Okay, Leute. Ja, mach du das stringen, Jungs. Ich kann nicht hier. Hey, wie lange zocken wir schon? Wir sind nicht einmal Mörder geworden. Das ist echt deprimierend, Alter. Das war auch immer so bei den anderen Among Us. Vielleicht, weil ich Renegade Raider hab. Sagen die, es zu krass für Mörder. Ja, so viel Among Us Modus ist neu hinzugefügt worden. Mega geiler Modus. Boah, was ist denn das hier? Aufräumen, ey. Jetzt muss ich in den Müll werfen? Lol. Das ist ja... Das ist ja ein geiles Minigame, Leute. Ich muss einfach in den Müll werfen. Mittagessen bestellen, Leute. Einfacher Burger. Boom. Fritten normal. Boom. Und Shakes. Bestellen einmal, bitte. Ja? Hm. Dogan rede, hallo? Hallo? Dogan? Ja. Dogan. Die Leiche war bei diesem Kevin. Bei diesem Würfel. Wie heißt der rum? Warte. Sturmkontrolle wahrscheinlich, oder? Ich war alleine bei Vorratslieferungsfabrik. Also da war keiner. Es gibt ein paar Jungs, die haben hier die Aufklärung, ich so. Ja, ja. Da sind so ein übelste schlechten Mörder, also ich gucke gar nicht. Ja, ist echt. Ich habe noch zwei Aufgaben. Selbst mit Double Kill kriegen sie es nicht hin. Ja, deswegen. Ja, wir haben jetzt eh schon verloren. Also die Mörder in dieser Runde sind echt. Macht echt die Aufgaben schnell einfach durch, Jungs. Katastrophe. Skipp mal bitte. Ja, das ist wie das normale Among Us, aber halt mit anderen Minigames und so, ne? Was ist denn das jetzt hier? Achso, LOL! Oh, wie geil ist das denn, Leute? Oh, shit, shit. Wie geil ist das denn? Einfach so. Ja, wer waren die Mörder? Wer waren die Mörder? Wer waren die Mörder? Alter, die Mörder waren so. Nein! Oh mein Gott. Ja, du hast echt eine Eklige, Digga. Dogan, ich sehe ihn in der Runde. Hä? Hä? Ich sehe ihn in der Runde. Ich schlug fünfmal hintereinander. Ey, Digga, wie auch wenn die noch Mörder? Ich war nicht einmal Mörder. Ja, lass mal Dogan kicken und wieder einladen. Vielleicht Fortnite macht mich den Schapsaladab. Ey, lass einfach nochmal testen, wenn ich dann... Dogan soll es genändern. Hey, Dogan, wenn du jetzt in Post... Ey, Bro, aber ich sag dir echt, das ist halt dumm, was die machen. Dass niemand fünfmal hintereinander in Postal wird manche gar nicht, das ist halt total dumm. Weil damals auch... Wer hat mich geklärt am Anfang? Ich glaube, ich war das. Aber du warst Banane, ich habe nicht mehr Aufnahme gesehen. Wer hatte mich geklärt, wo ich kurz auf K was getrunken hatte? Digga, du bist immer auf K irgendwie die ganze Zeit. Bist du erst zurück in AfK? Ja, geh mal nicht auf K. Ey, wenn man Imposter ist, wie macht man diesen Schali-Modus an? Rechtsklick. Nein, rechtsklick und dann kannst du es aussehen. Ach so. Du hast drei Fähigkeiten dann. Entweder Teleporten, Schali und was war noch? Aufgaben kaputt machen. Aufgaben, ja. Digga, also rechtsklick. Und die Aufgaben kaputt machen ist halt auch richtig OP, ne? Ja, am Ende. Meint ihr, die fügen noch Vans hinzu? Junge, das ist der Anfang. Die fügen noch viele hinzu. Hoffentlich. Safe. Vans war wirklich eine geile Idee, Digga. Oder halt so diese Toiletten. So, safe. Wiederagent. Ja, Bro. SEO wurde halt schon zehnmal Imposter. Ich wurde halt nicht einmal, Alter. Komm, gönn jetzt. Mörder. Mörder. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Okay, wir sind Mörder, Digga. Aber wir müssen jetzt erstmal direkt Aufgaben machen. Weil ich will das natürlich safe machen. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben Sabotage. Dann haben wir einmal Leute killen. So, bumm. Ähm, ich werde mir jetzt erstmal andere hier als Alibi holen. Ich hätte ihn natürlich killen können. Wir gucken gleich mal, Leute, was als Sabotage. Ich bin das erste Mal Mörder. Wie aufregend das ist, bitte. Ey, Dogan ist aber schon wieder Mörder. Er war jetzt zehnmal hintereinander. Also, wir haben jetzt hier... Oha, Aufgaben. Ich mach Aufgaben ausschalten. So, jetzt können die keine Aufgaben machen. Okay, da ist Dogan, Leute. Ich weiß nicht, ob der schon einen gekillt hat. Wie geht das hier an? Achso. Digga, das ist ja voll geil. Das ist ja voll geil mit der Sabotage. Und dann kann man irgendwie Leute noch zueinander porten oder so. Guck mal, und Leute, ich kann genau... Ich kann als Impostor auch ganz normal die Aufgaben machen. Wie geil ist das, bitte? Wie krass ist das? Guck mal, Leute. Ich mach jetzt mal den ersten Kill, oder? Nee, da ist Tridan. Ich mach gar keinen Kill. Ah, okay. Das dauert noch ein bisschen. Warte mal, wo muss ich denn hin, Leute? Oh, ich bin ein bisschen lost. Ich will nicht so lost sein. Hier, ich muss mich zusammenreißen. Die sollen schön sehen, dass ich hier die Aufgaben mache. Boom, boom, boom. Schön den verprügeln. Und den nächsten, der hier reinkommt, den werden wir erstmal einer von Zopf hauen. Ich werde gleich mal einen Kill machen. Oh, es hier hat's nicht gesehen. Es hier hat's nicht gesehen, Leute. Es hier hat's nicht gesehen. Barbarmäßig. Oh mein Gott. Jetzt machen wir hier. Computer neu starten. Leute, wir sind so ein kranker Mörder. Leute, guck mal, wir machen sogar die Aufgaben mit, weil wir Ehrenmänner sind. Zack, boom. Jetzt tue ich hier so, Leute, als wäre ich hier so ein freundlicher. Gameplay-Rede. Die Leiche, ich kenne das nicht aus, ich muss eben auf Frage drücken. Die Leiche war im Waffenraum und Stace war vor mir, aber Stace hat die nicht gesehen und war auch die ganze Zeit aber bei mir, deswegen kann ich Stace saven, das er auf jeden Fall nicht war. Und vor Stace war noch einer, weil wenn ich mir was sage, dann wäre ich wieder verdächtig gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe den vor mir nicht gesehen. Wer für euch ist gerade von der Brücke runtergerannt in den Sicherheitsraum? Ich bin meinem Computer gerannt. Ich weiß nicht, ob das Sicherheitsraum ist. Also Kiannis und ich sind Schlag-Burz. Nee, ich bin Schleifen-Kontrollen. Stu, meinst du mit so ein S-Dings oder ohne? Was? Mit so ein S-Dings oder ohne mit diesen S-Mission, die man macht? Nee, eben gerade bei der Banane meint ich. Wo ist der Kill gefallen? Wo ist der Kill gefallen? Wo ist der Kill gefallen? Bei der Brücke. Und der Kill ist in einem Waffenraum. Steele, was hast du zu sagen? Ich bin der Brücke! Ich habe noch mal eine Hauptsache. Sicher? Okay. Ich skip. Aber ich habe eine Frage. Ich skip. Stani, hast du irgendjemand, der sich saveen kann? Weil ich weiß nicht, ist man alle. Was habt ihr so gemacht? Kurze Frage, Tokio-Profi. Ich bin gerade bei der Brücke und ich habe dich dort weiter vor mir gesehen. Wie kann dann der Kill bei Waffenraum sein? Und ich habe den Kill auch gesehen. Ich war auch gerannt und hätte dann die Leiche reporten können. Drück nochmal M. Ist diese Stecknade da bei dem Waffenraum? Ja, bei dem Waffenraum. Ja, das ist komisch. Ja, das gibt einen komisch. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ford stays, das hat stays nicht gesehen, weil er sich dann umgedreht hat, ist dann in der Zeit noch jemand um die Kurve gelaufen. Ich habe keinen gesehen, Leute. Ich habe keinen gesehen. Ja, und das war das, was ich meinte mit Wer ist in Richtung Sicherheitsraum gerannt? Ja. Weil ich bin mir sicher, die Bananen ist wirklich rausgerannt. Das war der Mörder, aber er war halt im Bananenzustand. Boah. Ja, Leute. Sonst, ich hätte mich auch easy killen können, wo ich das Essdienst da runtergebracht habe, hat geguckt, was ich mache. Der Mörderskill ist wieder weg. Alter, Leute, das ist auch krass, dass wir hier so viel Funktion haben als Mörder, ne? Was wir alles so machen können. Wir können hier anders hochnehmen, aber Standardskill. Wir können auch irgendwie, Leute, das müssen wir nochmal herausfinden. Oh, nee, wir müssen hier lang. Wir können auch irgendwie die Leute porten, Digga. Komm, wir könnten auch einen Doppelkillflash mit Dogan machen, wenn er Bock drauf hat. Mal gucken. Aber wir gehen erstmal hier, Leute. Ich mache ganz normal hier meine Aufgaben. Boom. Einloggen hier, Leute. Wir machen hier natürlich auch Safeness. Zack. zwei, sechs, eins, rum. Fertig, Leute, fertig. So, guck mal, wir haben jetzt zum Beispiel, ich kann einen Spieler teleportieren, Leute. Sollen wir das mal machen? Wartet mal. Wir gehen mal an eine, wir gehen mal an eine Ecke hin und dann werden wir mal einen teleportieren, okay? Wartet mal, wo gehen wir am besten hin? Hier vielleicht. Oh mein Gott. Hier gehen wir hin, Leute. Hier. Was ist jetzt passiert? GG. Also das war sogar noch easy. Imposter waren wieder mal komplett. Warte mal, die Imposter. Oh Gott, der Kacke. Bro, das geht ja übelst schnell over. Was ist das denn? Oh Gott. Ich kann nicht mal einmal Imposter. Das macht gar keinen Sinn. Hä, Bro, das ist ja voll. Du könntest ja übelst schnell vorbei. Ja. Man muss sich richtig beeilen. Ich war nicht mal einmal Imposter. Das macht gar keinen Sinn. Soll ich Game neu starten? Nee. Ja, ich weiß nicht. Wie war das denn? Hast du jetzt sechs Monate an einem Imposter, oder was? Also safe random einfach, oder? Ich bin nicht mehr. Geh mal einen Gruppen raus und komm wieder rein. Ich lade dich an. Nicht mal einmal Imposter gewesen. Ja, das war eine Scheißrunde. Ich glaube, für mich letzte Runde, Leute. Ich hab so Hunger. Hungry? Wild, wild, wild. Miss Young in Hungry. Was gibt's jetzt in Battle Royale alles Neues? Irgend so eine neue exotische Waffe. Schreiben ein paar rein. Livigno, Dankeschön. Hochstapler. Hat jemand das Wort nicht auf Englisch? Nein. Auch Hochstapler. Hochstapler. Oh, Mann. Hier, schau. Ja, das war ja nichts gewesen, Leute. Das ging ja übel schnell vorbei. Okay, man muss echt mehr Kills machen. Also man muss da wie schnell mit den Kills sein, dass wir gewinnen können. Aber, äh, trotzdem, Alter. Imposter ist ja mega geil. Äh, hoffentlich werden wir jetzt wieder drei Stunden keine Imposter. Das wäre jetzt wie Müll, ne? Ah, das war eine Backround, ja. Schade, schade, schade. Ja, ich weiß aber nicht, ob die Aufgaben zählen, wenn ich die Aufgaben mache. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich glaub nicht, das wäre ja maximal dumm. Ja, halt einfach durchkennen. Zählt das eigentlich, wenn ich die Aufgabe als Imposter mitmache? Zählt das dann ja, ne? Doch, schon. Nee, oder? Ja, ja. Ich hab's auch eine gemacht. Ich hab vier Aufgaben oder so gemacht für euch. Ehre. Ah, gut, dass man das weiß. Ja, muss erst mal auch reinkommen als Imposter, Leute. Ja, ich hab keine Fähigkeiten benutzt. Ja, Dugan ist Profi als Imposter. Naja, Dugan ist halt sechsmal. Dann haben wir einfach durchgespielt. Dugan wird dir jetzt Imposter besagt, beteiligt. Ja, sagt direkt. Aber das ist doch Kakedamm für den Zweiten, oder? Ja, den gehen wir einfach nochmal raus. Ja, aber Dinger, sechsmal, siebenmal. Ich bin Agent. Ja, jetzt ist er wieder drei Stunden Agent, Digger. Ich seh's schon, komm. Also da, hier müssten sie halt noch meiner Meinung nach. Äh, oah. Hier müssten sie noch so ein bisschen. Hä, was macht der jetzt hier? Umdrehen, um zu scannen. Hä? Achso. Hä? Achso, so scanne ich das, lol. Achso. Achso. Das ist geil gemacht mit den Mini-Aufgaben. Te addictive. Oh, jetzt muss ich die Akten sortieren oder was? Grüne Akte da rein, boom, blaue Akte, äh, rote Akte da rein, boom, warte, 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 es muss stays sein. What? Ich hab auch, weil die dann die ganze Zeit gechillt haben. Warte, ey, ich hab eine Meldung gemacht, lass mich reden, lass mich reden. Ja, mach, mach, mach. Ähm, ich war gerade, also der einzigen, den ich wirklich saven kann, ist Steel Breach zu 100%. Ach so, der ist sogar tot. Oh mein Gott, warte, 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 warte. Warte doch, am Anfang, chill, 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 warte. Ich war, ich hab keine Tasks gemacht, ich hab Sue, Andre gesehen, ich bin gekommen und den nächsten, den ich gesehen hab, warst du. Aber, ich glaub, dass du es nicht gewesen bist, Tridan, das heißt... Hau rein, Sarah, und feier nicht so doll. Vor mir ist Stace grad langgelaufen. Er ist in meine Arme gelaufen, als er getunnelt hat. Okay. In meine Arme. What? Das kann gar nicht sein. Doch, 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 doch. Du warst nicht mein Mann. Nach der Charlie Party war ich kurz bei ihm, und dann war ich weg. Johannes, ich war auch grad neben der Leiche, ne? Wer war alles mit der Charlie Party bei uns? Es waren vier Leute bei mir. Ich war da, Silvery war da, und eine Person noch. Ich bin vorbeigelaufen. Ich schwit, Stace. Ich schwit, Stace. Filt, Stace, wer ist für mich raus? Ja, wer nicht, ich schwit nicht. Er ist in meine Arme gelaufen, als er getötet hat. In meine Arme. Der Weg ist wieder ganz einfach. Also, also... Mach mich dann raus, mach mich dann raus. Also, ich skippe, weil ich einfach nett bin, und niemanden direkt entschuldigen will. Das ist so krass, oh mein Gott. Achte auf meinen Finger. Ich schwit. Wer weiß, wie ist für mich raus. Also, das ist echt schlecht, Stace. Digga, so schlecht. Ihr seid so schlecht, Digga. Das war so schlecht von dir, Bro, ehrlich. Wählt Tridan. Oh! Oh, Digga, stark. Okay, Tridan ist safe. Oh mein Gott, Digga. Tridan hat ihn einfach maximal die Ehre genommen. Zu krank. Das Ding ist, glaube ich, jeder hat unendlich Aufgaben, die er machen kann. Hauptsache, die Agenten haben es halt irgendwann fertig gemacht, alles, ne? Kyanis rennt auch ganz verdächtig rum. Ne, ne, heute Abend wird kein Stream mehr kommen. Oh, schon wieder Sicherungstransportieren? Ich bin kein Transporteur, Digga. Ich hab da kein Transportunternehmen. Wenn ich die durchnehme. Easy. Das mit den Aufgaben ist echt schnell, Digga. Das ist zu schnell. Ja, die müssen ein paar mehr Aufgaben reinmachen, finde ich auch. So ist safe. Ja, oder mit zwei Leuten weniger. Ja, das sind so viel zu schnell, ne? Ich hab grad heute mal mit 800 dp dafür. Digga, das waren drei Minuten Spielzeit, nicht mehr. Digga, das ist viel zu schnell. Da hast du gar keine Zeit. Man muss direkt zehn Leute killen zum Anfang, Digga. Aber es geht aber auch wenn man irgendwie so lange irgendwie, ne? Und jetzt voll schnell vorbei, weil alle wahrscheinlich die Aufgaben kennen. Ey, jetzt kennen wir die. Zum Beispiel, man muss halt mit diesen Dingern arbeiten, die halt lange halten. Zum Beispiel Aufgaben ausscheiden. Das hält halt richtig lang. André, warum raus? Ja, mit zehn Leuten, das geht ja nicht. Ah, doch, doch, doch. Du musst Aufgaben ausscheiden. Nein, Jürgen. Wenn du Aufgaben ausscheiden machst und die Leute killst, dann geht's Digga. Gerade alleine, wenn man alleine ist. Bei mir war ja so die ganzen Leute, die waren voll oft zusammengelaufen. Man konnte mal, wie soll das gehen? So, ne? Schali-Party. Dann, wenn du so wenig Zeit hast. Hab ich es mir gemacht. Friedan, wo hast du mich gesehen gehabt? Nur Durganis bin ich in die Arme gelaufen, aber nicht dir. Bro, du bist bei Brücke direkt zu mir gelaufen und hast ihn getötet. Davor. Ah, du bist cool. Ich dachte, es ist Durgan. Ich bin cool, ja. Das machen wir jetzt. André, kommst du noch rein, Lars? Ja, ich würde noch eine Runde mitmachen. Eine Runde mache ich auch, denke ich essen. Alles klar. Gernis lädst du mich ein? Die Runde war mit Zwischen. Ey, morgen ist die Wonder Woman Cup. Ist das neu? Ja, ich habe so Hunger. Aber das ist halt nicht so geile LTM, die die früher rausgebracht haben. Das fand ich viel geiler. So super, Held. Das war krass. Die Jungs bin kurz auf Kloster ready gemacht, ne? Was ist das? Also, ich muss noch. So, beste Cup war bis jetzt das mit den Superattacken. Das war. Ich sag nur, Platz 82 Europa. Mach mal ready, Jungs. Die Leute zockt ja eigentlich morgen den Catwoman Cup. Catwoman? Geh mal ins Kinder dafür. Wanderwoman meinst du? Ja, ja. Schade, dass du so hängen geblieben bist auf Catwoman. Das sind drei Seasons zurück. Lava-Modus Cup war auch nice. Also, Modus ist geil. Das, was mir abfuckt, ist so, dass man so wenig Impostor wird und Dingsbums, Digga. Dass die Aufgaben so schnell vorbei gehen. Sonst babamäßiger Modus. Die müssen das jetzt jede Woche so rausklatschen. Was wäre dann Fortnite für ein Game? Wenn die jede Woche so was geiles rausklatschen. Das wäre ein Game in-Game, Junge. Das wäre einfach Epic Games. Launch. Ich stream Donnerstag wieder so viel. Morgen hab ich keine Zeit. Donnerstag hab ich wieder live. Als nächstes kommt Open World System mit Quest und so. Ja. Fortnite RP. Einfach WoW in Fortnite. Fortnite League of Legends. Ich deck deinen Finger nicht in mein Nasenloch ein, ey. With your Knight and Fortnite. Fortnite Beyblade. Agam hat einen kleinen. Ähm. Ich zeig drauf. Mal wieder Agents vom 30. Mal, Digga. Ey, das nervt so. Das nervt so. Das nervt so. Bro, Agent ist wirklich, ey, das ist so, das triggert mich so grad, ne? Ey, wir sind wirklich Every-Round-Agent. Das schlecht gemacht. Also das mit dem, das hatten wir auch schon bei Among Us gehabt. Das ist meiner Meinung nach der Zufallsprinzip, dass das irgendwie kaum gegeben ist. Weil, entweder wird einer immer die ganze Zeit Agent oder, äh, keine Ahnung. Also das mit dem, das mit dem von Auditor der Zufall dann geht er. Also, wir werden diedaulen vielmehr und lastig! Hahaha. Also, wie sehr war Weekly gibt's. ja ich hab dings war ich kann nicht sagen wo ich ihn gefunden habe ich habe gerade mein tablettenamt gehabt ich war jetzt gerade beim der burger hat diese eine bestellung und da getätigt wollte gerade mit dem tablett ihr wisst schon wohin gehen und dann habe ich den spieler in wo bin ich selber hier inselkontrolle habe ich ihn gesehen ja das war mit shaliparty gewesen ich hab nix gesehen leider haben es leider nicht shaliparty ist halt op und es sind zwei leute gestorben ich glaube skippen war jetzt noch nicht so wir hätten noch ein bisschen reden mussten oder ja bei shaliparty ja keiner was willst du sehen bei shaliparty holiparty ist halt einfach belastend oder hat jemand was beobachtet rede noch kurz na schade niemand hat was beobachtet niemand ja das nervt halt das nervt halt nach drei stunden musst du einmal mördern dann bist du direkt rausgevotet so bockt halt nicht schade essi hat mich gekillt essi auch schon das dreißigste mal mörder mach mal mikro bisschen lauter warum ist das zu leise oder was ist das mikro zu leise jungs weiß noch nicht messi mal gucken irgendwann ja eigentlich gut ja es ist natürlich manchmal manchmal nicht so nahm mikro dran er ist natürlich ein bisschen leiser logischerweise ey leute war doch ein neister stream gewesen ich habe aber jetzt echt knass ich werde jetzt echt was essen leute ein bisschen chillen wir haben sechseinhalb stunden gestreamt leute heute morgen um acht uhr haben wir gestartet ungefähr acht uhr glaube ich war es gewesen geiler neuer modus in fortland macht echt mal wieder lunte war ein neister stream gewesen freunde morgen kommt ein video und donnerstag werden wir wieder live stream also seid gespannt leute donnerstag wird richtig nice ich hoffe euch hat's gefallen kinders bis donnerstag in alter frische wir gucken mal noch ob jemand live ist den wir rüber hosten können es läuft die live oder so mal gucken äh ja dann hast du dich mal wieder gta rp mal gucken was wir machen ich glaube es geht das auch live und soll ich euch zu estu rüber hosten kurz auf lofty live ist nein läuft ist nicht live schade ist tri dann auch andre oder so live mal gucken estu ist noch live ist andre live ne andre ist nicht live ist keiner live ne dann hoste ich euch einfach zu estu rüber leute danke fürs äh zuschauen macht nicht mehr so dolle tschö mitte bis donnerstag die Vielen Dank.